Hallo, hallo, ja, wir widmen uns heute eine sehr, sehr spannende Frage, also hoffe ich zumindest, dass ihr die genauso spannend findet wie ich, Challenge Runs, spannend oder blöd sind, sehr plakativ formuliert, ich weiß, aber gucken wir mal, was ihr dazu zu sagen habt, ne, und ja, wenn wir damit durch sind, gibt's später wieder Tinykin, wir sind auf dem Weg zu 100%, also noch lang nicht durchs Spiel, aber das Ziel sind die 100%, sagen wir es mal so, so, und damit schicke ich euch ins Intro, ihr kennt das Spiel, wir sehen uns gleich, ne. Jetzt hat der Button unangenehm lang gebraucht, bis er reagiert hat, na toll, bis gleich jedenfalls. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We could run away across the ocean, baby, what you say, we can live today, anywhere we'll go, we'll be alright, it's all about you, it's all about you, it's all about you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ja mies. Ich hoffe, du hast dann wenigstens ein paar Tage frei oder so. Ja, also schon. Ja, okay. Gut. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, was so alles passiert. Es gibt ja, glaube ich, auch sowas wie 10-Tage-Schichten oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wo man dann quasi eineinhalb Wochen durcharbeitet und dann dafür, glaube ich, vier Tage frei hat. Irgendwie sowas in der Richtung. Glaube ich, gibt es auch. Habe ich schon mal gehört, aber ich kenne zumindest niemanden, bei dem es so ist. Bin ich jetzt gar nicht so 100% sicher. Und andere Länder diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Bei euch sind es 12-Tage-Schichten. Wow. Okay. Uff. Okay. Das wäre nichts für mich. Vier Tage frei, eher zwei. Naja, gut, bei zehn Tagen würde es halt irgendwie passen in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus, sage ich jetzt mal. Eieiei, das ist ja schon auch, also ich finde das persönlich wild. Also, das ist jetzt, ne, für mich wäre es nichts. Tatsächlich würde ich mich, nein. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Ich arbeite nicht in der Großküche. Ja, das ist, äh, das ist absolut richtig. Und wie ich gerade feststelle, bin ich sehr froh, da nicht so, nicht arbeiten zu müssen. Eieiei, das ist doch eigentlich super anstrengend, oder? So. Hat man in der Regel auch sieben Stunden und nicht acht Stunden Arbeitszeit. Dadurch rechnet sich das mit der Wochenarbeitszeit. Ja, aber es ist ja egal. Also, ne, der, 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 ob jetzt sieben oder acht Stunden ist ja vollkommen egal. So gesehen, jetzt mal rein körperlich betrachtet, weil das Wochenende ist ja dazu da, dass du dich erholst von dem, was unter der Woche war. Wenn du jetzt jeden Tag Stress hast, etc. Egal, ob sechs, sieben oder acht Stunden, dann hast du ja trotzdem, also, ne, dir fehlt ja eigentlich wirklich die Erholung, die das Wochenende ja bieten soll. Ähm, und das macht's dann schon auch anstrengend. Also, ne, das ist, das ist, das ist, so kurz das Wochenende ist, so viel Sinn hat's halt tatsächlich, was das jetzt angeht. Da müsste man sechs Tage die Woche arbeiten und dann knallt die einem halt zwei Wochen, äh, aneigen? Aneigen? Was? Entgegen wahrscheinlich. Mit Wechselschichten. Ja, Wechselschichten sind ja nochmal, nochmal krasser, ja. Ich, ich kenne das von meiner Tante, die war lange Zeit im Schichtbetrieb und die hat dann, äh, ja, von früh zu spät, zu Nacht, teilweise andersrum, teilweise völlig, völlig wirr. Und was weiß ich, mit vielleicht einem Tag dazwischen, wenn sie Glück hatte. Und ich, ich weiß, wie fertig sie das gemacht hat. Also, das ist heftig. Ihr macht maximal sieben Tage am Stück und müsst dann zwei frei haben. Ja, okay. Okay. Sag mal, hörst du mal auf, meine Socken abzuschlecken? Mein Hund schlägt gerade meine Socke ab. Ich sitze hier tatsächlich in Socken. So, so, so kühl ist es heute. Wobei, ich glaube, ich kann die dann irgendwann mal im Laufe des Streams ausziehen. Aber ich habe vorhin mit der einen Socke, weil ich gerade vorher Milch in der Küche verschüttet hatte, so ein paar Tropfen, die halt mit der Socke weggemacht. Und offensichtlich hat mein Hund diese, diese Tropfen an meiner Socke entdeckt. Ja, nee, nix Käsesocken, Milchsocken. Obwohl, warte mal, Milch wird irgendwann zu Käse. Ich sollte diese Socken waschen, die sind eh so abgeranzt. Das sind halt Wollsocken, die liegen auf meiner Couch und die liegen da immer, außer ich habe sie an. Das, äh, ja. Ja, ich gebe zu, so oft sehen die die Waschmaschine gar nicht mal. Na und? Ja. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt quietschen. Ja. Quietsch mal ins Mikro. Quietsch mal ins Mikro. Da. Quietschen. 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 Ja. Oh, nein. Oh, nein. Ja, ihr habt die Nase wahrscheinlich gerade mal kurz gesehen, ne? Die guten Selbstgestrickten. Nee, tatsächlich nicht. Hatte ich mal. Ähm, oder ne, ne Bekannte hatte irgendwann mal das Hobby Socken zu stricken. Das waren richtig geile Socken. Super warm. Ähm. Super stabil, was, was Löcher angeht. Und vor allem mit, äh, mit, mit, mit doppelten oder dreifachen Boden. Also man, quasi mit einer, mit einer Sohle unten drunter. Ähm. Die sind aber leider, irgendwann haben die leider den Geist aufgegeben. Und inzwischen wohne ich halt auch am anderen Ende von Deutschland. Deswegen ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie Nachschub zu organisieren. Ähm. Ne, das sind tatsächlich, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob das echte Wolle ist. Es fühlt sich an wie Wolle. Kann auch Kunstwolle oder so sein. Kann auch Plastik sein. Kein Plan. Ich hab die, die Socken seit ewigen Zeiten. Was ist los? Wer ist denn? Wer ist denn? Am anderen Ende? Ja. Am anderen Ende. Tatsächlich. Ich wohne in Bremen. Komm aber aus Bayern. Und Bayern ziemlich kurz vor Österreich. Also. Ja. Ich bin, äh. Vor langer, langer Zeit einfach mal quer durch Deutschland gezogen. Deswegen sehe ich meine Familie auch nur ein bis maximal zweimal im Jahr. Wenn ich meistens Weihnachten und wenn es sich irgendwie ausgeht mal unter dem Jahr oder so, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich beruflich irgendwie in die Gegend muss. Aber, das passiert jetzt tatsächlich auch gar nicht mal so häufig. In Bremen. Ja, in Bremen. Ist schön hier. Ist wirklich schön hier. Wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, ist durchaus sehenswert. Ich glaube, mein Hund hat gefurzt. Na toll. Jetzt riecht es hier nach Hundefurz. Äh. 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 Gut. Hm. Ah. Der Freimarkt. Ja. Korrekt. Korrekt. Bin ich aber gar nicht so oft. Wenn der ist, bin ich da maximal einmal. Und das eigentlich auch nur, um mich durchzufuttern. Durchzufuttern und gebrannte Mandeln. Das ist, äh, das ist das Wichtigste. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Ich brauche keine Fahrgeschäfte. Ich brauche keine komischen Losbuden. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche einfach nur Essen. Und gebrannte Mandeln, die auch Essen sind. Also, ja, ich bin mit relativ wenig auch durchaus glücklich zu machen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ähm. So. Lass mich mal kurz gucken. Hat das hier funktioniert? Ähm. Hat es tatsächlich. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Bei dir kommt es auf die Fahrgeschäfte an. Ich war schon seit... Wann bin ich denn das letzte Mal mit einem Fahrgeschäft gefahren? Lass mich überlegen. Das war... Noch das Herbstfest in Rosenheim. Und wie lange wohne ich jetzt hier oben? Bald neun Jahre? Oh, das ist mindestens... Mindestens zehn Jahre her. Ich war aber auch schon lang nicht mehr in irgendeinem Freizeitpark oder sowas in der Richtung. Ich hätte da echt Bock drauf. Aber alleine ist halt auch doof. Das, äh... Ne? Alleine ist halt auch nicht so ganz das Wahre für das... Also... Ja. Das macht halt dann nicht wirklich viel Sinn. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm... Ähm... Äh... Also... Zumal... Wenn müsste natürlich der Hund auch mit. Und, äh... Dann wird schon ein bisschen enger, was das Ganze angeht. Ich bin gar nicht sicher, wie streng da Freizeitparks sind. Ich weiß, dass der Heideparkhunde erlaubt. Nur halt nicht in den Fahrgeschäften. Egal welches. Das ist, äh... Das ist relativ logisch. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm... Das heißt, ich bräuchte halt mindestens... Ich bräuchte eigentlich drei Leute. Weil damit sich dann ein Fahrgeschäft lohnt. Alleine ist halt auch langweilig, ne? Wenn man dann zu zweit wäre, müsste einer auf den Hund aufpassen. Einer kann fahren. Ist doof. Wenn man zu dritt wäre, passt einer auf den Hund auf und zwei können fahren. Oder zwei passen auf den Hund auf und einer fährt. So... Sowas in der Richtung. Das... Ist auch doof. Deswegen mindestens vier Leute. Quasi. Weil... Dann kann man zwei Grüppchen bilden. Jeweils zu zweit. So viele Freunde hab ich ja nicht mal. Allein ist es langweilig. Ja... Ja, das ist... Das... Das stimmt. Gehst du auch nicht überall rein? Ja, überall muss ich auch nicht rein. Tatsächlich wär ich eher interessiert an Achterbahnen. Ähm... Also das wär jetzt so, so, so mein Ding, weil ich... Seit... Glaub ich über 20 Jahren mittlerweile keine Achterbahn mehr gefahren bin. Ähm... Also das ist wirklich, 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 wirklich lang her. Und... Ähm... Ansonsten... Gut, auf ne Geisterbahn kann ich verzichten. Sind wir mal ganz ehrlich. So diese... Diese komischen Simulator-Dinger, die so komplett rumwackeln. Ähm... Die sind, glaub ich, noch ganz lustig. Ähm... Aber... Ja... Was? Wo... Wo bleibt das Kappa? Fragezeichen? Was? 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 Welches Kappa? Ich kann kein Kappa machen. Ihr seht ja, was ich schreibe. Ihr habt ja Kappa als stilistisches Mittel, um Sarkasmus auszudrücken. Bei mir kriegt ihr hoffentlich mit, wenn ich sarkastisch bin. Moment, was? Eieiei... Oh Gott. Hinter zu wenig Freunde. Ach so, nee, nee, nix Kappa. Nix Kappa. Meine Freunde? Also meine... Ja? Nee? Kann ich an einer Hand abzählen? Weniger als einer Hand. Deutlich weniger als einer Hand. Genau zu seinen einen Finger. Der Rest sind tatsächlich, äh... Zähle ich nicht... Ne, obwohl... Zwei Finger. Zwei Finger. Sagen wir mal zwei. Vielleicht drei. Aber alles andere sind nur Bekannte. Also, das klingt jetzt so abwertend. Aber dass ich jemanden als Freund zähle, da gehört extrem viel dazu. Extrem viel. Ich muss Kappa in den Chat schreiben. Ja, nee, das lassen wir mal. Ich besorge mir einfach ein Kappa-Schild. Ein Sarkasmus-Schild. Ich brauche ein Sarkasmus-Schild. Ich brauche ein Sarkasmus-Schild. Ich... Ja. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Bekannte und Freunde schon ein Unterschied? Ja. Ja, ja, absolut. Absolut. Aber für mich zählt mehr oder weniger alles als Bekannte. Es sind halt dann gute Bekannte, schlechte Bekannte. Was weiß ich. Je nachdem, wie nah man sich dann steht. Aber um von meiner Seite aus den Titel Freund zu bekommen, ähm... Da braucht's schon... Schon was. Da braucht's schon... Schon einiges, ja. Ist wirklich so. Du hörst das sofort raus. Sarkasmus? Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut, wenn du das raushörst, weil... Viele Leute tun das nicht. Dann bist du sarkastisch und die nehmen das ernst. Und dann ist nämlich die Diskussion. Ne? Dann geht's nämlich los. Dann diskutierst du erstmal eine Stunde lang rum, was daran jetzt witzig sein sollte. Oder warum du nicht der Meinung bist, die du von dir gegeben hast. Ja. Alles schon gehabt. Alles schon gehabt. Und das ist, äh... Ja, sagen wir's mal so. Das macht nicht unbedingt Spaß, so eine Diskussion zu führen. Abgesehen davon, dass Diskussionen meistens... Gerade wenn's um so einen Blödsinn geht, halt auch einfach... Ja. Kannst du halt auch da Pfeife rauchen. Also... Bring halt niemandem was. Sind halt wirklich 100% unnütz. Ah. Ja. Schön, ja. Toll. Menschen sind toll. Die Welt ist witzlos geworden. Ja, das würde ich nicht mal sagen. Aber viele fühlen sich sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten. Das, äh... Das ist, äh... Das ist, glaube ich, eine Sache, die man sagen kann. Was manchmal sehr schade ist. Also manchmal sehe ich auch im Netz irgendwelche Diskussionen, wo ich mir denke, so... Ja, so what? Ich kann's zwar irgendwie, ich versuch's dann nachzuvollziehen, aber ich bin da nicht der große Typ dafür, was das dann angeht oftmals. Und, äh... Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie emotional falsch gestrickt. Vielleicht bin ich da aber auch einfach härter im Leben. Ich kann ja nicht in andere Leute reinschauen. Aber was witzlos angeht... Moment. Alexa? Erzähle einen Witz. Ein Mann wird in Alaska von der Polizei aufgesucht. Fragt der Mann, worum geht es, Herr Wachtmeister? Antwortet der Polizist, wo waren Sie in der Nacht vom 14. November zum 12. Februar? Was? Achso. Okay. Was? Das Schlimme ist, ich hab nicht zugehört. Ich hab gerade rausgefunden, dass meine Untertitel auch auf Alexa reagieren. Und, ähm... Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Hä? Naja, Alaska. Die Nacht ging von November bis Februar. Was? Darin liegt der Witz vom Witz. Dass das eine drei monatige Nacht war. Ja. Ja, Adel schreibt's. Hat aber bei mir auch einen Moment gedauert. Und Hallöchen, Adel. Hi. Einen wunderschönen Hallöchen, Hallöchen. Weil's da immer dunkel bleibt, ja. Ach, schön. Okay. Probieren wir nochmal kurz einen anderen. Alexa? Erzähle einen Witz. Bevor Monster ins Bett gehen, schauen sie vorher in den Schrank und unter das Bett, um zu sehen, ob Chuck Norris dort ist. Ich bin so müde. Musste das jetzt ausgerechnet ein Chuck Norris-Witz sein? Musste das sein? Ach, Mann. Ach, Mann. Okay. Alexa? Erzähle einen guten Witz. Fragt eine Frau ihre Kollegin, und wo warst du in deiner Urlaubswoche? Antwortet diese, drei Tage im Stau und vier Tage in Bayern. Ja, okay. Es wird nicht besser. Das bringt mich zum Weinen. Adel, wie geht's dir? By the way. By the way. Hast du schon gesehen, dass wir ein Comfy-Emote haben? Das du übrigens auch haben solltest. Hoffe ich. Denke ich. Ich glaube, du solltest das haben. I don't know. Ich klicke auf deinen Namen, und da steht nichts in der Richtung. Toll. Ich dachte, da steht was. Sollte da nicht stehen? Irgendwo? Steht das im Chatbot? Oh, okay. Steht nirgendwo, wie viele Bits du hattest. Was für ein Emote? Ja, okay. Wusste ich's doch. Du hattest das ja angeregt, nachdem wir auch ein Rage-Emote haben, dass wir auch ein Comfy-Emote bekommen. Das Comfy-Emote ist so als ein Fit-Emote, aber wir haben auch ein Comfy-Emote. Wegen dir habe ich 40 Euro mehr ausgegeben. Aber es hat sich gelohnt. Es ist so niedlich. Es ist so unglaublich niedlich. Du gehst nach Hause. Bist du noch gar nicht zu Hause? Oh nein. Du magst den Hund? Ne, der Hund ist Sammy. Ich weiß gar nicht mehr, was das ursprünglich für ein Foto war, wo sie so keck geschaut hat. Aber ja. Das ist auch so ein Komm-du-mir-mal-doof-Emote. Die sind richtig schön, die neuen Emotes. Ja, finde ich auch. Hat zwar ewig gedauert, bis die jetzt fertig waren. Also, ich bin gar nicht sicher, wann ich die beauftragt hatte. Ich glaube, es war noch Juni oder Juli. Irgendwie sowas um den Dreh. Holy shit. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit den Emotes. Sehr glücklich. Du liegst auf dem Sofa und schaust mich. Oh, okay. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Also auch in richtig schön bequemer Lage. Das finde ich super. Das finde ich super. Gut, die bestes Glas im Schrank. Ja, ist so. Ist so. Absolut. Also, steht auch da drüben. Also, da. Ja. Genau da. Aber ich habe noch meinen Kaffee. Deswegen kann ich gerade auf Wasser verzichten. Und ich habe zu viel gegessen. Deswegen, kennt ihr das, wenn ihr kaum was trinken könnt? Weil ihr gefühlt so viel gegessen habt? Also, euch überfressen habt? Ich habe mich etwas verschätzt, was die Portion anging. Und jetzt ist selbst trinken quasi ein bisschen schwierig. Oder es wühlt sich halt so an, es würde nichts reinpassen. Kennt ihr das? Zeig mal bitte. Ja, das ist Gunny. Ein bisschen dreckig inzwischen. Wieder. Ich muss den mal wieder sauber machen. Aber der steht halt dauernd hier auf dem Schreibtisch. Da ich hier auch dampfe, wird er entsprechend mal mit angedampft. Und deswegen sieht er immer so ein bisschen neblig aus. Du warst diese Woche in Slowenien auf Montage. Schönes Land. Lass mich mal kurz überlegen, wo ist in Slowenien? Slowenien ist neben Kroatien, ne? Ich glaube zumindest, dass Slowenien neben Kroatien war es. Ich meine, wir sind damals dran vorbeigekommen. Maps. Google. Rauszoomen. Nein. Ich will jetzt kein Restaurantbesuch planen. Wir sind durch Slowenien durchgefahren. Deswegen. Ich war also auch schon mal in Kroatien. Zweimal. Zweimal durchgefahren hier. Weil das eine Stunde lang oder so. Wenn überhaupt. Apokrazien selber ist auch ein schönes Land. Also zumindest von dem, was ich da bisher gesehen habe. Was gar nicht mal so wahnsinnig viel war. Weil das war halt einfach nur die Strandgegend. Aber hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat sich wirklich sehr gelohnt. Kann man schon mal machen. Und wie es mir geht. Mir geht es super. Mir geht es tatsächlich super. Bis auf das, dass ich offensichtlich vollgefressen bin. Und deswegen schon an meinem Kaffeegefühl scheitere. Aber. Ja, ne. Ansonsten. Wochenende. Yay. Und Hallöchen Eol. Hallöchen. Slowenien ist zwischen Österreich und Kroatien. Das habe ich auch gerade wieder gesehen. Ein Glas namens Günni. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Adel hat schon geschrieben. Günni ist unser Maskottchen. Deswegen hat er auch ein Emote. Und das hat Nana damals erfunden. Wie und warum, weiß ich selber nicht mehr. Aber irgendwann war der Name da. Und ja, seitdem heißt dieses Glas Günni. Und Günni stand sogar Modell für das Emote. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Also wenn man da so die Kurven und die Rundungen vergleicht, die stimmen schon ziemlich gut. Aber die genaue Geschichte dahinter weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Das ist, ähm, ja. War einfach irgendwann da. War einfach irgendwann Günni. Günni hat sicher eine krasse Backstory. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber hat er mir noch nie erzählt. Also. Irgendetwas schwimmt in meinem Glas. Ich frage mich gerade, was das ist. Es ist keine tote Fliege. Was schwimmt da? Ich erkenne es nicht. Das könnte ein kleiner Papierfetzen sein. Wie auch immer der da reinkommt. Ja, okay. Das heißt nachher, wenn wir Pause machen, dann leere ich vielleicht Günni mal ganz kurz noch aus und fülle ihn dann frisch auf. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Okay. Ja, schön. Sehr schön. Sehr schön. Günnis Gehirn. Das ist schon verdammt klein. Also das wäre schon richtig, richtig, richtig klein. Aber, ja, gut. Man weiß jetzt nicht, wie es mit der Gehirngröße von Gläsern so gestellt ist, ne? Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich, dass das realistisch wäre. Naja. Du hattest gestern geiles Steak. Ja, ich habe es im Discord gesehen und ich bin durchaus ein bisschen neidisch. Das klingt schon sehr, sehr lecker. Äh, ja, vor allem das Steak klingt sehr lecker. Gut, das wahrscheinlich auch. Wenn man es gerade zubereitet. Aber das sah sehr, sehr lecker aus, ja. Sehr, sehr lecker. Ach, schön. Schön, schön. So. Ach so. Weil ich es gerade hier in meinen Notizen sehe. Äh, ich hatte euch ja gestern gesagt, dass jetzt zum einen Hans zurück ist und zum anderen Hans die Donations vorliest. Ich habe mich jetzt gestern, heute, weiß ich nicht, wann ich es eingestellt habe, irgendwann in den letzten, hm, 18,5 Stunden, 19,5 Stunden, sowas um den Dreh, äh, habe ich es auch noch für Resubs eingestellt. Also, wenn da jetzt eine Nachricht ist, sollte Hans das vorlesen. Also, meine Tests haben funktioniert, aber das, äh, ob es wirklich funktioniert, wird sich zeigen. Äh, für Bits, glaube ich, werde ich es auch einführen, aber erst ab 100 Bits. Ähm, und das war, es ist leider erstmal noch ein kleines bisschen mehr, als einfach nur, äh, die eine Seile dann bot hinzuzufügen. Ähm, da muss ich erstmal noch, äh, rausfinden, wie ich jetzt da die 100 Bits, äh, rauskriege. Ähm, man denkt, du denkst dann eher, wenn es Chicken Wings gibt? Ja, ich auch, äh, ich auch quasi, jedes Mal. Ähm, ähm. Hans, lies mal bitte was vor. Okay, es war einmal eine Geschichte. Ende. Gut, da ist Hans. Hallo. Adel, es tut mir leid, ich kann jetzt dich nicht begrüßen. Äh, nicht dich begrüßen, ich muss Hans begrüßen. Hahaha. Hallo Hans, willkommen zurück. So, ähm, nee, äh, Dankeschön für 41 Monate. Und das immer noch auf Tier 3. Das ist so insane. Das ist absolut insane. Hahaha. Ja, gut. Dann wäre der Test auch abgeschlossen. Dann funktioniert das also. Hans lebt, ähm. Und Hans, äh, spricht mit uns. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Hahaha. Die Stimme ist so sexy. Es ist auch die einzig wirklich gute deutsche Computerstimme irgendwie. Also. Jetzt ist es, äh, 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 lasst mal gucken. Lasst mal gucken. Wir können ja mal ganz kurz schauen, was es hier für deutsche Stimmen gibt. So. Das ist halt alles nicht so prickelnd. So, ich kopiere jetzt einfach mal, äh, Adels, äh, Nachricht. So, das ist Hans. So. Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Das ist Hans. Ne? Und dann haben wir noch Daniel. Oh nein, warte mal. Das ist eine neurale Stimme. Die darf ich nicht nutzen. Obwohl. So. Geht das? Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Das ist Daniel. Dann haben wir Hannah. Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Ist auch nicht so prickelnd. Wir haben noch Marlene. Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Gut, die, die neuralen Stimmen klingen doch etwas besser. Oh, da haben wir Vicky. Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Einmal als neurale Stimme und einmal als einfaches TTS. Hallo Hans, lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Gleiche Stimme, aber komplett anderes Sprachmodell dahinter. Das ist schon interessant. Das ist echt irre. Auf Tier 3 haben dann auch noch so lange. Ja, Adel ist da. Adel ist da speziell. Er lässt sich auch nicht davon abbringen. Marlene klingt wie eine Lehrerin. Ja. Irgendwie schon. Hallo Vicky. Ja, es war eine Vicky mit CK tatsächlich. Also ganz, ganz wild. Äh, japanische Stimme. Ja, lass mal gucken. Mizuki. Gott ist das wild. Dann haben wir noch Takumi. Ich weiß genau, was da passiert. Das, das Lies und das War wird als Englisch interpretiert. Deswegen kommt da Lies und War raus. Lügen und Krieg. Hervorragend. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. S-O-1-M-A-R-E-N-E-G-S-H-I-T-E. End. Das war übrigens jetzt Takumi in seiner Standard-Dingens. Das ist auch schön. Das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich richtig gut. Oh mein Gott. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Schwedisch. Da gibt es nur eine Stimme. Astrid. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Och. Es wurde in Malene geschützt. Ende. Das klingt so, als würde sie lispeln. Oh mein Gott. Welsh-Englisch, Leute. Welsh-Englisch. Oh. Nice. Und davon haben wir sogar zwei Stimmen. Einmal g-gerennt. Wie auch immer. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war ein Malene geschickte. Ende. Und wir haben auch noch Gwyneth. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Och. Es war in Malene geschichte. Ende. Geschichte. Wow. Ich sollte eine Zufallsstimme einstellen. Habe ich das Gefühl. Oh, Koreanisch könnte auch ganz interessant sein. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war ein Malene geschichte. Ende. Jetzt können wir Japanisch lernen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was... Ob wir hier Japanisch lernen. Wenn ich ehrlich bin. Das ist... Ich bezweifle das, wenn ich ehrlich bin. Wir haben auch noch Arabisch. Oh, warte mal. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war ein Malene geschicht. Ende. Okay. Gott. Ich... Irgendwie liebe ich es gerade. Ich weiß nicht warum. Ich stelle die... Ich stelle die Lautstärke mal auf 130%. Ich glaube, dann höre ich es ein bisschen besser. Katalan. Was zum Teufel ist Katalan für eine Sprache? Okay, das ist wild. Hi Snowy. Hallöchen. Und WTF? Ja, wir probieren gerade die Stimmen von Amazon Polly aus. Oh, warte mal. Celine. Französin. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Ich war ein Malene geschichte. Okay, ja, verstehe. Das ist eine Abart von Spanisch. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Damit bist du wieder im Kind Bett bringen, Lörg. Alles klar. Dann, dann bis gleich. Bis später. Das klingt verführerisch. Ja, warte mal. Es gibt auch noch Lea als neurale Stimme. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war ein Malene geschichte. Ende. Es war ein Malene geschichte. Oh, schön. Oh. Wir haben auch noch Bianca. Die ist Italienerin. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war ein Malene geschichte. Ende. Dieser hier. Oh, schön. Oh, wunderbar. Ja, okay. Aber ich glaube, der Verständlichkeit halber bleiben wir bei Hans. Es ist... Man sollte vielleicht auch verstehen, was gesagt wird. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Altgriechisch? Nee, das gibt es nicht. Ich kann mal gucken. Gibt es Griechisch allgemein? Nee, aber wir haben Isländisch. Oh, warte mal. Isländisch. Karl. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war in Malene geschichte. Ende. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum wir Isländisch haben. Das, äh... Ja, nee. Wir haben auch noch tatsächlich US-Englisch. Wir nehmen mal Kevin. 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 Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Das klingt doch wie eine Kinderstimme, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Das klingt doch wie eine Kindergeschichte. Kindergeschichte. Kinderstimme. Holländisch. Nee, ich glaube nicht, dass wir das... Doch! Oh mein Gott. Wir haben Holländisch. Wir haben Lotte und Ruben. Wir nehmen mal Lotte. Ja, aber... Ja, aber Dings... Also, Kevin klingt halt echt wie ein Kind. Also, er erinnert mich mehr an den Film als an alles andere. Aber jetzt haben wir mal... Äh, warte. Lotte. Niederländisch. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Geschichte. Klingt zumindest... Klingt Niederländisch, ja? Und Ruben. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Das klingt gar nicht mal so übel. Das klingt tatsächlich gar nicht mal so übel. Oh. Was bestimmt auch witzig ist. Indisches Englisch. Hallo Hans. Lies mal bitte was vor. Okay. Es war einmal eine Geschichte. Ende. Geschichte. Oh Gott. Okay. Ja. So viel dazu. Gut, dass mich das momentan noch nichts kostet. Ja. 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 Das ist super. Das ist super. Ah, schön. Gut. Ja. Leute. Jetzt, wo wir das auch geklärt hätten, dass erstens Hans wieder lebt, zweitens spricht und drittens ganz, ganz viele merkwürdige Geschwister hat, würde ich mal sagen, kommen wir so langsam mal zum, 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 zum eigentlichen Thema. So. Es steht ja schon im Titel. Challenge Runs. Und ich habe sehr, sehr plakativ formuliert. Spannend oder Blödsinn. Und ja, das ist so mehr oder weniger. Also die Idee war, wir hatten ja bereits Schwierigkeitsgrade in Videospielen. Wir hatten die Barrierefreiheit in Spielen. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was all das ignoriert. Wir haben quasi eine Trilogie an Themen, wo wir konkret über Spiele sprechen. Ja, die sich, genau, und diese wunderbare Trilogie schließt jetzt eben mit den Challenge Runs ab. Warum das Thema? Ist relativ einfach. Erstens, weil es super dazu passt und so einen kleinen Bogen nach oben zieht in dieser ganzen Reihe, die wir da jetzt machen. Zum anderen, weil ich selbst Challenge Runner bin, Schrägstrich, war. Ne, war stimmt eigentlich nicht. Ich mache immer noch Challenge Runs. Sie sieht nur niemand. Und ich fange da jetzt einfach mal an. Mit, mit einer ganz, ganz fiesen Frage. Oh, ne, stopp. Ich fange noch nicht mit einer Frage an. Tatsächlich. Vielleicht sollten wir erstmal die Begrifflichkeit erklären. Was bedeutet Challenge Run eigentlich? Im Grunde genommen eigentlich alles, was das Spiel in irgendeiner Art und Weise, ich nenne es mal, einschränkt. Oder halt gegen das geht, wie man es im Normalfall spielen sollte. Also das ist jetzt sehr, sehr weit gefasst vom Ganzen her. Aber es kann sein, dass du nur einen bestimmten Waffentypen im Spiel nutzen willst. Dass du nicht leveln willst. Dass du nicht draufgehen willst. Dass du nicht getroffen werden willst. Dass du, keine Ahnung, nur eine bestimmte Art von Magie nutzt. Dass du nur mit Fäusten zuschlägst. Dass du immer den weitesten Weg läufst. Der viel, viel schwieriger ist, weil da dreimal mehr Gegner stehen. Keine Ahnung. Schnell durch sein. Genau. Speed Runs. Auch definitiv Challenge Runs. Also das ist so eigentlich das Ding. Im Grunde genommen alles, was einem irgendwie, oder was vom, ich nenne es jetzt mal Standardspiel erleben, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, abweicht. Und das kann man ja durchaus auch als Challenge Run sehen. Also Challenge Run ist auch gar keine so feste Bezeichnung, was das angeht. Weil theoretisch könnte man jeden meiner Souls-Durchläufe, also meine Casual Runs, also meine ersten Playthroughs auch schon als Challenge Runs sehen, weil ich habe kein Schild genutzt. Für einige ist das eine Challenge. Für mich ist das normal. Eine Herausforderung müsste ich im Spiel suchen mit einem Handicap. Ja, 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 irgendwie, ja. Also ist alles, alles durchaus richtig. Also irgendetwas, was halt für einen persönlich eine Herausforderung darstellt. Wie gesagt, das kann auch einfach sein, ich spiele ein Schild ohne Spiel durch. Das kann auch sein, mit einer Hand zu spielen oder mit Tanzmatte. Ja, auch das. Auch das sind Challenge Runs. So. Aber jetzt fangen wir mal, jetzt fangen wir mal relativ einfach an, was das angeht. Ich frage euch einfach mal, habt ihr schon mal einen Challenge Run gemacht? Irgendwas, wo ihr sagt, ich habe ein Spiel genommen und habe mir da irgendwelche Beschränkungen auferlegt und die bis zum Ende durchgezogen. Oder auch aufgegeben, auch das kann sein, ne? Mit Trommeln auf Tomaten. Es ist halt alles möglich, ja. Es ist halt absolut alles möglich. Ach, ja. Stimmt, ja. Vor Ewigkeiten Dark Souls 1 mit No Death bis zu den Gargoyles. Jetzt ist die Frage... Gut. Es ist tatsächlich nicht. Also erstens, No Death ist sauschwer. Das ist tatsächlich wirklich schwer. Also schenkt sich in meinen Augen auch gar nicht mal so wahnsinnig viel zu einem No Hit. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist die Route zu den Gargoyles, weil theoretisch ist man da in... Drei Minuten. Vier. Je nachdem. Oder kann man da sein? Ja, vielleicht fünf. Gehen würde das. Kommt darauf an, was du davor gemacht hast. Bosse auswendig lernen? Mäh. Ja, das kann ich irgendwie verstehen, ja. Das erfordert dann tatsächlich einiges, ja. Wobei Dark Souls 1 tatsächlich rein von der Komplexität her der Bosse noch geht. Das Schwierigste sind ONS im Normalfall. Weil die halt nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Der Rest geht eigentlich. Sagt eh, Inde, der sein DS1 No Hit Run damals abgebrochen hat, weil Inde er fertig gemacht hat. Aber hey. Aber ich habe leider ein paar Stunden in dem Spiel und ich weiß so halbwegs, was ich über dieses Spiel sage. Bis du den Gargoyles zu kommen, ist tatsächlich relativ... Also es ist sehr, sehr schnell machbar. Richtig schnell. Dieses Souls-Veteran. Ich bin absolut kein Veteran. Ich bin erst eingestiegen, als das nächste Spiel, das rauskam, Sekiro war. Also, ne. Es gab schon alles. Die Souls-Veteranen, ne. Ich habe nur viel gespielt. Und das früher mal, ne, ein paar Mal. Knights of the Old Republic zum Beispiel auf Taris. Erster Planet, ohne zu leveln in MMOs. MMOs, Indies Solo gemacht, zum Beispiel, äh, versucht. Ach so, oder, oder versucht, ja. Auch in MMOs eine Instanz Solo machen, glaube ich, ist auch richtig schwer, ne. Also es gibt ja einen Grund, warum das im Normalfall eine Instanz ist, die so und so viele Spieler voraussetzt. Und manche, glaube ich, also manche Spiele erlauben es, glaube ich, gar nicht, mit allein da reinzugehen. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Also ich weiß noch, dass wir damals, als ich Terra gespielt hatte, so 2015 rum müsste das gewesen sein, oder 2014, dass wir da, wir waren öfter mal zu dritt unterwegs und sind auch in die eine oder andere Instanz rein. und die waren schon ziemlich heftig. Aber ich bin jetzt nicht sicher, wie man das mit anderen MMOs vergleichen kann. Weil die sind ja doch irgendwo auch unterschiedlich, logischerweise. Du kannst Yoshis Island auf dem SNES fast blind, hast aber noch nie eine Challenge draus gemacht. Du solltest das machen, Adel. Einfach mal ein Tuch um und rein nach Gehör spielen. Das ist doch eigentlich super. Eigentlich, ne. In der MMO-Singleplayer-Spielen manchmal übelst. Ja, ja, das habe ich auch eine Weile gemacht, tatsächlich. Auch in Terra. Und irgendwie habe ich das Gefühl, niemand hat Bock auf Damage-Dealer. Weil irgendwie jeder Damage-Dealer ist. Und am Ende ist das große Problem, dass es keine Tanks gibt und keine Heals und nichts in der Richtung. Und das ist eigentlich das Problem an MMOs oftmals. Und Hallöchen für den Raid. Hallöchen, Luke. Hi, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Na, ihr? Dankeschön. Was gab es bei euch? Warte mal. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Mod hier, ne? So. Ich gebe dir mal einen Shoutout. Plague Tale. Uh. Nice. Habe ich bisher auch noch nicht gespielt. Steht tatsächlich auch noch irgendwo auf meiner langen, langen, langen Liste der Spiele, die ich mir mal irgendwann anschauen sollte. Ja, ähm, hi. Für die, die mich nicht kennen sollten, ich bin Benni, wir machen hier Dinge. Wir quatschen gerade über Challenge-Runs und was die Leute davon halten. Wir sind noch bei der Frage, ob man schon mal selbst einen Challenge-Run gemacht hat. Ähm, egal was tatsächlich. Und, äh, alles, wo man sich in irgendeiner Art und Weise in einem Spiel eine Herausforderung gesucht hat. Ähm, ähm, und, ähm, ja. Ansonsten gibt es hier tatsächlich nur Indie-Games. Und wir spielen nachher, nachdem wir mit der Talk-Runde durch sind, auch noch weiter Tinykin. Wo wir, man könnte es als Challenge-Runs sehen, die 100% holen wollen. Also, ich will die 100% holen. Ihr müsst halt mit. Sowas in der Richtung. Eieiei, eieiei, eiei, eiei. Okay, und, äh, ja, ihr seid natürlich gerne eingeladen, ähm, jetzt bei der Talk-Runde mitzumachen. 100% Hype! Jawoll! Ist voll gut, ja. Ist voll gut. Und in Herr der Ringe Online und Guild Wars und WoW ging die kleinen Solo. Ja, okay. Da habe ich nur WoW mal gespielt, zwei Wochen lang. Das, das war's schon. Ihr werdet freiwillig gezwungen. Gut, dass da ein Kappa steht, weil zwingen kann ich euch ja nicht. Ich kann ja nicht hier eine Taste drücken und ihr werdet magnetisch irgendwie an euren Tisch, ne, gedingst. Und zum, zum Tippen animiert. Das geht ja nicht. Also manchmal wäre das schön, aber... Ne? Aber... Solange ich das nicht kann. Das fällt dir noch ein. Weiß nicht, ob man es als Challenge bezeichnen kann. In Mortal Kombat 3 alle Verwandlungen von Chang Tsung gekonnt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob man das wirklich als Challenge bezeichnen kann. Mir ist aber mittlerweile auch noch eins eingefallen. Ich habe damals Final Fantasy IX in, ich glaube es waren unter 12 Stunden, habe ich es auf CD4 geschafft. Und dementsprechend dort... Oh, war das Excalibur? Ich glaube es war Excalibur. Auf jeden Fall das stärkste Schwert im Spiel. Abgeholt. Und das kriegt man tatsächlich nur, wenn man in unter 12 Stunden an einem bestimmten Punkt auf CD4 ist. Das war, wenn man es mal so nimmt, mein erster Challenge Run. Also... Ja, ich kannte das Spiel aber auch auswendig. Ich wusste, wo sich jedes einzelne Item befindet. Und ich wusste genau, wie ich da durch muss, um das zu schaffen. Ich habe eine Taste, mit der ich euch Stromstöße verpasse. Ja, nein. So gemein sind wir hier nicht. Falscher Stream. Falsche Plattform wahrscheinlich. Unter 12? Ja, unter 12. Aber wie gesagt, ich kannte das Spiel 100% auswendig. 100%. Zum Thema Challenge Runs findest du mega spannend, vor allem die ganzen Variationen, wie man ein Game durchzucken kann. Bist du wirklich ein Fan von Glitches, aber meist auch sehr lustig anzuschauen. Adel, du greifst tatsächlich schon wieder vorweg. Da sind wir doch noch gar nicht. Aber das wäre tatsächlich mehr oder weniger die nächste Frage. Und das ist jetzt eigentlich die ganze Grundlage, weil ich habe nur drei Fragen, die da stehen. Habt ihr schon mal einen Run gemacht? Das ist jetzt mehr oder weniger geklärt. Zweitens, wie findet ihr Challenge Runs? Das hat Adel gerade beantwortet. Und was mögt ihr da dran, beziehungsweise stört euch da dran? Das hat er auch beantwortet. Shit! Ist es nicht eine Challenge, sobald man 100% bei einem Spiel haben möchte? Im Grunde genommen kann man das möglicherweise schon auch als Challenge bezeichnen. Also ich weiß es nicht. Also kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was das dann entspricht. Also bei mir sind jetzt diese 100%. Gut, bei Tinykin läuft es wahrscheinlich tatsächlich darauf hinaus, dass die 100% das sind, was es an Achievements gibt. Und dass tatsächlich dann nichts mehr übrig ist im Spiel. Ich glaube, so ist das Ganze aufgebaut. Manchmal muss man ja tatsächlich auch für ein Achievement einen Speedrun hinlegen. Also zum Beispiel Solar Ash, was ich gestern mal kurz angesprochen hatte, weil dessen Soundtrack ja jetzt auch verfügbar ist. Das hat zum Beispiel eine Trophy, wo du das Spiel in, ich glaube, unter zwei Stunden durchspielen musst. Und das ist persönlich für mich ein absolutes No-Go. Da bin ich überhaupt kein Fan davon. Und das ist dann auch ein Spiel, wenn ich so eine Trophy entdecke, sage ich, ja, ne, keine 100% mehr von mir. Das könnt ihr vergessen. Also, ja. Upsi. Ja, ihr greift halt immer vor. Ich habe nicht so viele Fragen meistens. Oh Mann. Das ist schwierig. Okay, jetzt muss ich improvisieren. Wenn du dir überlegst, du hast das 2012 für Tomb Raider nach 8 Stunden mit 100% beendet, zählt das auch? Könnte man möglicherweise zählen. Also, schlussendlich, also das haben wir ja am Anfang auch gesagt, so ein Challenge Run ist im Grunde genommen ja auch ganz viel das, was man selbst darunter versteht. Alles, was man sich irgendwie als Herausforderung selbst denkt, ist im Grunde genommen ein Challenge Run. Also es gibt ja keinen festen Begriff. Du musst X machen oder Y tun, um das als Challenge gelten zu lassen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, von wegen, ich habe noch nie in einem Souls Game ein Schild verwendet, außer zum Parieren. Könnte man als Challenge Run zählen? Für viele ist das wahrscheinlich auch ein Challenge Run. Oder wäre es ein Challenge Run? Für mich ist es halt die normale Art, so ein Spiel zu spielen. Also es ist halt auch sehr, sehr, sehr viel persönlicher Einfluss in dem Ganzen mit drin. Muss man halt dazu sagen. Achievement Hunter, ja. Ja, richtig. Also, ja, man, man, Achievements Hunten könnte man halt schon auch irgendwie als Challenge zählen. Irgendwie. Aber nicht unbedingt aufs Spiel bezogen, sondern überhaupt. Du kannst da nicht mitreden. Hast du noch nie einen, das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr spannend. Weil ich hätte damit gerechnet, dass jeder mitreden kann. So. Hast du noch nie einen Challenge Run gesehen? Also, Speed Run als bekannteste Sache. Wahrscheinlich No Run, No Death. Whatever. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder schon mal ein Brettspiel mit einer Hand hinter dem Rücken oder so gespielt. Keine Ahnung, damit den, weiß ich nicht. Twister stelle ich mir damit sehr interessant vor, wenn du nur noch eine Hand zur Verfügung hast. Also, ja. Gesehen, ja, noch nie selber gespielt. Siehst du, dann kannst du ja mitreden. Dann, dann, ne, dann, dann hast du ja, dann hast du alles, was du an Vorwissen brauchst. Ich zieh mal ganz kurz meine Socken aus, weil der Rechner heizt. So. Gut. Oh, ist schön angenehm an den Füßen. Stinkt, nein, die stinken nicht. Die stinken nicht. Glaube ich. So. Mehr oder weniger. Ja, ne, dann, dann. Jesse, erinnere dich mal daran zurück, als du das gesehen hast. Was hast du dir dabei gedacht? Ne, weil das ist ja im Grunde genommen jetzt die, die nächste Frage. Ne, wie, wie findet ihr Challenge Runs? Also, ne, und das ist eigentlich auch das, worauf der ganze Titel hier abzielt, von wegen. Spannend oder Blödsinn? E.O.L. hat es auch schon geschrieben. Sie sind Blödsinn, aber spannender Blödsinn. Egal, ob man selbst den Run macht oder zuschaut. Ja, 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 verstehe, verstehe. Okay. Ich habe es überlesen. Nein, ich habe es nicht überlesen. Ich habe es nur übersprungen, weil ich darauf später eingehen wollte. Was? Meine Käsesocken riecht ihr... Moment. Die riechen nach Socken. Nicht nach Käse. So. Sind vielleicht ein bisschen staubig. Und ja, ich habe gerade eine volle Nase genommen und ich bin nicht umgefallen, ne? Nur mal so am Rande. Milchsocken. Ja. 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 Weil ich da vorher ein paar Tropfen Milch aus der Küche aufgewischt habe mit denen. Warte mal noch eine Woche mit meiner Milch. Ja, die hat Sammy ja schon rausgeschlägt. Also von dem her. Und ich muss morgen sowieso Wäsche waschen. Nimm noch eine Nase. Das sind halt Socken, ne? Jetzt habe ich schon wieder... Haare im Gesicht. Vor allem Hundehaare. Ähm... 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 Warum? Warum nicht? Riecht ihr nicht an euren Socken, bevor ihr die anzieht? Ist das nur so ein Ding, das ich mache? Also... Ne, eklig. Ach was? Ach was? Ähm... Ei, 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 ei. Ne, ich habe da keine Berührungsängste. Überhaupt nicht. Offensichtlich habe ich keine Berührungsängste. Diese merkwürdigen Bennys. Ja... Ja, es ist halt... Ja. Kann ich jetzt auch nichts für. Ich bin halt so. Und Luke, danke für den Lörg. Dankeschön. Ich habe es gelesen, aber dann wurde ich abgelenkt. Wegen Käsesocken. Angeblich. Angeblich. So. Extrem merkwürdig. Ja, ja. Du hast auch keine Stinkefüße und hast damit auch keine Probleme, dann dran zu riechen. Dankeschön. Dankeschön. Oh, schön. Schön. So. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin wollte. Jetzt kommen wir dahin, wo ich hin wollte. E.O.L. hat gerade den Absprung gefunden. Sehr schön. Was wir am beeindruckend findest, ist bei allen Dingen Challenges die Ausdauer, die man haben muss, um sowas durchzusehen. Hast du damals bei Nico ewig mitgefiebert? Ja, 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 also, da bin ich ja auch durchaus ein bisschen, da kenne ich mich ja auch etwas aus in dem Ganzen. Ich habe ja, ich weiß nicht wie lang, ich glaube fast zwei Jahre lang No-Hit gemacht, hat nur für einen Run gereicht. Dann hatte ich irgendwann einfach auch keine Lust mehr, weil es mich einfach mental, mental zerlegt hat, aber ja, 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 das ist eigentlich das sehr, sehr Spannende daran, je nach Challenge halt natürlich. Also manche Sachen kann man halt so nebenher machen, sage ich jetzt mal, so ein 100% Run oder so ist meistens nicht so unglaublich anstrengend, man muss sich halt eher gut umschauen. Aber jetzt zum Beispiel No-Hit aus meiner Erfahrung ist halt mental wirklich anstrengend. Nicht der Run selbst, sondern eher die Konzentration, die du dauerhaft aufbringen musst, die Sachen, die du dir merken musst und vor allem der Frust, der entsteht, wenn du keinen Fortschritt spürst. Und das war ja das, was mich dann schlussendlich dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das nicht mehr. So, gleich defollow. Ach, Jessie, du kommst doch wieder. Geistig wird man da kaputt, Souls Runner. Kommt ein bisschen drauf an wahrscheinlich, auf den Dings. Hallöchen Medo, Hallöchen. Challenge Run ist in deiner Meinung nach eine Leidenschaft, die man wirklich richtig leben muss. Ist ultra anstrengend, am Ball zu bleiben, stark zu vergleichen mit Bandarbeit, wo du immer dasselbe machst, aber krasse Skills immer zeigen musst. Ja, 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 richtig, richtig, absolut. Gut, also schlussendlich, was ich, jetzt pass auf, Bandarbeit, ja, Bandarbeit ist, glaube ich, weniger abwechslungsreich als Dingens, weil, also kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, aber schlussendlich, du musst halt alles auswendig lernen, ja. Es ist halt, und die Skills, die muss man sich halt auch erarbeiten, ja, auf jeden Fall. Also ich habe oft und zu vielen Leuten gesagt, tatsächlich, wenn ihr eine No-Hit-One probieren wollt, tut das und ihr werdet es schaffen, irgendwann. Also, ne, das, das, irgendwann ist tatsächlich so eine Sache. Aber stimmt, da hast du absolut recht damit, absolut recht. Man muss es wirklich leben, ja. Und Adel hat einfach mal drei Monate, drei Monate Giftshub an Jessie verschenkt. Du verrückter Mensch. Ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich frage mich, warum, warum erscheint das nicht in meinem eigenen kleinen Dashboard? Das ist wild. Ähm, das ist sehr wild. Warum wird das nicht angezeigt? Ich sehe das gerade nur hier in, 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 in Dingens. Nur in Chatty. Da ist ein Bug drin, anscheinend. Ja, gut. Ähm, schwierig. Bot sagt nö. Ja, offensichtlich. Lass mich mal ganz kurz, ganz kurz schauen, ob der irgendeine Action gequeued hat dafür. Ähm. Ne, nicht mal. Hä? Kann der Bot keine mehrmonatigen Subs? Ohne in den Chat zu gucken, sehe ich, dass ein Warum getriggert wurde. Das ist sehr gut. Äh. Lass mich mal ganz kurz gucken. Twitch. Äh. Giftshub. Multimonth. Sollte ja eigentlich... Ach so, warte. Oh, nee, nee, nee. Das, okay, nee, das, das passt sogar. Dass er hier jetzt nicht drauf reagiert, ist klar. Das fange ich direkt in meinen Overlays ab. Oh. Jetzt steht... Jetzt steht's da. Es hat einfach gedauert. Okay, cool. Jetzt steht's da. Das heißt, das Alert kam jetzt auch gerade erst. Toll. Ich war einfach nur ungeduldig. Sehr gut. Ach, ja. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, ist so. Ist so. Absolut. Ich liebe es übrigens, dass ihr das Dancing Mode verwendet. Voll der Spätsünder. Ja, manchmal, manchmal ist mein Bot ein bisschen langsam. Das ist richtig. So, ähm... Genauso wie am Bann. Gibt viele Möglichkeiten, wie du arbeiten kannst, abhängig von der Branche natürlich. Ja, 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 das... Ja, also, ja. Schlussendlich... Also, ich kenn's, wie gesagt, aus den No-Hood-Runs, ähm, in DS3. Und es ist, äh... Du läufst halt wirklich blind durch die Gegend. Du hast wirklich das komplette Muscle-Memory. Du weißt, wo du deinen Controller hindrehen musst. Du musst halt wirklich nicht drüber nachdenken. Wo du ein bisschen nachdenken musst, wobei das ist auch mehr Reagieren dann bei den Bossen. Und du musst halt vor allem, ähm... Ohne drüber nachzudenken, auf die Patterns reagieren. Das ist eigentlich das, das, das große Training in dem Ganzen. Die Routen sind selten das Problem, sag ich mal. Aber ja, gerade, also gerade was, was, äh... So, so Challenge Runs betrifft, wo am Ende irgendeine Zahl steht. Ähm... Das sind eigentlich die, von denen ich mich persönlich dann losgesprochen hab, ne? Ja, also... Ich werde keine Speedruns machen. Ich mach keine, äh... No-Hit-Runs mehr. Ich werde auch keine No-Death-Runs machen oder sowas in der Richtung. Weil da ist am Ende eine Zahl das zielt. Das ist für mich das Kriterium. Was ich immer noch mache, sind so Sachen wie momentan ein, ein ungelevelter Run in Elden Ring. Ähm... Und holy shit, das ist schwer. Aber da steht am Ende keine Zahl. Und wenn ich drei Stunden lang bei einem Boss sterbe, dann sterbe ich halt drei Stunden lang bei einem Boss. Irgendwann fällt der schon. Ähm... Ähm... Ne? Da ist dann eher so, dass das Durchkommen, das Ziel. Irgendwann die Credits zu sehen. Und vielleicht noch ein bisschen was extra. Mal gucken. Ähm... Du hast auswendig lernen. Ja, 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 es ist, äh... Ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Du kannst es auch nicht, Jessie. Ja, okay. Du machst öfters eine No-Cheat-Challenge. Uh... Das ist nice. Challenge ist auch teilweise Ego. Ich glaube, das Ego spielt viel mit, ja. Es ist, äh... Das spielt sehr, sehr viel mit. Also... Ich weiß gar nicht, wer von euch alles da war bei meinem, äh... Damaligen Run. November 2019 war's. Äh... Also ich mein No-Hit-In-DS 3 geschafft hab. Ähm... Das war halt schon sehr, sehr geil. Und, äh... Das gibt einen gehörigen Boost, wenn man's dann schafft. Also es... Es bringt einen unglaublich aufs nächste Level gefühlt. Ähm... Danach war's dann tatsächlich aber großartig eine Ego-Sache. Weil ich hab dann andere Runs in DS 3 probiert. Ich hab den Run in DS 1 probiert. Am Ende... Da hab ich gemerkt... Ja, scheiße. Und das hat mir einfach auch mental nicht gut getan. Ob das jetzt wirklich das Ego war, weiß ich nicht. Aber das Ego hat halt mitgespielt. So von wegen... Hey, ich hab das da geschafft. Warum schaff ich das hier jetzt nicht? Und das spielt... Da unglaublich mit. Und es kann dich halt auch bremsen. Ne? Die waren halt auch einer der Gründe, warum ich... Nicht so wirklich viel Spaß an meinen Streams hatte. Weil ihr wart super. An euch lag's nicht. Aber mich hat einfach das Spiel gefrustet, ne? Und ich hatte dann halt auch relativ wenig Lust da drauf, was das angeht. Es zieht einen irgendwann runter. Oh ja. Oh ja. Und wenn du dann sowieso mental schon... Ähm... Sag ich mal... So... Angeschlagen bist, sag ich jetzt mal. Ähm... Dann ist das nicht hilfreich. Dann ist das absolut nicht hilfreich. Und äh... Ja. Jetzt kommen wir eigentlich dahin zu dem, was ich irgendwann mal im Comeback erzählt hatte. Aber nein. Sagen wir es mal so. Das Programm dieses Streams oder dieses Kanals ist so, wie es ist, aus Gründen. Auch mentale Gründe. Ähm... Ja. Oh mein Gott. E.O.L. folgt seit fast dreieinhalb Jahren. Holy shit. Ich streame schon so ewig. Und ich bin immer noch nicht Partner. Macht Werbung für mich. Ist halt lieb zu mir. Ähm... Ja. Und Adel war dabei. Ja, stimmt. Adel war dabei. Das ist richtig. Das ist... Abs... Absolut richtig. Da war ne Fliege. So. So. Ihr folgt alle schon so lang. Oh mein Gott. Ivo hat auch schon fast die drei Jahre auf dem Tacho. Uff. Das ist ja völlig wild. Wenn ich mehr Zuschauer brauche, Katzensteaks und Fortnite-Stream. Äh... Nein. Was? E.O.L. folgt länger. Irgendwann hast du ihn. Irgendwann holst du ihn ein. Nö. Nicht sicher. Nicht sicher. Eieieiei. Da kannst du nicht mitreden. Ja. Das ist... Das ist... Das ist krass. Ich streame ja schon seit ewigen Zeiten. Ich glaube 2018 hatte ich meinen ersten Stream. Lass mich mal kurz gucken. Twitch-Tracker? Äh... Mit mir bitte hinten dran. Hier. Lass mich mal schauen. Du hast Benni nur durch... Äh... Achso. Nur mich durch... Durch Tondi gefunden. Äh... Nein. Mich nur durch Tondi gefunden. Ja. Ja. Tondi ist... Äh... Ja. Korrekt. Korrekt. Stimmt. Viele damals. Viele damals. So. Wann war mein erster Stream? Das war der... 17. Juni 2018. Also wirklich angefangen habe ich dann aber erst 2019. Ähm... Ähm... Äh... 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 Ach schön. Tondi hast du ewig nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Äh... Äh... So. Wo waren wir jetzt eigentlich? Bevor ihr mich hier mit, mit euren, mit euren Follow Ages, äh... Aus dem Dings gezogen, äh... Aus dem Dings gezogen habt. Ja, richtig. Richtig beim, beim, beim Ego. Ähm... Dass das eine ganz, ganz große Dings mitspielt. Also es ist, glaube ich, auch einfach eine Ego-Sache. Also so, so ein Run kann unglaublich, dass das, äh... Das Ego-Boosten oder auch nach unten ziehen. Ähm... Das, glaube ich, kann man so festhalten. Je nachdem, wie komplex der ist, natürlich. Ähm... Jetzt so... Ich sag mal jetzt, wenn ich in Tinykin sagen würde, ja, mein Gott, ich hab 99%, ähm... Dann wäre das jetzt doof. Aber wenn ich nicht die 100% als Ziel hatte oder so, dann... Ne, ist ein doofes Beispiel. Aber, ne, das, das würde nicht so wahnsinnig runterziehen, glaube ich, wie, äh... Du hängst ein halbes Jahr an irgendwas dran. Ähm... Also, von dem her... Du bist damals nur wegen deinen Freunden in dieser No-Hit-DS-Ecke gelandet. Ja, hi! Ich bin der Ausbruch aus der No-Hit-DS-Ecke. Ich hatte das mal. Ich mach das nicht mehr. Man sieht das übrigens auch sehr, sehr schön an meinen Follower-Zahlen, die, äh, absolut stagniert sind. Ähm... Weil irgendwie die ganzen Leute, glaube ich, von damals... Ich hab da ja keine Liste. Ich sehe ja nicht, wer entfollowed. Ähm... Ich sollte das mal... Ich sollte das mal beobachten. Ähm... Ne, so, so die ganzen Leute, die, glaube ich, damals über Souls reingekommen sind, sie sortieren sich langsam raus. Und genauso langsam kommen halt neue Leute mit rein. Und ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bevor dieser Follower-Counter wieder wächst. Ähm... Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eine Sache, mit der hatte ich gerechnet. Also... Dass sich das mal irgendwann durchkonsolidiert. Ähm... Aber... Ja. So what? Happy Dingens hat das ganze No-Hit-Gedüns erfunden? Nein. 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 Das ist, äh... Tatsächlich... Sehr falsch sogar. Hop war... Also, Happy Hop war der Erste, der einen DS1-No-Hit-Run geschafft hat. Versucht haben, ist zeitgleich, aber noch drei oder vier andere. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer alles. Ähm... Wo ich mir sicher bin, dass, äh... Squilla-Killer dabei war. Also Squilla und, ähm... Farrah's Khan. Müsste auch noch dabei gewesen sein. Und dann, glaube ich, noch zwei andere, deren Namen inzwischen mehr oder weniger in der Geschichte verschwunden sind. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da gibt's sogar eine, äh... Quasi eine Doku. Ähm... Ich glaube sogar, Squilla hat die gemacht auf YouTube. Die ist echt gut. Ähm... Wo er die ganze Geschichte von diesem, äh... Von, von, von No-Hit und so beleuchtet. Also... Kann man sich durchaus mal anschauen. Wie entfollowt man? Aufs Herz klicken. Das zerbricht dann in zwei. Und danach wirst du gefragt, ob du wirklich entfolgen willst. Und wenn du dann immer noch Ja drückst, dann... Stirbt irgendwo... Ein Grashalm oder so. Ja. So ist das. No-Hit gibt's doch von Anfang an. Pac-Man, Asteroids und Co. War das Spiel, äh... Ja noch einen Treffer... Was? War das Spiel ja noch bei einem Treffer meistens aus. Eventuell hat man noch ein extra Leben. Ja, prinzipiell. Ja, prinzip... Ja, schon. Aber so, so wirklich dieses... Dieses No-Hit, was sich halt aus... Aus Souls heraus entwickelt hat. Ähm... Das, was man jetzt quasi auch als No-Hit kennt. Sag mal. Das ist kein Zug, der vorbeifährt. Ich glaube, wir haben Gewitter. Lass mich mal kurz aufs Regenradar gucken. Aber ich glaube, wir haben... Gerade Gewitter da draußen. Oh, ja! Hallo, Gewitter. Äh... Würdest du bitte... Oh, ja. Das zieht voll hier rüber. Oh, nice. Also, wenn ihr es mal rumpeln hört, ist das ein Gewitter. Wenn ich wechseln sollte, habe ich keinen Strom mehr. Ja, gut. Sehr schön. Normale Leute gucken aus dem Fenster. Ich aufs Handy. Hinter mir Greenscreen, der von der Decke hängt. Da Rollo, das runtergefahren ist. Gut, das könnte ich theoretisch hochfahren. Moment. Meine tolle Fernbedienung. Die auch nicht... Stopp, das ist der... Stopp! Das ist der falsche Rollladen. Der hier ist es. Ihr hört das gar nicht so krass, wie ich dachte. Das ist ja heftig. Ihr hört das gar nicht, wie ich vermutet hatte. Oh, cool. Also, ich gucke. Das Fenster ist sogar geputzt. Ich sehe, dass es regnet. Ich sehe Wolken. Meine Scheiben werden nass. Also, es regnet gut. Ich sehe aber keine Blitze oder so. Das ist jetzt relativ langweilig gerade. Außer, dass es... Alter! Es regnet Vollgas. Ich mache mal wieder zu. Das ist ja eklig da draußen. Das ist ja furchtbar. So. Gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier nachholen. Du würdest auch sagen, auch ohne Ego macht man Challenges, wenn einem Spiel richtig gut gefällt oder aber ein wiederholter normaler Spieldurchgang zu langweilig ist, dass man sich eine Herausforderung sucht, um sich das Spiel interessant zu halten. Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Also, beim Ego, glaube ich, sind es eher so diese Extrem-Challenges, die man dann machen kann. Ja, ja. Das ist ein guter Gedanke. Sehr gut. Bei dir, Sheppard, ist auch richtig. Ballert krass. Ja, okay. Ja, wenn ich durch diese Kopfhörer durchhöre, dann... Ja, definitiv. Warum auch hochfahren? Ja, nur um zu gucken, wie das Wetter ist. Maximal. Macht mir den Regen-Stream. Nein. Ihr könnt ja rausgehen und durch den Regen tanzen. Das... habe ich jetzt nicht das große Problem damit. Aber... Nee. Nee. Fenster-Camp incoming. Na, ihr habt meine Fenster schon gesehen. Unter anderem über die... Also, als wir den Langhals zusammengebaut haben in Lego. Da habt ihr meine Fenster gesehen im Hintergrund. Also, das bisschen Glas und das Rollo halt. Ach, schön. Ach, schön. Schön, schön, schön. Was sollst du nur ohne uns machen? Du könntest niemals entfolgen. Der arme Grashalm. Ja, ja, ja. Das ist... Ja. Absolut. Absolut. Was willst du auch ohne uns tun? Ja, das ist absolut richtig. So. Was ist als Challenge zählt? Du hast... Was? Ach so. Zum Kopftrainieren früher Blindschach gespielt. Gut, wir reden jetzt prinzipiell erstmal von Videospielen. Aber Blindschach ist tatsächlich auch spannend. Also, es ist definitiv krasser als normales Schach. Also, ich würde es auf jeden Fall als Challenge zählen. Gibt ja auch durchaus die ein oder anderen Runs. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber es gibt ja Leute, die... Gerade FromSoft Games, da kenne ich es halt am besten. Weil ich das Ganze natürlich etwas verfolge. Die, die halt mit Augenbinde und so von vorn bis hinten durchgespielt haben. Also, komplett blind. Alles. Völlig Banane. Total krass. Teilweise gibt es sogar blind. Also, mit Augenbinden Speedruns und so. Und die Rekorde sind gar nicht mal übel. Was halt völlig krass ist. Ja. Das ist halt richtig, richtig, richtig heftig. Also, ja, ich würde schon auch als Challenge zählen. Durchaus. Vor allem gerade bei Schach musst du dir ja dann auch merken, wie deine eigenen Figuren stehen, etc. Wie die Gegnerfiguren stehen. Wie kriegst du mit, dass die Gegner... Wie sich die Gegnerfiguren bewegen. Das hat vermutlich jemand, das hat dir wahrscheinlich jemand mitgeteilt. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber, äh, die wurden angesagt, ja. Ja, ja, ja. Ja, es ist... Also, das ist... Wobei... Das ist mehr so eine Denksport-Aufgabe als ein Challenge-Run, oder? Würde ich jetzt mal fast... Also, schwierig tatsächlich. Schwierig. Den üblichen Developer-Challenge-Run-No-Test. Ja, den kenne ich auch. War Kopftraining. Ja, 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 ja. Hast du die ganze Zeit bei mir was verpasst? Warum hast du nicht schon eher gefolgt? Ich weiß es nicht, Jesse. Das ist eine Frage, die nur du dir selbst beantworten kannst. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. Challenge-Run in Schach. Benni, nur mit Bauern spielen. Ey, dann überfahre ich dich aber. Aber sowas von. Da kann... Also, da... Ja. Dann hast du keine Chance. Wenn ich nur mit Bauern spiele, muss ich nicht groß nachdenken. Dann mache ich dich fertig. Dein König ist jetzt schon in Gefahr, bevor wir überhaupt angefangen haben. Meine Schachbauern haben nämlich Trecker. Und zwar die Dragster-Trecker. Die, die 400 Meter in 0,3 Sekunden fahren. Ne? Du spielst Schach ohne zu denken. Das kann ich auch ganz gut. Ja, das kann ich tatsächlich auch ganz gut. Oh Gott, ja. Schön. Schön, schön. Was fällt mir denn jetzt gerade noch zu dem Thema ein? Tatsächlich. Ich habe hier noch so ein paar Formate aufgeschrieben. Aber ich glaube, zu denen sage ich gleich mehr. Weil du es vorher nicht wusstest. Du hattest mich zwar ab und zu bei Zierdang gesehen, aber du wusstest nicht, dass ich selber streame. Ja, ich bin auch nicht die Person, die es groß an die Glocke hängt. An den Nagel hängt. An die Glocke haut. Wie heißt denn das? Die es wahnsinnig groß publik macht. Eigenwerbung und so. Ja, Ivo weiß, wovon ich spreche. Wobei, Zierdang ist so jemand, da kommt jemand in den Chat. Shoutout. Das finde ich bei Zierdang tatsächlich sehr witzig. Du schreibst Hallo, Zierdang so. Shoutout. Der verteilt einmal so gern Shoutouts. Das ist teilweise schon echt so, dass ich da sitze und so. Hoffentlich macht er keinen Shoutout. Hoffentlich macht er keinen Shoutout. Bitte keinen Shoutout. Nicht schon wieder Rampenlicht und so. Nee. Ich will doch eigentlich nur Hallo sagen. Ja. So. Gut. Schön. Sehr schön. Zudem bei Speedruns. Findest du nicht so geil, weil halt viel mit Glitches etc. gearbeitet wird. Aber andere Sachen wie Skyrim, nur Summoner oder so ist schon interessant. Ja, bei Speedruns gibt es ja tatsächlich, da gibt es ja meistens verschiedene Kategorien für Glitchruns. Und also normale Runs, sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich. Also ich finde beides sehr, sehr spannend. Zum Zuschauen finde ich Runs ohne Glitches tatsächlich auch spannender, weil man mehr vom Spiel sieht. Man sieht besser, was passiert, sage ich jetzt mal. Ob man es nachmachen kann, ist immer so eine Sache. Manche Sachen sind schon unglaublich präzise. Aber ich finde es auch immer wieder sehr faszinierend, wenn ich mir so einen, so einen, so einen... Ich weiß nicht, kennt ihr den Weltrekord in, in Elden Ring Speedruns? Also jetzt, äh... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kategorie heißt. Ähm, lass mich mal kurz nachschauen. Äh, das war... Unrestricted. Genau. Das ist ein Glitchrun. Das ist... Du stellst den, äh... Du spielst komplett Elden Ring durch. In 3 Minuten 56. Das ist aktuell der, ähm... Der Weltrekord. Das ist super spannend zum Zuschauen. Nicht deswegen, weil man wahnsinnig viel sieht, sondern weil es unglaublich präzise ist. Aber, also so wirklich zum Zugucken oder so, ist Glitchless deutlich interessanter. Und selbst da liegt der Weltrekord inzwischen unter einer Stunde. Wow. Unter einer Stunde. Holy shit. Okay. Wow. Das ist völlig insane. Das ist völlig insane. Okay. Gut. Ja. Aber, äh... Ja, also so zum Zuschauen ist das... Also, man sieht halt bei Glitchless Runs deutlich, deutlich mehr. Deutlich mehr. Ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die existiert. Und finde ich auch persönlich ein bisschen spannender zum Zuschauen. Wobei ich es faszinierend finde, wie es mit Glitches teilweise aussieht. Ähm, also gerade auch, auch Breath of the Wild oder so, ist ja auch so ein Ding. Das ist ja in wenigen Minuten durch. Und, ähm, was machen die? Die erwachen mit, äh, mit Link in dem Raum. Hüpfen dann irgendwie durch die Welt durch nach oben. Schnappen sich einen Stock. Holen sich die Bomben. Fliegen zu Hyrule Castle. Glitschen irgendwie in den Bossraum rein. Hauen dreimal drauf. Fertig. Was? Irgendwie so. Also. Ja. Ähm, das, 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 das ist absolut insane. Das ist absolut insane. Hm, hm. So. Äh. Morrowing Speedrun mit Glitch. Glaubt bei drei Minuten aber richtig sehen. Ja, genau, genau. Das ist ja das, was ich auch gerade bei, bei Elden Ring gesagt habe. Das ist absolut insane. Der schnellste Speedrun mit Glitch Club bei 0,1 Sekunden. Hast vergessen, welches Spiel. Warte. Warte. Ich, ich habe da zufälligerweise einen Channel. Ähm. Ne. Äh. 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 Speedrun. Äh. Dot com. Ich weiß nämlich zufälligerweise ein Spiel, das in 0,1 Sekunde durchgespielt ist. Oder 0,3. Auf jeden Fall, äh. Irgendwie sowas in der Richtung. Roller. Coaster. Äh. Gleich Kun 2 müsste das sogar sein. Äh. Leader Bones. Ach so. Ja gut, nicht das ganze Spiel, sondern Dingens. Äh. Ah, das ist jetzt doof. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht für, für, okay, wartet mal. YouTube. Da weiß ich nämlich zufälligerweise nach, was ich suchen muss. Äh. Da, 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 da. Die da. Die da. Die hatten du. Ähm. Da. Stop. Aus. Ah, okay. Der Park hat 1,56 Sekunden gedauert. Ja, okay. Das hat 1,56 Sekunden gedauert. Ja. Du findest Spiff? Spiffing Britt. Ja, ja. Das ist großartig, wie der Spiel hier kaputt macht. Deswegen mag ich auch zum Beispiel, äh, Let's Game It Out sehr, sehr gern. Holy Shit. Erstens die Stimme. Zweitens das, was der mit Spielen anstellt, ist einfach nur, das ist unmoralisch. Mach das nicht mit Spielen. Die armen Spiele, die können nichts dafür. Und Hallöchen Theis. Der kann auch nichts dafür, dass er hier gelandet ist. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Theis, wie geht's dir? Hallöchen, Hallöchen. Schön, dich mal zu sehen. Warte mal. Solltest du? Nee. Ah, nee. Nee. Morgen. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Twitch ist ein Dorf. Twitch ist ein Dorf. Das ist absolut richtig. Ganz wein geht's dir. Sehr schön. Mir? Ja, ich bin voll gefressen. Ich schaff's kaum, meinen Kaffee zu trinken. Ansonsten geht's mir super. Es ist Wochenende. Also, ich kann nicht meckern. Wochenende und so. Also, ja. Die Welt könnte schlechter sein. Wir haben draußen Gewitter. Aber das stört mich ja nicht. Außer meine Fenster neben mir zerbersten ganz plötzlich. Und dann habe ich aber, glaube ich, auch ganz andere Probleme. Also, ganz andere Probleme. So. Könnte schlimmer sein. Könnte viel schlimmer sein. Hallöchen, Mario. Was hast du verpasst? Gab's den No-Hit-Rant schon? Was für ein No-Hit-Rant? Warum sollte ich darüber ranten? Also, ich bitte dich. Das wäre ja schlimm. Das wäre ja tatsächlich schlimm. Also. Aber was habt ihr beide denn eigentlich zum Thema Challenger zu sagen? Das passt sehr, sehr gut. Neue Einblicke. Weil sonst müsste ich so langsam mit dem Spiel starten. War das schon Topic? Ja, tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ich bin selbst begeistert davon. Weil wir haben auch schon mal eineinhalb Stunden einfach nur so gequatscht. Bevor wir zu irgendeinem Thema gekommen sind. Geistige Zerstörung durch Challenges. Oh ja. Das hatten wir. Das hatten wir. Dass ich das fertig machen kann. Aber sonst? Du machst ein Chicken-Wing-No-Glitch-Speed-Run? Oh. Das ist schön. Was sollst du auch großartig sagen zu Challenge-Runs als Admin von Challenge-Souls? Weiß ich nicht. Du kannst ja auch Admins sein und den Server administrieren. Aber rein theoretisch solche Runs auch total scheiße finden. Weil du dich irgendwie satt gesehen hast an dem Ganzen. Und keine Ahnung was. Und keinen Bock mehr hast. Theoretisch. Also. Würde jetzt. Auch gehen. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Ach Gott. Irgendwann muss ich Kekwee tatsächlich mal aufnehmen. In meine Emote-Liste. Ich mag das Emote immer noch nicht. Aber ich muss es tun. Glaube ich. Du glaubst, du wirst niemals satt davon. Schon knapp über zwei Jahre. No-Glitch-Runs ist Daily-Business. Und du liebst es immer noch. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Also. Du bist aber auch super erfolgreich in dem Ganzen. Muss man jetzt auch dazu sagen. Ich glaube, das macht viel aus. Das macht tatsächlich viel aus. Du schaffst es halt immer weiter, dich zu verbessern in dem Ganzen. Was bei mir jetzt leider nicht so gut funktioniert hat. Wäre jetzt tatsächlich spannend. Was machst du in so einer Flaute? Oder was wäre wenn? Das wäre tatsächlich eine sehr interessante Was-wäre-wenn-Frage. Was passiert, wenn Mario ein halbes Jahr lang keinen Schritt vorwärts kommt? Glaube ich. Sowas in der Richtung. Ist auch absolut nichts für jeden. Ja, wobei. Wobei. Das ist jetzt auf No-Hit bezogen. Also. Ne. Dingens. Es gibt. Es gibt schon diverse Challenge-Runs. Es gibt ja glücklicherweise nicht nur No-Hit. Es gibt glücklicherweise nicht nur Souls. Ich weiß, das klingt merkwürdig. Aber es gibt andere Spiele außerhalb von Souls. Hashtag Werbung. Hier seht ihr einige davon. Das ist bestimmt 8 Runs, die du nie zu Ende gemacht hast. Es passiert halt, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann macht man halt eine andere Challenge. Das erinnert mich sehr. Das erinnert mich an unseren SL1 Run, den wir damals in DS1 gemacht haben. Der war super witzig. Der war super witzig. Bis auf Manus. Der war ein Arsch. Oder den Item und Enemy Randomizer. Der war auch super witzig. Das hat super viel Spaß gemacht. Das hat tatsächlich super viel Spaß gemacht. Hat er trotzdem nicht dagegen geholfen. DS1 ist immer noch deinstalliert, oder? Lass mich kurz nachschauen. Dark Souls. Ja, ich habe DS2 installiert. Aber Dark Souls 1 ist immer noch weg vom Rechner. Fress, Lurk. Alles klar. Dann lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Du kannst mit Randomizer nichts anfangen. Oha. Oha. Warum? Wenn ich fragen darf. Was stört dich da dran? Ich finde Randomizer tatsächlich super witzig. Zum einen ist es durchaus eine Challenge. je nachdem, wie man die auch konfiguriert hat. Oder und, 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 und Dingens. Und wenn du das gleiche Spiel tausendmal durchgespielt hast, kann das das Ganze sehr, sehr aufpeppen. Also ich kann es nur empfehlen. Tatsächlich. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich einen Hollow Knight Randomizer spiele, aber dafür habe ich zu wenig Ahnung von Hollow Knight. Das ist das Problem. Du hast bis heute keinen einzigen Randomizer Run gespielt. Das solltest du mal machen. Und dann machst du es am besten nicht so wie ich in DS1, wo du das letzte Item suchst. Du brauchtest, was war denn das? Die Puppe, um in die gemalte Welt zu kommen. Und wir haben überall im Spiel gesucht. Wirklich überall. Wir sind durch jedes einzelne Level durch. Durch jedes. Und dann lag das Item vor dem Gemälde. Vor dem Gemälde. Da, wo man es definitiv nicht erwartet in einem Randomizer Run. Hast du zum Gemälde gekämpft? Das Item aufgehoben? Ja. Es war das letzte Key-Item, das wir brauchten. Das war halt... Ja, schön. War gut. Hollow Knight ist Hammer. Hollow Knight ist absolut Liebe. Problem ist, ich kenne mich halt wirklich einfach zu schlecht in dem Spiel aus, als dass ich mir jetzt einen Randomizer zutrauen würde. Weil, ja, ich bin auch viel zu schlecht in Movement Tags oder in dem ganzen Movement, was man bräuchte. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich, wenn die Level doof zusammengebaut sind, erstmal gar nicht weiterkommen, weil ich es nicht schaffen würde, diese Klippe zu überqueren. Path of Pain habe ich nie geschafft. Nicht mal den Einstieg da rein. Am Ende des Tages sind Challenge-Runs einfach nur mentale Herausforderungen. Sich selbst zeigen, dass man Challenge XY überwinden kann. Ja. Wobei, es muss nicht immer mental sein. Es gibt ja auch Challenge-Runs, die sind relativ schnell mal nebenher gemacht. oder die sind mental nicht anstrengend. Wenn ich jetzt an eine, wie spricht man das aus? Pokémon Nasslocke oder Nasslocke? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nutzlocke. Denke, da muss man wahrscheinlich relativ viel über Spiel wissen, um das effektiv spielen zu können. Aber das finde ich jetzt nicht mental anstrengend an der Stelle. Nicht so wie, mir fehlt leider der Vergleich. In Souls wurde dann wieder ein Boss-Fight vor dir hast und alles davon abhängt, mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, man hat da verschiedene Dinge, was das angeht. Also, die mentale Herausforderung, weiß ich nicht, ob man die wirklich immer dabei hat. Oder so ein 100%-Run, wie wir den jetzt in Tinykin machen, haben wir vorhin auch festgestellt. Kann man auch durchaus als Challenge sehen. Aber das ist halt einfach nur aufpassen, wo Sachen sind und einsammeln. An der Stelle. Mehr oder weniger. Wenn man keinen Spaß mehr hat, sollte man sich nicht zwingen, es durchzuspielen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Man macht es, um Spaß zu haben. Ja. Und sich so ein bisschen vielleicht selbst zu beweisen. Vielleicht auch anderen. Ich glaube, das ist manchmal auch gar nicht so gar nicht so 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 abwegig, dass man es einfach anderen auch zeigen will, was man drauf hat. Aber da sind wir wieder beim Thema Ego-Boost. Du kommst halt aus der No-Hill-Speed-Run-Ecke. Ja, I know. I know. Du kennst nur noch das als Challenge-Runs, ne? Du konntest dich in der Sekiro-Ecke sehen. Da habe ich tatsächlich hier auch noch stehen Sekiro im Hard-Mode. Was wir ja auch noch on-Stream mal ausprobiert hatten, wo ich dann auch festgestellt habe. Ja, das ist gar nicht mal so geil, wenn man die Glocke bimmelt und den Charm zurückgibt. Vor allem mit dem NG+, wenn man eh schon kaum durchs NG gekommen ist. Ja, das war für mich auch eine Challenge. Eine, die ich dann irgendwann abgebrochen habe. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt noch mehr abgebrochen, aber hey, Details. Viele kämpfen halt brutal mit ihrem Stolz und können sich nicht eingestehen, dass es nichts für sie ist. Ja, 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 richtig, richtig. Machen dann acht Monate weiter und haben null Spaß. Hallo. Aber ich hatte wenigstens die Null. Das war halt das Ding. Ich hatte die Null und ich wollte gucken, was noch geht. Ich setze mich mal wieder in die Lounge. Ja, hi. Oh mein Gott, ist das ungewohnt, dass Hans spricht. So ohne Vorwarnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lp, danke schön für 37 Monate. Ja, Hans hat deine Nachricht hervorragend vorgelesen, offensichtlich. Schön. Oh Gott, das kam so aus dem Nichts. Ich brauche doch dringend irgendwas davor. Oh mein Gott. Lp, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich stehe für immer auf der Team Hitlers Website. Ja, vor allem mit einem Link zu einem Run, wo der Link nicht mehr funktioniert, weil da irgendwann dann die MCA dazwischen kam und ich das Wort runternehmen musste und ich seitdem es nicht geschafft habe, das irgendwie nochmal irgendwo anders hochzuladen und ja. Wenn ich dir den Link gebe, machst du es jetzt. Dafür müsste ich es erstmal irgendwo hochgeladen haben. Ne? Das ist die Sache. Ich habe nichts, wo ich es hochgeladen habe. Ich wollte das irgendwann mal kommentieren. Vielleicht machen wir das mal im Stream. Es ist ja sowieso demnächst Karas gegen die Welt Teil 2 oder was heißt irgendwann demnächst? Irgendwann in den nächsten Monaten. Vielleicht machen wir dann so eine kleine Also erstens einen Ausflug heraus aus der Indie-Welt. Zweitens vielleicht schauen wir uns da nochmal meinen ersten Run an. Ohne Ton, weil Musik, aber dann habe ich zumindest irgendwas, wo ich es hochgeladen habe. Dann habe ich zumindest irgendwas, wo ich es hochgeladen hätte. Wenn es auch nur ein Commentary ist. Oh mein Gott. Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Du, das ist jetzt auch nicht, dass Hans was sagt. Ja, Hans ist back. Back in town. Baby. Ich sollte ihm nur irgendwie ja, ich muss dringend die Alerts umbauen. Kann ich den Bug von Hans? Hans. Was? Die haben alle einen Bug. Diese Sprachdinger. Das ist geil animiert. Es ist so gut animiert, ja. Es ist, ich bin so happy über die neuen Emotes. Ich bin so happy. Aber welchen Bug meinst du? Bedenke, ich nutze weder Stream Elements noch Streamlabs noch Tippy Stream noch irgendeinen anderen Streaming Service für Hans. Ich habe mein eigenes Amazon Konto. Also Amazon Web Services Konto für Hans. Ich spreche den direkt über die API an. Aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Was für ein Bug. Oh Gott. Das ist aber nicht so ein komisches Emote Ding, oder? Wenn du bei Hans so so beliebig will er so eingibst, verbackt der und macht für einmal so drei Wörter. Lassen Sie uns das testen. Moment. So, 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 so. Ich schreibe das jetzt viermal da rein. Und dann wähle ich Hans aus, wenn ich ihn finde in dieser langen Liste aus Stimmen. Hier. Da. Hans. So, 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 so steht da. Unterstrich Wig Unterstrich Card Unterstrich So Unterstrich Sonntag Unterstrich Wig Unterstrich Card Unterstrich So Unterstrich Sonntag. Was? Er erkennt das als Sonntag? Moment, was sagt er bei, wenn ich da nur ein so 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 was? Wenn ich jetzt das maximale Zeichenlimit mit SO nehme, lauert er halt 5 Minuten Wenn das jemand von euch macht, muss ich das abbrechen. So viel schon mal vorausgesagt Aber okay, cool, ja gut Ist halt doch nur einfach eine ziemlich dumme Stimme, so gesehen, was das angeht Ist halt auch nicht so schlau Ah nein, jetzt hab ich Hans sowieso gerade getötet Moment, ich muss die Software nochmal neu starten So jetzt läuft hervorragend Okay Ja gut, wir hatten vorhin eh schon Spaß mit Amazon Polly dem wunderbaren Webservice dahinter und haben die WS-Stimmen getestet und angehört Ja, sagen wir es mal so Japanisch war einer meiner Favoriten und Koreanisch war auch sehr schön Ja, das war tatsächlich nicht schlecht So Okay Hat auch nur Hans Ja, verstehe Verstehe Ja, keine Ahnung, was was dann da passiert Ja gut Ähm Leute Dann würde ich euch jetzt aber glaube ich mal kurz in eine Pause schicken Wenn ich so drüber nachdenke Äh Weil wir sind jetzt Boah, seit fast zwei Stunden dabei Und Ich glaube, wir können danach einfach mal ganz gediegen Tinykin starten Ähm Moment Ich wechsle schon mal den Hintergrund So Ne Und dann können wir da weiter sammeln Das wird toll Das wird super Ich freue mich so auf dieses Spiel Ne Ich habe mich so drauf gefreut und ich freue mich immer noch da drauf Es ist halt einfach purer Sammeltrieb Und Sammeltrieb ist toll Hahahaha Deswegen Leute Wie gesagt Ähm Ich schicke euch ganz kurz in die Pause Ich blende mich schon mal aus Und dann könnt ihr ja mal ganz kurz gucken Von wegen Moment Ich blende mich wieder ein Da kommt nämlich noch was Zum Thema Challenge Du schastest es gerne an Aber selber spielen Äh Nein Ähm Das muss nicht sein Mit einer Ausnahme Souls-Like Für dich auch schon eine Herausforderung ist Oh ja Ha Das ist tatsächlich noch ein spannender Punkt Manchmal ist einfach das Spiel selbst schon eine Herausforderung Ja Das war Souls für mich anfangs auch Stimmt Ja Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen Tatsächlich Finde ich Ein sehr guter Punkt Ein sehr guter Punkt Finde ich gut Finde ich als Abschluss sehr gut für das Thema jetzt erstmal Ähm Genau Dann jetzt Päuschen Und äh Ne Versucht mal in Tetris Einen neuen Highscore aufzustellen Da steht noch eine 3 Oben Also steht nirgendwo Aber Ähm In meinem Kopf steht die Ähm Und ne Ich blende mich aus Ihr könnt es nochmal probieren Und dann sehen wir uns gleich wieder Zu Dem Spiel hier im Hintergrund Heineken Ich freue mich So Pause Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo haben wir denn noch so ein Dingens? Warte mal. Genau, und das hier sind die Eier von den Tinykins. Oder Tinykin. Wie gesagt, keine Ahnung. Und da kommen die dann raus. Wenn wir da drüber laufen. Und die Sache ist die, wir sind offensichtlich die einzige Person, bei der das irgendwie passiert. Also, sonst kann das hier niemand. Sonst hat hier niemand den Draht zu den Tinykin. Oh shit. Also nicht so wie wir. Ach so, und storytechnisch, wir sind Milo. Wir sind der kleine, rosa-haarige Typ hier. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach intelligentem Leben, außerhalb unseres eigenen Planeten. Und sind dann irgendwie hier auf der Erde gelandet. Und wir haben bisher weder Menschen gesehen, noch sonst was. Dafür wurden wir irgendwie geschrumpft und sind hier in eine ganze Zivilisation aus verschiedenen Insekten, etc. Was weiß ich, reingekommen. Und jetzt helfen wir denen, um uns selbst zu helfen und unser Raumschiff quasi, glaube ich, wieder zu bauen. Oder irgendetwas, das uns helfen soll, wieder groß zu werden und hier raus zu kommen. So viel zur Story. Es gibt tatsächlich eine Story. Ich bewache die Steuerbehörde. Die haben es in den Arm, die reichen sind reich. So ist das eben. Mir wurde gesagt, wer Fragen stellt, bitte geht Prügel. Okay. Ey. 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 Ich komme da nicht rein. Wir können ihm nur auf den Kopf rauf... Okay. Er hat einen Malerhut auf und braune Haare. Nee, tatsächlich nein. Er hat pinke Haare. Oh. Ja, das... Das war... Ja. Benny und Jump'n'Runs funktioniert immer super. Ihr kennt das ja. Oder Plattformer. Meine Spezialität. So. Okay. Ist das hier die Steuerbehörde? Vermutlich. So, noch mehr Gelbe. Dann jede Menge Pollen. Ach so, ja. Und äh... Wir versuchen 100% zu bekommen in dem Spiel. Weil das eigentlich nur Sammelaufgaben sind. Die relativ einfach sogar funktionieren sollten. Gut. Jetzt sind wir offensichtlich in der Steuerbehörde drin. Finde ich gut. Napalm soll brennen, nicht explodieren. Ach, du, mit den richtigen Mitteln kriegt man das garantiert auch zum Explodieren. In irgendeiner Art und Weise. Oh, Steuerbetrug. Nice. Schleich dich in die Vorratskammer in Ambrose. Oh, cool. Ich wollte schon immer mal Steuerbetrug begehen. Liebes Finanzamt, das habt ihr nicht gehört. Das habt ihr jetzt bitte nicht gehört. Das könnte jetzt ein bisschen unpraktisch sein. Als Unternehmer. Ja. Ich glaube, ich muss das für das Wort rausschneiden. Was ich eh nicht tun werde. Weil ich spätestens in 10 Minuten nicht mehr drüber nachdenke. Wir löschen das nachher aus dem Bot. Ja, vor allem ihr. Ja, nee, nee. Das passt schon. Das ist alles in Ordnung. So, was wir gerade suchen, sind eigentlich diese Plakate, wo wir diese Dinger hier anbringen können. Machen wir mal kurz den Shortcut hier auf. Der ist auf jeden Fall sehr praktisch. Oh ja. Oh ja. So. Da sind auch noch ein paar blaue. Für was waren denn die blauen gut? Ah, die blauen waren die Stromteinigen. Ja, genau richtig. Die verbinden Stromkabel miteinander. So, so in der Richtung. Okay, ich muss es ausprobieren. Ja, tut weh. Leute, greift nicht auf den heißen Herd. Macht das nicht. Ich habe das als Kind einmal gemacht. War nicht so schlau. Habe ich danach nie wieder getan. Seitdem weiß ich, Herd gleich heiß. So. Haben wir hier noch irgendwas Hübsches? Jein. Gehen wir mal hier hoch. Ah, da oben ist so ein Ding. Nehmen wir mal an. Wir packen einen Kuchen ohne Mehl. Ohne Zucker, Butter oder Joghurt. Der wäre doch immer noch mehr oder weniger essbar. Oder, Chef? Ich glaube, da esse ich lieber woanders. Ich habe gehört, dass die Mistkeifer besseres essen können. Okay. Okay. Ja, gut. Könnte relativ langweilig sein, der Kuchen. Das ist durchaus, äh, durchaus korrekt. Durchaus korrekt. Du hättest gedacht, ich habe es gemacht, bereut, vergessen und nochmal gemacht. Nee, das ist tatsächlich eine Sache, das habe ich nur einmal in meinem Leben gemacht, dass ich auf eine heiße Herdplatte gelangt habe. Ich kann mich noch ziemlich, äh, gut an den, ähm, etwas schrillen und erschreckten Schrei meiner Mom erinnern. Die in dem Moment etwas geschockt war. Weil sie es mir vorher auch verboten hatte. Aber wie man halt so ist als Kind. Wen jucken schon Verbote? Die sind nur dazu da, dass man seine Grenzen austestet und sie vor allem ignoriert. Und was ist das bisschen Ärger schon gegen das Abenteuer? Kinder sind halt auch einfach doof, ne? Und damit schließe ich mich logischerweise mit ein. So, sehr gut. Da haben wir auch schon mal wieder Post. Das ist sehr schön. Die brauchen wir nämlich auch. Die müssen wir auch noch zustellen. Weil irgendwie hat die Post hier ein ganz, ganz großes Problem. Die machen einfach nichts. Quasi schlimmer als im Real Life. Verbote machen die ganze Sache erst interessant. Ja, irgendwie schon. Hey, du da, du prolet. Ich brauche jemanden, der sich auch mal die Hände schmutzig macht. Ich nutze diesen Tunnel für meine Geschäfte. Und einer meiner Geschäftspartner hat einen sehr wertvollen Edelstein verloren. Am Ende, nach einem Handel. Der Tunnel ist stabil. Ich kann ihn gut. Du musst aber mindestens fünf Schwebeblasen lang gleiten können, um bis ans andere Ende zu gelangen. Selbst ich, selbst kann ich das nicht erledigen. Meine Flügel vertragen die feuchte Luft nicht. Du bekommst aber auch eine Belohnung. Alles klar. Wir haben eine neue Quest. Sehr schön. Wo eigentlich? Ach, da. Oh. Moment. Nee, nicht da. Da drüben. Oh. Wir müssen also von da drüben, da durch, da rein, da. Okay. Alles klar. Ganz andere Ecke von der Küche. Ja, das probieren wir aus. Aber noch nicht jetzt. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch alles Hübsches finden. Einen Shortcut zum Beispiel. Der ist wunderbar. Shortcuts kann man immer brauchen. Absolut immer. Und ich habe gerade irgendwas durchflitzen sehen. Die Böhmers haben geradet. Hallöchen Böhmers und Hallöchen Böhmers, äh, Böhmers, äh, Böhmers, äh, Böhmers, äh, Böhmersche Anhängerschaft? Nennt man euch so? Hallöchen und willkommen. Dankeschön für den Raid auf jeden Fall. Und, äh, willkommen hier bei Tinykin. Äh, einem niederlangen neuen, sehr, sehr niedlichen Spiel. Ein super Spiel, wie ich finde. Ähm, das unglaublich viel Spaß macht. Das ist mein absoluten Knuddelfaktor. Und, äh, ich muss alles sammeln Faktor befriedigt. Und, äh, ja. Es macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und, äh, für alle die, die mich nicht kennen sollten. Hi, ich bin Benni. Wir reden hier über ganz, ganz viele Dinge. Spielen tun wir nur Indies. Und, äh, heutiges Thema waren Challenge-Runs. Tatsächlich. Und, äh, ja, ob die eher spannend oder eher blödsinnend sind. So. Und ihr habt's quasi verpasst. Aber das macht nix. Hallöchen, Mammule. Ein Wunderschönen. Uh. Okay. Gut, es wird jetzt ein bisschen kühler hier in der Küche. Wie es ausschaut. Weil wir haben gerade den Gefrier- oder das Gefrierfach geöffnet. Das ist in Ordnung, glaube ich. Oh Gott, braucht das viele von denen. Ach, du Schande. Neues Achievement. Eisbrecher. Zerbricht den größten Eiswürfel in Ambrose. Ja, das haben wir gemacht, ne? Sehr schön. Sehr schön. Habt ihr letztens bei mir gesehen und habt sofort Bock gemacht, das zu spielen? Habt ihr es selber gespielt? Wartet mal. Wir haben niemanden. Es gibt noch niemanden, der einen Shoutout machen kann außer mir. So, Moment. Shoutout. Bömef. Hier, bitteschön. Ah, stimmt. Das hab ich vorhin gesehen. Ihr habt Splatoon 3 gespielt. Das war das. Ich male alles an, um drüber zu gleiten. Spiel, ne? Sowas in der Richtung. Wer mich jetzt nicht alles täuscht. Also so würde ich es jetzt spontan beschreiben. Sozusagen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie ist es? Wie ist es? Das kam ja heute erst raus. Oder gestern? Nicht sicher, ob heute oder gestern. Auf jeden Fall noch ganz, ganz neu. Challenge runs the nice. Sich selbst zu verbessern. Ja. Ja. Dafür? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, äh... Darf man, glaube ich, nicht, äh... Oder sollte man nicht außer Acht lassen. Dass man das auch irgendwie vorwärts bringen kann. Auch persönlich. Mental. Geistig. Ähm. Körperlich? Möglicherweise. Will ich jetzt nicht ausschließen. Komme ich denn da hoch jetzt? Gar nicht. Cool. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Okay. Von hier aus gar nicht mehr. Oh, warte mal. Da geht es weiter hoch. Oh, 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 oh. Oh. Geheim Raum. Oh mein Gott. Erstmal im Schlafzimmer. Oh. Cool. Wir haben eine Zutat für den Kuchen gefunden. Nice. Leute, haben wir nicht erst Zutaten für den Kuchen gesucht? In Hellpye? Das kommt mir gerade so bekannt vor, jetzt wo ich drüber nachdenke. Hellpye, da... Also, da ging es ja auch um den Kuchen. Äh... Äh... Meine Mods sind wohl schon im Wochenende. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Achso, das ist der Update, das Nintendo je verkauft hat. Aber gut. Netzwerk ist, äh... Immer noch... Äh, was? Immer noch... nicht der Hammer. Okay, okay, ja, verstehe. Verstehe. Also... Ich... So leid es mir tut, aber... Quasi... Ah! Klassische Nintendo. Dinge für viel Geld verkaufen. Für die es eigentlich nicht viel Geld gebraucht hätte. Also, klingt jetzt doofer, als es eigentlich klingen sollte. Aber so, so die klassische Nintendo-Strategie so ein bisschen. Aber hey, solange Spaß macht, lohnt sich's. Ne, solange Spaß macht, ist es ja voll in Ordnung. Auch wenn ich die Strategie durchaus das eine oder andere Mal nicht so wirklich nachvollziehen kann. Muss ich so zugeben. Kommen wir von hier aus an die... Ne, kommen wir nicht ran. Die sind noch ein bisschen zu hoch. Okay, ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Bevor wir das hier vergessen. Wir müssen nämlich alles einsammeln. Das Ziel in diesem Spiel sind 100%. Sprich, alle Achievements. Und dafür müssen wir auch in jedem Level alles finden. Betonung liegt tatsächlich auch auf alles. Bisher funktioniert das ganz gut. Wir haben gestern schon die ersten beiden Level nachgeholt. Wir hatten nur sehr, sehr wenig übersehen. Und das war dann auch gut versteckt. Man musste ein bisschen nachdenken. Aber man kriegt das hin. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel dafür. Ist in Ordnung. Aber 100% sind das erklärte Ziel. Und nicht weniger. Nicht 99%, nein, 100. Definitiv 100. Und Arvin ist der Teufel. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, so schlimm wie bei ihm, also so schlimm wie hier sieht es ja nicht mal bei mir aus. Das ist noch einmal eine ganz andere Sache, den Joghurt und die Butter zu besorgen. Achso. Die sind im Kühlraum der Vorratskammer der Eliten. Okay. Ja, okay. Zeros, die große Libelle bleibt immer in der Nähe des Schlüssels und ihrer Wache. Okay. Wir brauchen also... Ja, das dachte ich mir schon. Also, wir brauchen den Schlüssel. So viel war klar. Für den Kühlschrank. So viel war auch klar. Wir wissen aber noch nicht, wo. Komplizierte Küche für noch kompliziertere Privilegierte. Dieser Kuchen ist ein Riesenaufwand für rein gar nichts. Ja, ne? Ist so. Das sind so generelle Funktionen, die man als Update erwartet hätte, wie Matchmaking, Waffen, Modi, Maps, mit Freunden zusammenspielen, ging im Zweiten nur so lala. Und dann haben die die Polaray zusätzlich hamptiert, um das Netzwerk zu entlasten, kommt aber öfter zu Double KOs. Oh, wow. Ja, gut. Das klingt ein bisschen nach an der falschen Stelle gespart. Oha. Oha. Der Schrank ist sehr barrikadiert, aber ich habe eine Idee. Wir können diesen Toaster als riesige Kanone benutzen. Wir müssen ihn nur einstecken. Ach, der Schrank, da. Oh. Da, wo die Elite... Oh, okay. Oh. Da ist die Steckdose. Wie viele blaue Tinykin haben wir? Genug. So. Was hast du zu sagen? Das war eine tolle Idee, es direkt in die Schüssel fallen zu lassen. Ja, ne? Ja, finde ich auch. War Zufall. Äh, ne. War voll geplant. Okay, ich werde erklären, wo du findest, was du brauchst. Du brauchst mein... Äh, du kannst mein Gehilfe sein, aber ich bin der mit der Kochmütze. Kapiert? Ohne Linsmehl geht es nicht. Wir haben es extra für die Sireonie aufgehoben, aber die Bauern haben es in eine Art Käfig gesteckt. Okay. Das mit den Eiern wird einfacher. Die haben meine Kollegen auf der Arbeitsfläche. Die werden dir keine Schwierigkeiten machen. Das selbe gilt für den Zucker. Der steht offenbar einfach unbewacht auf dem Tisch. Mhm. Das Bachpulver ist im Regal über der Schüssel in der reichen Gegend. Ja, das haben wir schon. Etwas schwieriger wird es mit dem Joghurt und der Butter. Die sind beide im Kühlschrank. Für den brauchst du einen Schlüssel und den wiederum haben die Motten da oben. Ah. Was du das alles hast, schmeißt du es in die Schüssel und ab damit in den Ofen. Alles klar. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen Strom. So. Okay. Der Toaster funktioniert. Nice. Na ja, schön. Es ist ein modernes Nintendo. Da ist mein Spiel vielschildiger. Ja. Und es hat bisher nicht einen Bug. Denkt mal drüber nach. Äh, ja. Nee, es ist tatsächlich... Es macht super viel Spaß. Es ist richtig gut. Es ist genau das geworden, was wir damals in der Demo gesehen hatten. Und quasi noch mehr. Okay. So, jetzt können wir bei den Eliten einmal einbrechen. Und den, den Scheiß klauen. So, wie es sein soll. Wir sind quasi Robin Hood. Klein, aber... Fein. Hallöchen Lilith. Was? Wir Gewitterwürmchen. Bitte. Obwohl, bei euch hat es wahrscheinlich auch gewittert, ne? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wenn ich das war und richtig gesehen habe, ist das Gewitter zu euch nach MV gezogen. Okay, was war hier drin? I don't know. Ach so, wir haben die... Oh, wir haben die Tür hier geöffnet. Ja, okay, das ist natürlich... Wir haben den Schlüssel gerade eingesackt. Ups. Hi. Tut mir fast ein bisschen leid, aber ich habe euch euren Scheiß schon geklaut. Und ihr habt es nicht mal mitbekommen. Deswegen laufe ich jetzt... Vor euch. Damit in der Gegend rum. Und räumt mal euren Tisch auf. Das ist ja ekelerregend. So. Jetzt. Du sprichst nicht? Was wird aus mir werden? Und in meine Sachen bin ich gar nichts. Arm, verirrt, hungrig. Du bist so geizig. Sogar für eine Motte. Man wird auch nicht zum reichsten Insekt im ganzen Haus, in dem man seine Spades verprasst. Hm, du weißt schon, dass deine Adoptivneffen sogar bis nach St. Tar gereist sind, um zu Advent zu beten, dass ihr Dach repariert wird, ja? Wir sind Geschäftsmotten und keine Ungeheuer, du alte Nervensäge. Weiß ich doch, das beunruhigt mich ja so. Wie sollte ein Gebet erhört werden, wenn Advins riesen Kuchenzeremonie nicht stattfindet? Mein Lieber, wenn du so weitermachst, gib dir jemand eins auf die Nase. Mhm. Ja. Bei euch wird das gerade total. Vorhin kamen so knapp zwei Zentimeter große Hagelkörner runter gegen 1915. Und jetzt blitzt und donnert es fröhlich herum. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich das gleiche Gewitter. Obwohl ich nicht sicher tatsächlich, ob es das gleiche ist. Wir kommen wieder. Wohin? Wir müssen reden. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Sag das nicht, wir hätten die faulen Bauern vernichten sollen, als sie sich dieser dummen Libelle widersetzt haben. Nein, da irrte ich euch. Passt auf, was ihr da sagt, Ratsmitglied. Entschuldigt, ich bin noch nicht lange am Hof. Aus Sicht deiner Außenstehenden ist der Grund dieses Konflikts offensichtlich. Die Forderungen der Reichen wurden allmählich immer höher. Doch was wir dafür an Verwaltung und Schutz bieten, ist gleich geblieben. Soll heißen, unser Angebot kommt ihrer Anfrage nicht mehr nach, ja? Mit anderen Worten, ja. Es wäre eine Revolution, entsteht nicht aus heiterem Himmel. Seht ihr, sie gemeinschaftlos mag. Wir müssen mehr anbieten oder weniger fordern. Hm. Da hat jemand verstanden, wie das funktioniert. Nice. Genug mit diesem launischen Gekrabbeln. Die schnochen einfach das von uns großzügig geliehene Land und unseren Schutz. Zeit, sie mit den Mistkäfern in die Grube zu werfen, neue Leute zu finden und wieder für Ordnung zu sorgen. Ich kann das Konzept ja verstehen, aber neue Leute? Woher denn? Ja, diese großen Zeitgenossen natürlich. Die sind stark und sanftmütig. Feldarbeit kann ja nicht so schwer sein. Ja, Chef. Linsen zu schmettern, Köche zu schmettern, Händler zu schmettern. Ja, ja, nee. Was ist mit diesen merkwürdigen Zeitgenossen mit dem Haarstoff? Der hat eine ganze Zeit scharmotivierte Arbeitskräfte. Meines Wissens nach nennen sie ihn Milordain. Nun, worauf wartest du? Schließ dich uns an. Bitte? Schön. Okay. Ja, nein. Oh. Da auch noch. Das ist ein Skandal. Ja, wir werden alle verhungern. Die Riesen hier auf einem Kühlraum sind nicht unerschöpflich. Ich wünsche, jemand würde etwas gegen diese Baron unternehmen und uns vor dem Verhungern retten. Und, äh, ja, natürlich alles im Namen Advents. Hm, ja, klar, natürlich. Hm, ja, ja, man sieht's. Ha, die reichen mal wieder, ne? Das ist ja wie im Mittelalter, wenn nicht sogar schlimmer. Ja, hau doch mal an den Lörk. Teriyaki Chicken mit Reis und Gemüse kochen. Hm. Hm. Das klingt lecker. Das klingt sehr lecker. Okay. Bleh. Tozentunfisch. Bleh. Bleh. Kein Fan. Nicht mal ansatzweise. Äh, okay. Wie kommt ihr da runter, Jungs? Das ist noch ein Problem. Glaube ich. Ja, das ist ein Problem. Wie kommen die hier runter? Ah, Brücke. Ja, verstanden. Verstanden. Und da nehmen wir auch noch die Butter mit. Offensichtlich haben Tinykin keine Körperwärme, sonst würde die Butter halt schmelzen. Wäre dann auch nicht so praktisch. Alter, wie schnell er wirft. Oh mein Gott. Insane. Oh. Oh. Das Gefrierfach auch nochmal ganz kurz aufgemacht und reingeguckt. Ah ah. Ah ah. Wie, ah ah. Ach so. Hier geht's raus. Aber. Ah ah. Ah. Oh. Puh. Ich dachte schon, ich komm hier nie wieder raus, ne? Ich dachte schon. Wir haben keine roten Tinykin mehr. Gut, dass wir hier Ersatz finden. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So, die stehen beide da oben rum, ne? Wunderbar. Dann. Läuft. Mhm. Ah ja, da kommt ihr runter, ne? Das funktioniert ohne Probleme. Sehr schön. So, wo lauft ihr eigentlich hin? Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich glaube, ihr lauft irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ähm. 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 Die laufen irgendwo hier hinter. Ähm. Ähm. Also, was heißt hinter denen? Also, so, 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 so ungefähr halt in deren Richtung. Die müssen hier jetzt eh kurz warten. Hallo? Okay. Wow. Das ist eine ganze Menge von denen. So, lass mal kurz gucken, weil hier oben, glaube ich, gab es nämlich auch noch das eine oder andere. Wer klopft denn hier? Ihr habt das auch gehört, ne? Ich habe mir das jetzt nicht gerade eingebildet, dass da wer klopft. Hoffe ich. Hoffe ich jetzt mal ganz, ganz stark, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Okay, da kommen wir nicht hoch. Nicht, nicht von hier aus. Von hier. Oh. Okay, man kann also Tinykin auf Tinykin stapeln. Das ist praktisch. So. Das ist bei mir klopfen gehört. Gut. Gut. Keine Einbildung. Sehr schön. Ich hatte schon Bedenken. Ich hatte halt wirklich gerade schon Bedenken. Ähm. Ja. Es ist auch definitiv im Spiel. Es kam nämlich gerade über den anderen, äh, Hörer rein. Ja, wunderbar. Wir haben alle, äh, Kerzen angezündet. Wie sie ausschaut. Das ist ja sehr schön. Wo, wo ist das Ding gespawnt? Da unten. Dann können wir jetzt hier nochmal rüberfliegen. Ich habe noch keine Psychose. Zumindest nicht, was das betrifft. Ähm. Oh, hi. Was machst denn du da unten? Warum? Ähm. Okay. Pass auf. Kerzen sind alle an. Das hier haben wir jetzt auch angeguckt. Das heißt, hier sollten wir jetzt auch erstmal durch sein. Genau. Die Post-its suchen wir noch, wo wir die Plakate dran ankleben. Und dann, äh, gucken wir jetzt mal, was wir hier machen. Erstmal alle herrufen. Und dann Drücke bauen. Ja, wunderbar. Weiter geht's. Weiter geht's. Und damit sind wir da auch gleich am Ziel und haben Butter und Joghurt mitgebracht. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Ach so, das landet jetzt einfach alles. Ist das so eine Art Thermomix? Nee, das ist kein Thermomix. Nee, nee. Thermomix sieht anders aus. Wie nennt man diese? Das ist eine Tiger-Maschine, oder? Ich, ich hab nicht die leiseste Ahnung. Ich glaube, das ist eine Tiger-Maschine. Ich bin nicht sicher. Wo verstecken eigentlich die Gelben ihre Flügel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In ihnen drin. Warte. Wo versteckst du deine Flügel? Man weiß es nicht so genau. Die schauen auch sehr fragend. Sie wissen es selber auch nicht. Das ist ein Kitchen-Aid. Aha. So ein Ding. Der guckt ganz unschuldig. Ja, der hat irgendwas angestellt. Oh, das. Oh. 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 Ich find's gut, dass die den Joghurt mitsamt Packung da reingeworfen haben. Kann man schon mal machen. Ist, glaube ich, total in Ordnung. Ähm, jetzt lass mich noch mal kurz gucken. Jetzt hatten wir hier oben eigentlich mehr oder weniger alles. Was wir noch nicht haben, ist dieses, äh, dieser Faden, der hier quer durch den Raum geht. Das ist aber nicht wild. Das ist aber noch nicht so wild. Da können wir jetzt erstmal hier drüben weiter sammeln. Genau. Hier dürften wir jetzt auch durch sein erstmal. So. Genau. Was die gelben Tinykin machen, wissen wir. Das haben wir schon rausgefunden. Was kann so ein KitchenAid alles? Ich hab ja keine Ahnung davon. Oh, warte mal. Es macht eben Puff. Zerstöre 300 Objekte mit exklusiven Tinykin. Nice. Und sagt jetzt bitte nicht, der KitchenAid hilft in der Küche. Weil das sagt der Name. Ja. So viel ist mir dann auch klar. Aber was, 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 was kann der alles? Wo ist der Unterschied zu einem, wie auch immer diese anderen Dinger heißen? Der kann Teig gewinnen. Ja, das offensichtlich. Das hab ich auch gerade gesehen, dass der so einen Aufsatz hat. Aber der kann bestimmt noch mehr. Weil sonst würde er ja, keine Ahnung, Do-Aid heißen. Also, Teighilfe. Kein Plan. Oder andere Sachen wie Hackkneten, Rühren, vielerlei Stärken, ohne dass du es festhalten musst. Ist unter anderem eure Nudelmaschine und Fleischwolf neben einer Teighilfe-Maschine. Moment. Fleischwolf? Das finde ich gerade sehr spannend. Ich kenne Fleischwölfe tatsächlich halt als Dinge mit Platten, mit scharfen Platten, die aufeinander drehen, wo dann Dinge geschehen. Ähm. Und am Ende Hackfleisch rauskommt. Oder was auch immer man da halt durchgedreht hat. Okay, wozu brauchen wir die Mikrowelle? Man weiß es noch nicht. So, Leute, auf geht's. Oh, warte, ich muss euch einen Weg bauen. Natürlich muss ich euch einen Weg bauen. Anders wäre es ja auch langweilig. So, den Rest sollten sie aber... Oh, nein. Oh, nein. Die müssen nicht hier drüber, oder? Oh, oh. Oh, nee. Sie laufen außen rum. Sehr gut. Ich hatte schon Sorge. Weil das hier macht Auer. Großes Auer. So. Für Fleischwolf braucht man einen bestimmten Aufsatz. Ja, okay. Ja, gut. Das macht Sinn. KitchenAids sollen überwertet sein. Für schwere Teige sollen die nicht gut geeignet sein. Wie Roggenbrotteig. Habt ihr aber nur gehört. Habt selbst nur eine Boschmarm. Was ist denn das? Ist das was ähnliches? Ich hab keine Ahnung, was es da gibt. Warum heißt der Fleischwolf Fleischwolf? Ich meine, da kann man ja auch noch andere Tiere als Wölfe reinstecken. Ja, ich weiß es auch nicht. Das letzte Mal, dass ich eine Fleischwolf in der Hand hatte. Das war doch so ein manueller. Den man irgendwie am Tisch festklemmt und dann erstmal eine halbe Stunde gefühlt kurbelt. Also. Ja. So einen kenne ich halt noch. Aber mehr auch nicht. Oh mein Gott, 30? Haben wir so viele? Nein, wir sind... Oh, ne. Wir haben ein Tinykin zu wenig. Für das. Das ist ja jetzt fies. Das ist ja richtig fies. Wieso haben wir... Wow. Okay. Wir fliegen mal zum Tisch. Oder was heißt fliegen? Wir surfen mal darüber. Da ist unser T-Sieb. Das wir am Ende brauchen. Hast du auch eine alte Bosch? Bosch-Moms sind Küchenmaschinen laut Website. Schauen eben auch so aus und haben verschiedene Aufsätze zum Kneten. Ah, okay. Also quasi das gleiche, nur offensichtlich nicht so modern oder gut vermarktet. Oder was auch immer. Okay, verstehe. Ich weiß nur, dass einige halt auf dieses... Oh, wie heißt dieses komische Ding? Ähm. Das, was ich ursprünglich meinte. Nicht KitchenAid. Äh, sondern... Wie heißen denn diese Hightech-Teile? Die, die irgendwie... Weiß ich nicht. 500, 600, 700, 800 Euro kosten? Was ist denn mit... Thermo... Ja, Thermomix. Bringt das wirklich was? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ist das geil? Mikrowelle? Ne, Mikrowelle ist kacke. Mikrowelle ist langweilig. Hey, Moment. Was ist hier los? Hast du eine Vorstellung, was passieren würde, wenn hier jemand auf die Idee käme, mal an die weißen Quadraten in dieser Kiste zu knabbern? Also, in Wahrheit, normalerweise kommt da niemand ran. Sie kommen nur bei Artvinsterum nie zum Einsatz. So schlimm kann es doch so gar nicht sein, oder? Ja, das ist reiner Zucker. Gift, ein Körnchen noch, man ist süchtig. Man will mehr und mehr und mehr und verfaulen... Äh, mehr davon und dann verfaulen einem die Mandibeln. Oh. Dann kriegt man Durst und fängt an, anzuschwellen. Anzuschwellen? Und kavom, man explodiert! Ja, das klingt ja schrecklich. Ja, diese Schockigen-Dibellen retten dir sogar das Leben, indem sie den Zucker mit so vielen anderen Zutaten vermischen. Ich werde das weitersagen, danke. Ich finde es gut, dass die Stavia und, äh, und Bonbon heißen. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie viele Stücke Zucker wir brauchen. Wir nehmen einfach mal alle mit. So. Wird schon passen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Nein, nicht. Oh, warte. Sehr gut. Jetzt haben wir da auch noch ein Extra. Da kann man auch noch was mitnehmen. Dann können wir mal eben kurz hier rüber. Thermomix ist halt was anderes. Der kann auch Wärme. Ja, ich habe doch da keine Ahnung von. Ich habe doch da wirklich keinen Plan von. Ich habe eine Pfanne. Und einen Wok. Wenn du eine Thermomix kannst du auch mal so 1400 hinblättern. Ja, okay. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So. Okay. Zehn Stück Zucker. Ist in Ordnung. Kann man machen. So, wie viele haben wir jetzt eigentlich? Jetzt haben wir genug. Für da hinten. Sehr schön. Jetzt reicht's. Die gibt's schon jahrelang. Die Thermomix. Ja, stimmt. Da brauchen sie wahrscheinlich keine Werbung dafür. Ja, das ist korrekt. Die gibt's schon seit Ewigkeiten. Da war was. Oh, neues Achievement. Neues Achievement. Super Milo Bros. Leere das Waschbecken in Ambrose. Alles klar. Wir haben ein leeres Waschbecken, Leute. Finde ich persönlich sehr sympathisch, leere Waschbecken zu haben. Das heißt nämlich, man wascht nicht ab. Finde ich gut. Kann ich nur gut heißen. Weil abspülen ist scheiße. Das macht halt alles außer Spaß. Muss leider sein, aber ist halt nicht geil. Du willst mir mal den Cookit von Bosch holen. Ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie ein Thermomix, ne? Du wolltest dir gerade Kaffee machen. Das volle Programm. Entkalken, Kaffee leer und Behälter voll. Ja, toll. Ja, ja, ist halt immer so. Ist im Büro genau das gleiche. Achso, nee. Passt. Oh, jetzt habe ich verstanden, wo dieser Wasserfall hierher kommt. Dafür sind diese Strohhelme hier. Ja, das ist natürlich schlau. Cool. Sehr cool. So, wie kommen wir da drüben hoch? Wahrscheinlich vom Tisch aus. Ja, müsste vom Tisch aus irgendwie möglich sein. Oder zumindest so circa. Also hier, glaube ich, haben wir jetzt alles gefunden. In diesen Ecken, genau da müssen wir noch einmal durch die Dunstabzugshaube durch. Das geht aber nur von da drüben aus. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Okay, dann fliegen wir doch erstmal runter. Und dann gucken wir mal. Wir müssen auch noch Briefe finden. Oh, wartet mal. Hallo. Da ist ja auch noch was. Das sind drei Pfannen, ein Wok, vier Töpfe, dazu zwei Hände. Ja, so in der Richtung. Also ich habe auch drei Töpfe, glaube ich. Also in verschiedenen Größen. Ähm. Eine Pfanne. Oder vielleicht sind es auch zwei. Bin ich jetzt gerade gar nicht hundertprozentig sicher, wie viele Pfannen ich habe. Ähm. Und einen Wok. Und ich mache meistens alles im Wok. Weil der Wok ist halt das Einzige, wo genug Zeug drin Platz hat. Abgesehen vom großen Topf. Den ich aber meistens brauche, um die Nudeln aufzukochen. Ähm. Ja, wo halt einfach alles drin Platz hat. Weil ich, ich koche halt gerne so, dass ich halt alles in den Wok packe. Und, äh, dann halt mehr oder weniger mich drei Tage aus dem ernähre, was da gerade so im, im Wok halt drin war. Ähm. Also ich, ich koche auch, ich koche eigentlich immer vor. Wenn ich koche, dann ist das meistens direkt für zwei, besser noch drei Tage. Weil alles andere macht keinen Sinn. In meinen Augen. Wegen einmal kochen oder so, oder wegen einmal essen, brauche ich nicht das Kochen anfangen. Was ist denn das hier? Okay. Ach so, da muss was rein. Okay, dann, da müssen wir irgendwas finden für. Adel wird von der Maschine gemobbt. Ja. Du hast jetzt keinen Kaffee? Wie? Moment. Warum hast du jetzt keinen Kaffee? Also Kaffee leer? Okay. Kann man nachfüllen. Behälter voll? Okay. Kann man leeren. Ähm. Ist halt nicht so praktisch, wenn man den Behälter in den Kaffee, ne, also, ja, also so rum wäre jetzt doof, aber gut gemacht, Genosse. Es weiß ja jeder, dass ein paar Poster die Meinung derer, die gegen unsere Sachen sind, im Nu ändern werden. Hier, das heilig geschwisterlich, Genosse. Genosse. Ei, 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 ei. Ähm, nee. Äh, Moment. Was soll ich jetzt sagen? Ach so. Oh. Blümchen. Das ist ein Museumsstück. Ah, praktisch. Okay. Äh, ja, nee. Äh, warum hast du jetzt keinen Kaffee? Sag bloß, deine Maschine ist so eine, die sagt, ich will jetzt entkalkt werden und du musst mich entkalken, bevor ich dir wieder Kaffee gebe. Ähm. Ähm. Also. So eine Maschine wird bei mir sofort fliegen. Ich glaube, meine Senseo meckert über Kalk, seit ich sie habe. Obwohl sie, bevor ich sie bekommen habe. Ich habe die ja von, äh, von einer Kollegin bekommen. Kostenlos. Ähm. Weil die die nicht mehr gebraucht hat. Oder weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich 20 Euro dafür gezahlt. Die wurde davor noch entkalkt. Aber die meckert seitdem. Ich habe die noch nie in meinem Leben entkalkt. Funktioniert hervorragend. Hahahaha. Ich bin aber auch so jemand, wenn die kaputt geht, kaufe ich mir eine neue. Also von dem her. Ähm. Ähm. Abwaschen muss nicht sein. Man kann auch neues Geschirr kaufen. Ja, nee. Das mache ich halt auch nicht unbedingt. Ich versuche halt einfach, kein Geschirr zu nutzen. Hahahaha. Ich esse mit Händen. Und Füßen. Wozu habe ich die? Hahahaha. Hauptsache, ich mache kein Geschirr dreckig. Ähm. Nein. Ähm. Wehe, das klippt jetzt jemand. Das könnte unvorteilhaft sein. Äh. Nee. Shit. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh. Weiß ich nicht mehr. Ähm. Mache ich auch Steaks im Bock? Ich mache grundsätzlich keine Steaks, weil es gibt Leute, die das deutlich besser können als ich. Deswegen mache ich einfach keine Steaks. Wenn ich ein Steak essen will, gehe ich ins Steakhaus. Da bin ich ganz ehrlich, das traue ich mir einfach selber nicht zu und deswegen mache ich es nicht. Oh, warte mal. Oh, das ist ja fies hier. Hallo? Steaks ist mir nicht drei Tage hintereinander. Ja, nein. Ja, das ist das noch dazu, ja. Der Steak ist für mich tatsächlich was, wo ich für Essen gehe. Ähm. Äh. Ach so, und der Cockett kann bis zu 200 Grad oder Thermomix, äh, was der Thermomix nicht kann und rühren, ohne dabei zu zerkleinern. Okay. Ich kann da nur okay dazu sagen, weil ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Nein, nein, hier kommt niemand rein. Oh. Äh, äh. Wir schieben ihn einfach aus dem Weg. Das finde ich gut. Ja, der, wenn aufwacht, der hat keine Ahnung, wo er ist. Das ist in Ordnung. Hoppla, wenn man das mal alles in einen Sack steckt, ist das eine ganz schöne Menge Linsenmehl für nur für eine Feier. Schon, oder? Der Schöpfer ist offenbar ein stattlicher Kerl. Sonst wäre das ja viel zu viel. Er leistet aber so viel, da hat er bestimmt einen gesunden Appetit. Er repariert alles im Haus und füllt die Kornspeicher auf. Und sogar deine Saatspeicher. Du beschwerst dich schließlich nicht, wenn Blumen aus deinem Schrank spießen. Aber das stimmt doch nicht. Adwin war schon lange nicht mehr bei uns. Wie lange willst du diese Märchen noch glauben? Aha. Hier wird plötzlich von Märchen geredet. Ist Adwin etwa doch nicht der Heiland von allen? Gibt es hier Leute, die die Wahrheit kennen? Who the fuck ist Adwin? Das ist eigentlich die sprengende Frage in diesem Spiel. Wer bist du? Warum bist du hier? Was hast du hier mit denen zu tun? Ich habe jetzt mal die kleinen Tinykin da schon mal losgeschickt. Wir müssen den später dann nochmal eine Brücke bauen. Vorher müssen wir aber hier noch erkunden. So. Da haben wir noch ein paar neue gelbe, wie es ausschaut. Ist da was Tolles drin? Nein. Ich kann auch gut mit Zahlen umgehen als Programmierer. Definiere Zahlen. Ich weiß, wie Zahlen aussehen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man als Programmierer rechnen können muss. Nein, muss man nicht. Der normale Dreisatz reicht in 99% aller Fälle aus, was man als Programmierer machen muss. Außer man ist natürlich irgendwie im 3D-Bereich tätig oder in CAD-Programmen oder sowas in der Richtung. Dann braucht man das wahrscheinlich mal eher. Oder was weiß ich. Oder so Computer-Engines. Oder Grafik-Engines. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Mathe können. Aber für mich reicht im Normalfall tatsächlich ein Dreisatz aus. Und den kann ich. Vielleicht auch mal eine Prozentrechnung. Aber auch die ist jetzt nicht schwer. Also von dem her. Zahlen sind mir Wumpel. Und für den Rest stehen Formeln im Internet. Weil ich wüsste nicht, wie ich die Entfernung zwischen zwei Punkten auf unserem Planeten berechne. Das Internet weiß das. So. Das Internet ist toll. Hier erfahren wir... Ich behaupte auch immer noch. Je erfahrener man als Programmierer wird, desto besser weiß man, wie man mit Google und Hilfeseiten wie Stack Overflow umgeht. Der Rest ist dann halt einfach Erfahrung. Man hat halt einfach vieles von dem, was man gefragt wird. Oder was einem irgendwie unterkommt, schon mal irgendwann gemacht. In irgendeiner Art und Weise. Also von dem her. Wozu brauchen wir den Mais? Haben wir davon noch genug? Ne, wir haben nicht genug Teiniken dafür. Okay. Verstehe. Da kann Popcorn Thermomix nicht. Okay. Ihr habt das natürlich gekleppt. Gut. Was ist die Temperatur eines Steaks? Wenn man gewünscht, der gar gerade reicht, wird aus der Pfanne raus. Ja gut, aber dafür bräuchte ich ja dann erstmal noch so ein komisches Thermometer. Oder so ein Fleischthermometer, damit ich das wirklich weiß. Weil nur weil es außen hübsch ist, obwohl es ist ein Steak. Wenn es außen hübsch ist, ist es wahrscheinlich auch hübsch. Und wenn es nicht 100% durch ist, ist es ja... Also zumindest für meinen Geschmack auch voll in Ordnung. Okay. Thermomix kann auch keine gebrannten Mandeln. Was? Wie, der kann... Okay, das wäre halt ein Argument für mich. Also ich kaufe mir niemals einen Thermomix, der kann keine gebrannten Mandeln. Und ich liebe gebrannte Mandeln. Ei, 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 ei. Das kostet keine 20 Euro. Wir haben seit Jahren eins für zwölf. Ja, aber ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, dafür mache ich viel zu wenig Fleisch. Also... Ich koche so selten irgendwas mit Fleisch. Meistens ist es dann eh schon in Hackfleischform. So. Oh, ein Brief. Sehr gut. Den Brief brauchen wir. Den brauchen wir. Ba-ba-dam. So, ist hier noch was? Nein. Die Mandeln waren irgendwie gekocht. Es war gruselig. Oh, okay. Aber gekocht ist halt nicht gebraten. Also... Gerade bei gebrannten Mandeln stelle ich mir schon vor, dass man da noch irgendwie irgendwas extra braucht. Das nicht einfach so mal geht. Okay, wir müssen hier... Uff. Ja, okay. Das ging ja relativ einfach jetzt. Sehr gut. So, ist hier oben noch... Ach Gott, ja, natürlich. Das hier ist da noch. M-m. Warum? M-m. Nee, nix. M-m. Milo! Mach nicht M-m, wenn ich darüber will. Was ist denn das für eine Unart? So, gut. Donation Call? Das grundlegende Problem an Küchengeräten ist, dass ich keinen Platz dafür habe. Leute. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe in meiner Küche keinen Platz für irgendwelche Geräte. Ich lagere meine Heißluftfritteuse im Flur auf einem Regal, weil sie in der Küche keinen Platz hat. Das ist... Ne? Meine Küche ist scheiße klein. Oder eigentlich wäre sie gar nicht mal scheiße klein, aber sie ist so kacke gebaut worden, dass, äh, ja, dass da halt wirklich für nichts Platz ist, quasi. Es ist wirklich zum aus der Haut fahren. Und die Küche gehört halt auch nicht mir. Die, äh, gehört zur Wohnung. Sprich, die gehört meinen Vermietern. Und dementsprechend kann ich halt auch nicht einfach hergehen und, äh, die Küche mal eben neu machen. Weil wenn, dann würde ich meinen Vermietern damit irgendwie was Gutes tun, im blödesten Fall. Und, äh, das ist eine Sache, die ich nicht tun will. Nachdem die mal überlegt hatten, mich rauszuwerfen. Und sich dann doch anders entschieden haben, als ich rausgestellt habe. Oh, Bad sanieren ist teuer. Ja, no shit. Das hätte ich euch ja vorher sagen können, dass ihr da 20k loswerdet. Das ist jetzt keine große Überraschung. Wenn ich ehrlich bin. So. Das wusste ich vorher auch schon. Äh, wie viele... Ja, wir haben, glaube ich, genug Rote. Opti-Grill? Was, da werden Streams? Perfekt. Moment. Moment. Willst du mir gerade sagen, wenn ich einen Opti-Grill hätte, wären meine Streams besser? Verstehe ich das richtig, LP? Moment. Was? Wie bitte? Alles klar, Leute. Ihr habt es von LP das erste Mal gehört. Ach, Steaks. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Ja, ja. Natürlich. Jetzt auf einmal sind es die Steaks. Verstehe, verstehe. Auto-Korrektur. Ja, ja. Das, das... Die Ausrede nutze ich auch öfter mal. Schon klar. So. LP, wir haben da ein tolles neues Emote für deine aktuelle Gefühlslage. Nutz mal Venom Rage. Oh, Gott. Okay, verstehe. Ah, nie. Oh. Ja. Du bist bei deinen Eltern? Ach so. Ah, ja, das wusste ich nicht. Hast du Urlaub oder bist du nur übers Wochenende schnell dort? Au, au, au. Okay, aber wir haben alle Pollen, glaube ich. Damit ist erstmal das Ziel hier erreicht. So. Das ist in Ordnung. Jawohl. Handy, bonk. Sehr schön. Ach, ja. Okay, cool. Dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir dir den dann geben. Wunderbar. Gut gemacht. Du bist immerhin nicht ertrunken. Im Gegensatz zu, äh, vergiss es. Ja, das hast du dir verdient, schätze ich. Was auch immer das ist. Und warum ist da ein Totenkopf drauf? Was? Zahmes Chaos. Das ist ein Museumsstück. Ich würde sagen, das klingt gefährlich. Das ist nichts für kleine Mailos. Okay. Oh, warte. Genau. Wir müssen noch einmal darüber. Ist das die Höhe? Ja, so ungefähr. Du darfst die nicht nutzen. Ja, weil du kein Sub bist, ja. Aber auch reine Follower-Emotes wurden aktualisiert. Das sind jetzt die alten, nicht animierten Versionen der überarbeiteten, jetzt animierten Emotes drin. Also, ne, du bist nicht ganz ohne die tollen Emotes. Zumindest hier im Channel. Eol, dafür hast du ein tolles Bild von einem Steak. Wow. Ja, verstehe. Uff. Direkt wieder der Burn mit dem geilen Essen. Hey. Unglaublich. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir haben jetzt für den Kuchen alles, oder? Lass mal kurz schauen. Nee. Ah, ja, richtig. Wir müssen noch den komischen... Ah, oh. Ja. Ja, ja. Warte mal. Wir müssen da unten noch Dingens fertig bauen. Die Brücke. Und wir brauchen auch hier oben noch Dingens. Da war ja auch noch so ein komischer Maiskolben. Keine Ahnung, wo der hin muss. Aber der existiert. So. Du bist eine Woche hier aus familiären Gründen. Oh, verstehe. Verstehe. Warte mal. Wo? Da steht das Ding rum. Okay. Eol hat schnell dein Schweigen verstanden. Ja, ich habe das schon gemerkt. Eol, danke schön für das Giftsab an Lilith. Ich finde das... Ich muss das jetzt tatsächlich auch mal loswerden. Ich finde das tatsächlich richtig kacke. Also, so schön der September und so ist. Ich finde es richtig kacke, dass der nicht für Giftsabs gilt. Das ist totaler Schmuh. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist wirklich totaler Schmuh. Wartet mal. Ich muss das mal ausprobieren. Was passiert? Ach so. Wenn die da drüber laufen, kann ich sie nicht herrufen. Oh, schade eigentlich. Ich dachte, das geht. Vielleicht. Oh. Ich wollte eigentlich jetzt ganz fies sein. Aber hey. So. Oh. Die stapeln sich schon. Haben wir noch irgendwo eine Tür oder so, die wir aufmachen können, müssen, dürfen, sollen? Was auch immer. Weil wir sind hier noch nicht fertig. Okay. Ich schaue mich mal hier. Ah. Okay. Ich schaue mich mal kurz um, ja. Das wäre ja fast schief gelaufen. So. Haben wir... Genau, da oben ist, glaube ich, noch ein Maiskolben. Ich bin aber nicht sicher, was wir mit einem Maiskolben machen. Genau. Wir haben auch noch die Briefe. Uns fehlen noch 91 Pollen. Uns fehlt noch eine Dingsblase. Und uns fehlt noch ein Museumsstück. Zutatstechnisch sind wir jetzt quasi fertig. Das wird ein toller Kuchen. Okay. Sieht besser aus, als erwartet. Sieht besser aus, als in Artnet. Sub ist immerhin sub. Insbesondere, dass sicherlich mehr Subs verschenkt werden, als Nutzer selbst gesappt sind. Ja, glaube ich, kommt auf den Channel an. Aber so... Also, die Erfahrung zeigt, dass bei vielen Channeln das genauso ist. Dass das meiste über die Gift Subs kommt, ja. Und ich finde das sehr, sehr schade. Also, es ist super praktisch. Weil ich habe jetzt auch einige meiner Subs direkt für sechs Monate angelegt. Und das ist natürlich auch mit dem Rabatt und so nicht verkehrt. Aber es ist halt trotzdem... Ja... Ich sage es, wie es ist. Wenn Gift Subs günstiger werden... ...wird, glaube ich, mehr bringen. Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Ofen? Wie wurde aus diesem Teig dieser Kuchen? Okay. Reiche und Arme zusammen an einem Tisch. Sie lachen, tauschen sich aus, sprechen miteinander. Ardwins Lehren haben uns erneut Frieden gebracht. Es gehört zur Tradition, dass wir Libellen bei Abschluss unserer religiösen Ausbildung in T-Siebe erhalten. Es steht für unseren Wunsch nach Einheit. Ich würde dir gerne meins geben. Ich weiß, dass du es gut nutzen wirst. Ja... Endlich das T-Siebe. Neues. Möge Ardwin über dich wachen. Ja! Ja, ja. Ardwin. Und so. Bereite Ardwins Kuchen für Seros in Ambrose zu. Alles klar. Das ist wunderbar. Wir haben auch noch eine... Wir haben auch noch eine komplette Quest übrig. Aber ich... Okay, das ist dann wahrscheinlich der komische Maiskolben hier drüben. Das ist dann sehr wahrscheinlich der Maiskolben. Oder was auch immer das war. Ich glaube, es war ein Maiskolben. Wo war der? War der hier oben? Ja. Da ist er. Oh, der muss in die Mikrowelle! Popcorn! Das ist es! Popcorn! Oh mein Gott! Ja, natürlich. Leute, 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 Leute! Popcorn! Wo wir gerade vorhin das Thema hatten. Warte mal, haben wir davon genug? Ja, wir haben 86 von den Kleinen. Wir brauchen 61. Gut. Ich sage, keiner. Dabei zeigst du keinen Content. Ja, das ist ganz wild, ne? Verstehe ich auch nicht sowas. Verstehe ich nicht. Du willst den Teig auslecken. Ja, dafür ist jetzt zu spät. Dafür ist jetzt zu spät. Und der LP auch von mir mein Beileid. So. Und was die anderen sagen. Reicht das? Wow. Tatsache. Warte mal. Jetzt? Theoretisch? Ne, ich kann es nicht kaputt machen, während da was drauf ist. Macht Sinn. Macht Sinn. Der gleich in Form und gestapelt und gehübscht wurde. Ja. Der sieht tatsächlich eigentlich ganz lecker aus. Also das sind Riesenstückchen. Also. Ich muss sagen. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Muss ich so zugeben. Du verstehst immer Adel und nicht Adwin. Irgendwas ist falsch mit dir. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja Adelsbude hier. Und wir wissen es nur nicht. Vielleicht ist ja... Ne? Vielleicht war er... Vielleicht waren die Entwickler ja bei Adel daheim. Und haben das als Inspiration genutzt. Wir werden es wohl nie erfahren. Ich glaube nicht, dass es uns Adel verraten wird. Ob es da einen Zusammenhang gibt. Nichts gegen deine Bude. Wir kennen deine Bude ja nicht. Also. Hier läuft jetzt. Ah, hier lauft außen rum. Okay. Ja, das macht Sinn. Ah, Moment. Ihr müsst wahrscheinlich auch wieder hier rüber. Das würde zumindest Sinn machen, wenn ihr zur Mikrowelle wollt. Okay. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die erledigen alles für dich. Also, Adel, du behauptest gerade, du bist quasi Ardwin. Und das hier ist deine Bude. Dieses große Chaos. Das hier stattfindet. Die kriege ich nachts, wenn du schläfst, in deinen Mund. Ja. Um dich zu erforschen wahrscheinlich. Weil du bist deren Gottheit. Und wenn die Gottheit mal da ist, die muss ja untersucht werden. Das ist schlimmer, als von Aliens entführt zu werden. Das ist auch schon wieder so eine krasse Mikrowelle. Oh, oh. Oh, oh. 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 Das war ja nicht so prickelnd. Eww. Wir haben mal als Kinder versucht, tatsächlich mit frischem Mais vom Feld. Wir haben dem quasi den Bauern, den Mais geklaut. Wir haben halt versucht, damit Popcorn zu machen. Das ist, ich sag mal so. Wir haben ihn halt gebuttert und gesalzen. Und dann die die Pfanne gehauen, ohne Fett. Und abgesehen davon, dass es gestunken hat, ist nicht viel passiert. Das war am Ende halt, naja. Leicht verkohlter Mais, aber kein Popcorn. Also, probiert das nicht. Will ich eigentlich damit sagen. Salz? Ja, wir hatten doch keine Ahnung. Wir waren sechs oder sieben, wenn überhaupt. Wir wussten, dass Popcorn aus Mais gemacht wird. Mehr wussten wir nicht. Also, von dem her. Wie gesagt, das war halt am Ende einfach nur quasi gebratener Mais. Geil war daran nichts. Nicht mal ansatzweise. So. Moment, das ist ja nichts von dem, was ich hier gesagt habe. Moment, dieser Duft, diese Konsistenz. Ja, ja. Ich bin die Größte. Ein neues Rezept, das alle Augen aufleuchten lassen wird. Hier, ein kleiner Bonus dafür, dass du gut gehorcht hast. Aha. Gehorcht. So ist das also. Ein gegrillter Maiskolben ist lecker. Ja, aber wir hatten halt auch kein Fett in der Pfanne. Also, er war tatsächlich mehr verbrannt als alles andere. Aber der Rest, der warm war, war in Ordnung. Sagen wir es mal so. Die Erfahrung macht wohl jeder. Habt ihr auch gemacht. Was? Ja? Ja, es war halt Mais-Saison. Was übrigens immer noch sehr geil ist, ist Jungmais direkt vom Feld zu holen. Ich bin da ganz ehrlich. Ich komme leider zu selten an dem Maisfeld vorbei. Aber wenn da gerade Jungmais ist, so diese ganz dünnen, jungen Kolben und was weiß ich. Das klingt jetzt, glaube ich, total falsch. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Ähm. Das ist schon lecker. Warte mal. Uns fehlt noch ein Brief. Wieso fehlt uns ein Brief? Hä? Wir hatten doch schon drei Briefe dabei, oder? Gegrillt und nicht gebraten. Ach so. Ja. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall ist... Ja. Gegrillte Maiskolben sind ziemlich geil. Ein bisschen umständlich zu essen. Aber geilo. Ich brauche vier. Oh. Ja. Tatsache. Okay. Dann müssen wir noch einen Brief finden. Du warst viermal fleißig. Gute Arbeit. Soll gut bezahlt werden. Hier. Bitte. Ich brauche etwas Zeit, denn ich werde diese Ladung wie die alten Braumeister brauen. Ich werde eine beschriftete Flasche in einen Stand stellen. Wie immer. Äh. In meinen Stand. Eine Schwebeblase. Das ist Nummero sieben. Sehr schön. Dann müssen wir nur noch einen Brief suchen. So. Jetzt ist die große Frage. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch 61 Pollen und einen Brief. Ja. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich Pollen wäre? Und wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein Brief wäre? Beides sehr, sehr wichtige Fragen im Leben. Die man sich mal gestellt haben sollte. Offensichtlich ist noch irgendwo irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Ja. Schau mal. Manche mögen Mais, die anderen die Maus. Ja gut. Das sind dann Katzen, ne? Fernglas. Was? Ach so. Maus direkt vom... Oh. Deswegen. Da kommt das... Okay. Das habe ich jetzt erst gelesen. Ja. Maus direkt vom Feld. Kann man auch haben. Unter Umständen. Popcorn nur mit Zucker oder mit Karamell. Ich bin ganz ehrlich. Ich mag gar kein Popcorn. Also weder gesalzen noch süß, weil... Ne. Ich liebe Mais, aber Popcorn, damit kannst du mich jagen. Ist überhaupt nicht meins. Ich hatte mal so eine... Na, ich bin ja früher relativ viel ins Kino gegangen. Also so quasi einmal wöchentlich für zwei bis drei Filme am Stück immer. Und ich hatte dementsprechend auch so eine Kinokarte, so eine Bonuskarte, wo man dann nach... Weiß ich nicht. So und so viele Filme auch kostenlos mal wieder einen Film anschauen konnte und so weiter und so fort. Und da gab es auch öfter mal, ja, quasi kostenloses Popcorn dann. Oder was heißt kostenlos? Du hast es halt vorher irgendwie schon refinanziert. Aber ja, das wollten sie immer nie glauben, dass ich kein Popcorn will. Dann haben sie die Karte halt gescannt, weil jeder Umsatz und so hat gezählt für das Ding. Und dann immer so, wollen sie denn nicht hier kostenloses Popcorn? Und ich so, nee, ich mag kein Popcorn. Dann haben sie immer total ungläubig geguckt. Wie, du magst kein Popcorn? Bitte, was? Aber Popcorn, ja genau, so wie Liv gerade. Nein, ich mag kein Popcorn. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Weder süß, noch salzig, noch irgendwie anders. Popcorn ist für mich, nee. Kann ich sehr, sehr gut drauf verzichten. Esse ich wenigstens Nachos? Ich liebe Nachos. Mit Käsesauce. Also auch mit der anderen Soße, aber Käsesauce ist die geilere. Davon kann ich halt nicht genug bekommen. Du gehst nur noch mit mir ins Kino. Mehr für dich. Ja, okay. So kann man das natürlich auch sehen. Gut. Das ist, äh, das ist in Ordnung, glaube ich. Ich bin aber auch so ein Mensch, ich habe halt kein Problem damit, alleine ins Kino zu gehen, ne? Machen, glaube ich, auch die wenigsten. Oder macht ihr das? Geht ihr alleine ins Kino? Also ich, ich brauche da nicht unbedingt andere Leute dazu. Ich bin sogar ganz froh, wenn im Kino wenig Leute sind, die mich stören, während ich den Film dann gucke. Du isst gern Pommes mit dem Käse-Nacho-Tipp? Oh ja, das ist auch ziemlich geil. Was auch mega geil ist, sind Chili-Cheese-Pommes. Also mit, mit so einer, mit so einer Käsesauce, dann drüber gekippt über die Pommes und dann noch so richtig geil scharfe Jalapenos drauf. Super gut. Gut, wenn die Jalapenos zu scharf sind, dann kriegst du auch mal Schlucker auf davon. Da kriegst du sogar ich mal Schlucker auf davon. Und das, obwohl ich eigentlich relativ gut scharfes Essen vertrage. Ähm, aber das macht es dann irgendwie noch besser. Warum auch immer. Oh, zum Glück, ihr mag Nachos. Ja, Nachos ist, äh, Nachos sind halt großartig. Ähm, die letzten Jahre gab es nichts, was ich ins Kino bringen würde. Der letzte Film war Star Wars 7 und war eine reine Enttäuschung. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was im Kino läuft. Das ist meistens mein Problem. Früher war ich, wie gesagt, wöchentlich und habe mir alles Mögliche angeschaut. Ähm, inzwischen bin ich halt, wenn es gut geht, einmal im Jahr im Kino, ne? Das ist halt eigentlich auch viel zu wenig. Also, es gibt bestimmt immer was. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr auch schon zwei, drei Filme im Kino angucken. Allen voran die Marvel-Filme. Ja, habe ich halt nicht so wirklich geschafft. Ansonsten auch gern allein. Ja, okay. Da du bei dir keinen hast, gehst du immer allein ins Kino. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Sollst du mir mal sagen, was ich noch nicht bemerkt habe? Was habe ich denn noch nicht bemerkt? Du bist sub. Das habe ich bemerkt. Ähm, deine Farbe ist auch gleich. Das wäre mir sofort aufgefallen. Meine Kamera ist da. Das Spiel ist groß. Sound ist auch da. Ähm. In Bezug aufs Spiel. Äh. Pff. Hä? Hallöchen, Daniel. Lille will mich gerade verwirren und ich weiß nicht, warum. Offensichtlich macht sie das gern. Hä? Hä? Was soll mir hier noch nicht aufgefallen sein? Jetzt bin ich verwirrt. Also, tatsächlich verwirrt. Sollst du es sagen oder nicht? Ja, sag mal. Weil ich gerade keine Ahnung habe, was du meinst. Dr. Strange hast du gesehen? Ja, den wollte ich im Kino angucken. Habe ich verpasst. Ich hätte sogar Urlaub gehabt in der Woche. Glaube ich. In jedem Raum brauchst du vier Briefe. Ach so. Ja. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das habe ich übrigens schon wieder komplett vergessen, dass wir nach einem Brief suchen, ne? Oh Gott. Wir suchen nach einem Brief, ja. Ach so, und nach 61 Dingens. Genau, 61 Pollen. Ei, 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 ei. Uff. Ich bin verwirrt. Das war sehr effektiv. Ja. Das ist aber auch nicht schwer, mich zu verwirren. Da braucht es nicht so viel dafür. Da braucht es halt wirklich nicht so viel dafür. Das ist fast schon lächerlich wenig, was es dafür braucht. Ja. Aber wusste ich es auch, dass ich nicht meine ganze Schar hier dabei habe. Sehr gut. Das sind noch ein paar. Da unten waren wir. So, Moment. Zack. Sehr schön. Du gehst so gut wie gar nicht ins Kino. Hast niemanden, der mit dir geht und viel zu teuer. Allein ist eher meh. Ja, okay. Okay. Du genießt Kino, also wenn, dann eher auch mit anderen. Das mit dem teuer kann ich verstehen. Absolut. Gut. Also, günstig ist es nicht. Also, kommt tatsächlich auch ein bisschen aufs Kino drauf an. Ich weiß gar nicht, war das... Ich glaube, Cineplex war das, die ja mal irgendwann gesagt haben, jeder Film, der nicht 3D ist, kostet nur 6,50. Was auch total in Ordnung ist vom Preis her, wie ich finde. Also, das war... Das war richtig gut. Aber die finanzieren sich ja so... Also, die konnten halt die Kinopreise oder die Filmpreise so günstig machen, weil schlussendlich... Das, was im Kino kostet und worüber die sich finanzieren, ist halt sowieso die Verpflegung. Das ist halt die Sache, ne? Und baust du jetzt mal dein erstes Kobe-Set? Ein Auto von der Historical Collection World Wars 2. Okay. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Was lächerlich wenig war dein Einkauf heute, Kappa? Ja, Einkaufen ist halt auch nicht gerade billig momentan. Das ist leider auch so. Großankauf momentan tut schon echt weh. Das muss doch da hinten sein, oder? In diesem Stapel. Ich wüsste sonst nicht, was wir hier quasi in der Küchenzeile übersehen haben sollten. Was ist denn das da hinten? Ne, das passt. Also, ich guck jetzt mal hier so durch, dass da unten, da waren wir drin, genau. Hier in der Eiswelt wird sich niemand einen Brief schicken wollen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Da unten war die Steuerzentrale, die haben wir ausgeraubt. Hallo, ihr Knubbels. Hier in der Eiswelt. Hier in der Eiswelt. Ahem. Hm. Ja. Okay, leuchtet hier irgendwas? oder ist hier irgendwas pink umrandet, wenn wir jetzt hier mal durch die Gegend laufen. Es sind hier gerne auch mal so Bücher oder sowas in der Richtung, die man noch ein Stückchen verschieben kann. Sieht aber hier gerade nicht danach aus. Hm. Hm. Da habe ich jetzt auch schon vorhin geguckt. Hier in den Dosen sind nur Schlafzimmer. Warum auch immer. Kann man schon mal machen. So. Hm. Bestimmt ganz unten zu Anfang. Wundern würde es mich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch hier um den Tisch rum vermutet, weil äh, da sind halt die Stühle. Da war vorhin was drauf. Auf dem hier war was drauf. Und auf dem anderen, da sind wir allerdings schon dreimal drüber gelaufen, weil das ist der Weg, den wir jetzt im Normalfall hier betritten haben. Au, 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 au. Ähm. Um uns mit Heineken darüber zu führen. Deswegen halte ich das jetzt da auch mal eher für unrealistisch. Genau. In dem Regal hier, in dem Weinregal waren auch mehrere. Was übrigens gar kein Weinregal sind. Das sind einfach nur gestapelte Ziegel. Aber ich finde das gut. Ich stehe da drauf. Das Bock mal wieder Onigiri zu machen und hast dir alles geholt, was man dafür braucht. Auch deswegen, äh, etwas teurer. Mal sehen, äh, wie gut du die noch kannst. Onigiri, ja. Oh ja. Skylo. Skylo. Das sind die Reistaschen in Algen mit Füllung. Ja, 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 ja. Worauf ich mal wieder richtig Bock hätte. Ähm. Wäre tatsächlich Takoyaki. Also. Die. Ja, aber was sind das eigentlich? Diese Teigbällchen mit, mit, äh, mit Oktopus drin. Also mit Tintenfisch drin. Total geil. Total lecker. Muss man mögen. Muss ich zugeben. Ich mag's. Ähm. Und vor allem, das ist so eine unglaublich geile Soßenkombi da normalerweise drauf. Aber ich hab leider keinen Lieferservice mehr, der mir die nach Hause bringt. Da gab's mal einen und ich glaube, der hat zugemacht. Zumindest find ich den nicht mehr. Und das find ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Sag mal, komm ich jetzt mal hier durch die, danke, durch die Mitte? Ich war schon, ich war schon fast zum Verzweifeln, ey. Das ist ja furchtbar. So. Oh, da, oh, da ist der Brief. Okay. Er war doch im Kühlschrank. Tatsächlich, das war eine Etage, wo wir noch nicht waren. So, gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass das reicht für Dingens. Ähm. Du darfst jetzt nicht irgendwas zu essen, irgendwas zu basteln wie Origami. Oh, ja, okay. Hi, Sideraf. Hallöchen. Hallöchen. Okinomiyaki. Das, glaube ich, hatte ich noch nie. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber da hätte ich auch mega Bock drauf, ja. Alles an Meeresfrüchten. Ah. Ah, Meeresfrüchte sind schon lecker. Aber ich weiß, dass viele die nicht mögen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich mag sie halt. Aber, ja, ich weiß, dass so viele ein Problem damit haben. Ich mag auch Pizza for Tidimare. Zum Beispiel. Finde ich auch geilo. So, wir suchen noch einen einzigen Pollen, Leute. Einen Pollen. Ein einziger. Irgendwo. In dieser riesigen Küche. Wie soll man denn hier einen einzigen Pollen finden? Das ist ja schlimmer als eine Nadel in einem Heuhaufen. Uff. Ein Pollen. Das heißt, wir sind irgendwo nicht richtig hingelaufen, wo mehrere waren. Du hast ja die Dinge auch mal zu Hause gemacht. War kein so großer Erfolg. Onigiri oder Tako, 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 Dings da. Jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich, ich habe es vor drei Minuten gesagt oder so. Ich habe vergessen, wie es heißt, ne? Takoyaki, Takoyaki. Das war's. Onigiri sind nicht zwangsläufig mit Fisch. Man kann die auch süß oder herzhaft machen, mit Fleisch oder ohne. Ähnlich wie Rap. Ja, 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 ja. Du kannst dich mit Pflaumenfüllung aus Animes. Ja, 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 same. Same. Schon wieder eine Polle. Ja, offensichtlich. Onigiri. Ja, okay. Ich habe irgendwann mal Sushi selbst gemacht. Also, mehrfach schon. Ist auch super einfach. Also, wenn man halt den Sushi-Reis hat, ist da echt nicht viel dabei. Und der ist fast schon das Komplexeste an dem Ganzen, weil der Rest sind einfach nur Algenblätter. Und für uns umgeübte Idioten nimmst du halt so eine, ja, eigentlich wie so eine Platzmatte aus dünnen Stäbchen und, ja, wickelst da dein Zeug rein. Ne? Fertig. Und dann hast du supergeile Sushi. Kannst auch alles damit machen. Also, sowohl die Inside-Outs als auch einfachen Nigiris und was weiß ich. Wirklich nicht schwer. Kriegt jeder hin. So wahr ich hier sitze. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, tue ich nicht, aber egal. Es ist doch ein Pollen oder der Pollen. Tatsächlich ein... Okay. Okay. Ja. Eol. Hier ist nix. Hier ist tatsächlich nix. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber da war nix. Du hast ja mal Sashimi gemacht. Im Sofa hast du vergessen, den Fisch zu braten. Oh. Ops. Im Abflussrohr? Ne, da kommen wir nicht rein. Guck mal. Da ist ein... Da ist ein Gitter davor. Die Idee wäre ja nicht doof. Das hatten wir ja schon mal. Aber da kommen wir tatsächlich nicht durch. Nicht mal wir. Obwohl wir so klein sind. Warte mal. Ne. Okay. Ich hätte dem Spiel zugetraut, dass es das unterm Teller versteckt hat. Da, wo ich auf den Fäden seifen musste, da war ich schon. Hä? Du meinst die Dunstabzugshaube. Ah. Dunstabzug. Nicht Abfluss. Ist doch das Gleiche. Nein. Wenn durch die Dunstabzugshaube Wasser fließt, hast du wahrscheinlich das Problem, dass du danach in deiner Küche einen Wasserschaden hast. Im blödesten Fall. Weil das Wasser dann von irgendwo herkommt, wo es nicht herkommen sollte. Oh Gott. Das war ja richtig profimäßig. Es ist beides in einem Haus. Ja, auch nicht immer. Nicht immer. Was? Das ist für den Dunst der Abfluss. Ja, aber das ist ja kein Abfluss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, aber die Vermutung hier hatte ich tatsächlich auch schon. Dass ich es möglicherweise hier übersehen habe. Das heißt, wir fahren jetzt hier mal lang und drehen uns auch immer brav rum, um zu gucken. Ja, Tatsache. Da ist es. Au. Au. Okay. Honiger Sammler. Sammle alle Pollen in Ambrose. Da müssen wir, glaube ich, jetzt noch... Haben wir den Brief schon? Ja, wir haben die... Haben wir den Brief schon? Offensichtlich. Ah. Haben wir den Brief schon abgegeben oder schleppen? Ja, doch haben wir. Ja, doch. Passt, passt, passt. Gott. Au. Au. Jetzt kommt er raus. Ich bin auf dem Weg. So. Ich bin auf dem Weg. Haben wir er offensichtlich, weil er uns nicht hinterherläuft. Der Brief vor allem. Ja gut, dann können wir jetzt das Teesieb holen und endlich das Level abschliefen. Abschliefen. Genau. So. Noch mal kurz nachgeschaut. Bam, 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 bam. Läuft. Nice. Dunst ist Dampf, Dampf ist gasförmige Flüssigkeit, also Abfluss. Ne, das Thema hatten wir schon. Gas, nicht Flüssigkeit. So. Was will man denn mit einem Teesieb? Du, Daniel, das ist die Standardposition eines Siebs, genauso wie die T-Pose für Charaktere in Spielen zum Beispiel. Bevor du so ein Sieb implementierst und damit die ersten Dinge tust, stehen die halt auch in T-Pose da. Ja, und daraus, ne, das Teesieb ist halt einfach, ja, das hat halt einfach nie die T-Pose aufgegeben. Also kann ich jetzt auch nichts für. Das ist halt, ja, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Überbleibsel. Ne, du siehst das ja, das Ding hier, ne, hier, die T-Pose, es macht ja diesen hier. Oh, falsch, falsch. So. Also, wir müssen von der Seite aus. Der kam schnell genug, um sehr gut zu sein. Manchmal habe ich doofen Ideen, die funktionieren. Klingt komisch, aber ist tatsächlich so. So, wo wollt ihr hin? Ihr wollt hier hinten raus. Sehr schön. Fünf Bauteile. Weißt du, was das heißt? Wir müssen nur noch eins finden. Nach Grisald geht es hier entlang. Komm durch, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Und wie ich bereit bin. Denn wir haben das Level kompletiert. Wie man so schön sagt. Oh, wir haben den Hausflur noch nicht kompletiert. Da war noch was. Richtig, 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 richtig. Ich erinnere mich. Dumme Ideen, die funktionieren, sind immer noch die besten Ideen. Ja, schon, oder? Finde ich halt auch. Oh, im Museum haben tatsächlich auch nur noch vier Fragmente Platz. Beeindruckend, mein Lodain. Okay, das sind quasi die Ohrschützer. Wir haben ein neues Bauteil für die Maschine des großen Adwin. Dieses Dings Bombs ist der Gründe Abschluss des Projekts. Das sorgt dafür, dass... Ach, vertrau mir einfach, ja. Es ist derzeit im Sinerienpark. Da dürfen wir uns eine Runde amüsieren. Wir müssen durch den Transitor gehen. Mir nach. Ja, ich weiß ziemlich genau, wo wir hin müssen. Da, wo das Lego haust. Oh, warte mal. Warte mal. Okay, ich dachte, hier müssen wir Dinge zusammenbauen. Aber hier, die Pollen, glaube ich, sind nur Anschauungsmaterial. Ich glaube, die sind nur Anschauungsmaterial. Oh, wisst ihr, was mich interessiert? Was war das Gift, das wir eingesammelt haben? Das können wir mal ganz kurz gucken. Wow. Voll daneben. Ja, ja, ja. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Zahmes Chaos. Die Viole. Der Inhalt ist noch nie ausgelaufen. Atmen zweit Dank. Nur eine einzige Anweisung wurde es der Generation von Kurator zu Kurator weitergegeben. Öffne niemals das zahme Chaos. Um sicherzustellen, dass diese Regel befolgt wird, wurde dieses Museum gegründet. Zum Glück steckt der Korken in der Öffnung fest. Es hätte das ganze Haus in der Erd, wenn damit etwas passiert wäre. Atmen sprach, als er uns diesen Gegenstand überließ. Dieses Gefäß enthält das ultimative Böse. Die Reste einer fiesen Waffe. Die letzten Tropfen von gezähmten Chaos. Aber es muss um jeden Preis erhalten bleiben. Ohne das Gift kann man kein Gegenmittel schaffen. Eines Tages werde ich Erfolg haben. Oh. Das ist... Ja. Okay. Ein bisschen creepy. Wie ich finde. Nur, nur, nur ein bisschen. Wild. Wie man so schön sagt. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass das ja Jugendsprache ist, ne? Es ist wirklich nur Gift. Es ist wirklich nur Gift. Ich hatte kurz irgendwie damit gerechnet. Vielleicht ist es, weiß ich nicht, Nagellackentferner. YOLO! Oh, Eol, das ist so alt. Hier entlang, mein Ludain. Wir sehen uns oben wieder. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir sehen uns natürlich oben wieder. Ja, ja. Das ist total in Ordnung. Wir brauchen aber hier vor allem noch... Äh, ich glaube, es waren 50... Ja, es braucht noch 50 Pollen hier drin. Und auch das ist eine Frage des... Wo? Wo? Wo sind die Pollen? Leute, wir brauchen die Pollen. Die Pollen brauchen uns. Wir müssen die Pollen finden. Und zwar so dringend wie... Ja, dringend halt. Warum wir diese Pflanze hier hingestellt haben, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich weiß nicht, warum wir das getan haben. Die Flasche war Pirat wegen dem Totenkopf. Oh Gott. Volldufte, Alter. Erstens heißt das Digger. Bro. Nee, warte. Brä. Brä ist ja Jugendsprache, nicht Bro. Bro ist ja schon wieder alt. Das ist ja Brä. Was auch immer Brä sein soll. Bei Brä denke ich an Brät und dann kriege ich Hunger. Komische Jugendsprache, ey. Bra? Nee, das trauen sie sich nicht zu sagen. Das würde ja tatsächlich an weibliche Kleidung erinnern. Ich bitte dich. Da sind sie viel zu schüchtern für. Ne? Auf dem Pausenhof rumstehen, rumgangstern und was weiß ich. Ich knall alle Bitches und was weiß ich. Aber wenn es dann soweit ist. Ja. Ja, ja. Ist klar. Brä? Nein. Das ist Brä. Leute. Brä. Das ist der heiße Shit. Definitiv. Do you know the way? Oh Gott. Ey. Ich bin einfach zu alt für den Scheiß, ne? Ich komm da drauf nicht klar. Vor allem tatsächlich neulich. Zwei. Ja. Keine Ahnung. Zwei Mädels gesehen. Im Bus. Oder besser gesagt eigentlich nur gehört. Und dann geguckt, was da schon wieder schief gelaufen ist. Die haben halt genauso geredet. Mit Digger und Alter und was weiß ich. Und da dachte ich mir so. Oh mein Gott. Und das ist unsere Zukunft. Wie? Wie? Wie bitte? Das ist doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich verstehe ja, dass Sprache im Wandel ist, ne? Und da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Deswegen habe ich auch nicht das große Problem damit, wenn man einfach deutsche Worte durch Englische austauscht. Was ich nicht mag, sind diese verdeutschten Anglizismen. So was wie geupgradet. Oder sowas in der Richtung. Da kriege ich einen Hals. Aber ich habe ein Upgrade gemacht. Sowas finde ich jetzt nicht so wild. Womit wir wieder bei wild wären. Aber so dieses Digger und, 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 und. Oh Gott, hey. Ich finde es furchtbar. I'm searching for the princess. Please show me the way. Das klingt wie ein Zitat, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste jetzt nur nicht woher. Wahrscheinlich Mario. Mario in Slang. Wir sind verloren. Wir sind einfach verloren. Das denke ich mir halt auch so oft. Manchmal bin ich ganz froh, dass ich glaube ich den größten Scheiß, den diese Welt noch erleben werde, einfach nicht mehr erlebe. Weil ich dann halt, ne? Ja. Weil ich dann halt einfach auch nicht mehr da bin. Ah, okay. Glück, ja. Was den Vogel haben einige Teenies in der Klasse des Großen abgeschossen. Oh Gott. Oh Gott. Will ich es wissen. Flo, du bist, du bist doof. Hallöchen, Flo. Ja, klar. Ich ratee nach dem Stream mich. Hm, das ist in Ordnung. Es ist übrigens Freitag, der 9.9. 2022 um 21.36 Uhr. Nur, dass du es weißt. Ähm. Ja. Hervorragend. Flo, wie geht's dir? Ähm. Ja. Das heißt, ich suche also nach dem Raid ein anderes Opfer. Äh, weil... Ja. Flo hat das jetzt für euch alle blockiert. Aber wir schauen ja dann trotzdem mal, wer noch da ist. Da ich ja dann offensichtlich offline gehe, ist der Platz zum Raiden ja dann wieder frei. Ahem. So. Sämtliche Bücher angucken, ob da irgendwas ist. Wir brauchen halt wirklich nur noch 60 Pollen. Das sind halt nicht viele. Die müssten... Die müssten noch zu finden sein. Du musst die Clips böse Alte zeigen. Viele gute Zitate. Ja, mach das mal. Mach das mal. Sogar mit Tonfunktion und Autofunktion, ja. Kannst nicht klagen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, bei mir ist... Ja. Kann auch nicht klagen. Es ist Freitag. Es ist Wochenende. Ähm. Also von dem her. Also. Es könnte deutlich schlimmer sein. Ich bin immer noch voll gefressen von vorher. Es ist... Äh. Ja. Ich habe definitiv zu viele gegessen vorhin. Aber abgesehen davon? Ja. Keine großen Klagen. Das ist das Game schon bei Bella gesehen. Sieht mega funny aus. Es ist super gut. Es ist super gut. Sagen wir es mal so. Du weißt ja, dass ich normalerweise nicht der 100% Spieler bin. Ne? Also nicht große Achievement Jäger oder sonst was. Dieses Spiel hatte mir instant ausgelöst, dass ich die 100% haben will. Es musste nicht mal viel dafür tun. Es musste einfach nur existieren. Was für 10 Idioten dürfen sich am Montag beim Lehrer entschuldigen, weil sie zu Physiken und jedes Mal zu spät kamen. Und das begründet damit, die Lehrer kommen ja auch immer zu spät. Ja, das haben wir damals auch schon probiert. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, das probieren alle irgendwann mal in ihrem Schulleben aus. So von wegen, ja, ja, der Lehrer ist zu spät, dann dürfen wir ja auch zu spät kommen. Die Taktik kenne ich. Hat damals nicht funktioniert, funktioniert heute offensichtlich genauso wenig. Und womit? Mit Recht. Ist halt auch eine Scheiß-Taktik. Und du glaubst, Flo wollte mich in der Schleife gefangen halten? Ich werde einfach für immer zu mir. Wir bauen hier also quasi eine endlose Rage-Schleife auf. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Fast schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert tatsächlich. War hier noch was? Hier hatten wir ja jemanden befreit. Aus dem Gefängnis. Es wird bald funktionieren. Raid by Need Legends. Bitte was? Oh mein Gott, geh mir weg mit dem Dreck. Hat das so von euch eigentlich schon mal irgendwann jemand gespielt? Raid Shadow Legends oder wie auch immer diese ganzen anderen ominösen Spiele heißen, die so massiv beworben werden? Hat sich da schon mal jemand herangetraut und das ausprobiert? Weil ein Werbebudget haben die ja, das ist absolut insane. Also, das ist ja... Da! Oh mein Gott. Es hat nicht gereicht. Wir sind... Blablabla. 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 Schade, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, Moment. Das hier könnte funktionieren. Ja, das dürfte reichen. Wir müssen allerdings auch noch landen. Oh, knapp, 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 knapp. Knapp. Neue Strategie. So. Ist dahinter noch was? Nein. Dumm ist es bei einem Fach zu versuchen, das den Fachraum gegenüber ihres Klassenraums hat. Na ja. Wir haben es halt damals probiert, als wir in der Zwischenzeit immer schnell zum Rauchen gelaufen sind. Wir sind halt... Also, eigentlich hätten wir damals den Sport eine Eins bekommen müssen, weil wir so viel beim Rauchen waren. Oh, ich habe das Ding schon dabei. Dass wir so viele Meter laufen, dass so ein Cooper-Test für uns einfach eigentlich gar kein Problem sein sollte. Ja, wir haben es. Sammler auf der Durchreise. Sammle alle Pollen im Transidor. Und damit ist der Transidor nämlich abgeschlossen. Nice. Das heißt, wir können jetzt in die Disco flattern. Äh, nee, zum Racetrack. Cool. Sehr cool. Dankeschön. So. Passt. Du kennst nur die Werbung. Der darf nicht nass werden und nicht nach Mitternacht füttern, sagt dir die Mutter noch zur Babysitterin. Bitte was? Das ist ein Gremlin. Probieren hast du es mal. Macht circa zwei Stunden Spaß, aber Geld dafür ausgeben. Aber es ist doch free to play. Warum sollte man dafür Geld ausgeben? Verstehe ich nicht. Du hast einen Kumpel, der bei Clash of Clans jeden Monat 100 Euro ausgibt, da einen Clan hat und das echt zuchtet. Deine Frage, warum kam nur ein Schulterzucken? Ja, okay. Okay. Was ich mal gemacht hatte, war... Wie hieß denn das? Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich vor Pokémon Go damals Ingress gespielt habe. Was ja eigentlich den Weg für Pokémon Go bereitet hat. Und ich hatte noch ein anderes Geo-Spiel. Lass mich mal ganz kurz auf Google Play gucken. Wie hieß denn das? Hieß das? Resources Inc. Sowas in der Richtung. War das das hier? Ja, tatsächlich. Das ist es. Resources Game nennt sich das Ganze. Das ist eigentlich sehr cool. Ist auch Geo-basiert. Du brauchst dann da quasi deine ganzen Förder-Dinge und was weiß ich. Irgendwo auf der Welt. Und kannst halt auch relativ viel von daheim aus machen. Musst die Dinge ab und zu mal reparieren. Ab und zu werden die auch mal angegriffen. Du musst die leveln. Und am Ende geht es darum, Geld zu machen. Werbung? Nee, nee, nichts Werbung. Erfahrung. Und das war eigentlich ganz cool. Und da habe ich auch öfter mal ein bisschen Geld reingesteckt. Weil es tatsächlich das ganze Leben etwas leichter gemacht hat. Aber kein Geld, das ich irgendwie bezahlen musste. Sondern Google Play gut haben, das ich mir über Umfragen verdient habe. Also von dem her. Das war voll gut. Das war richtig gut. Also das hat Spaß gemacht. So, guckt mal Leute. Lego. Oder irgendwas anderes. Klemmbausteine. So. Karte bitte. Zeig mir deine Eintrittskarte. Also. Hallo erstmal. Hier ist meine Eintrittskarte. Hm. Und was mit dem Kleinen? Ach, entschuldige. Ja. Hallo denn. Deine Eintrittskarte. Damit kannst du hier kommen und gehen, wie du magst. Okay. Wir haben eine Eintrittskarte. Eintrittskarte für Celerion. Okay. Celerion liegt hinter diesem Vorhang. Gehen wir. Nice. Oh, das sieht jetzt schon cool aus. Celerion Park. Hauptstadt der Unterhaltung, Urlauber, Touristen und Fans des Rennsports können hier rasante Spiele erleben was. Hier ist eine Eintrittskarte. Oh. Willkommen in Celerion, mein Lodain. Hier können alle Träume wahr werden. Womit wirst du anfangen? Die Citadel vor einer tyrannischen Bestie retten. Unseren Park der fantastischen Kreaturen besuchen. Die Hornissen bei ihrem rasanten, risikoreichen Rennen bewundern. Und dabei ein kostliches Getränk schlürfen. Celerion erfüllte jeden Wunsch. Haha. Ähm, was ist denn? Hast du erwartet, um ein Gefallen gebeten zu werden? Du bist doch in Celerion. Du dienst nicht dem Park, sondern der Parkte in dir, Milo, dein. Du bist frei. Moment. Du willst dieses Dingsbums haben. Selbstverständlich. Der Kunde ist König. Nimm es dir ruhig. Was? Das heißt... Es ist fast ganz nicht wert. Chef? Was denn? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir haben hier Leute zu unterhalten. Tut mir leid, Chef. Ich muss zuerst etwas sagen. Wir haben ein ziemliches Problem. Ihr Idioten! Wie soll ich bei solchen Zuständen Friede, Freude und Eierkuchen verkaufen? Aber in die Arbeit. Du kommst heute Abend in mein Büro. Ja, Chef. Es tut mir leid. Mein geschätzter Freund. Mein allerbester Freund. Was dieses Dingsbums angeht, das gebe ich dir wie versprochen. Aber zunächst schlage ich dir ein kleines Spiel vor. Quasi eine Herausforderung. Einfach um die Sache spannender zu machen, musst du unschuldige Besucher aus dem Liegen gebliebenen Zug retten. Repariere die Rennstrecke, denn die Show muss weitergehen. Finde das verlorene Auto von der Lanza den blauen Blitz. Finde einen wertvollen Gegenstand und das Preis für die Sieger. Damit ist auch ein Abenteurer deines Kaliberes erstmal beschäftigt. Ich bewahre dir mal das kostbare Dingsbums sicher auf. Ich wollte schon sagen, dass wir jetzt nicht einfach hier mit dem Ding rausgehen können. Oh mein Gott, das ist ja... Oh, das ist ja geilo. Ardwin ist also Vater. Oder Kind. Man weiß es nicht. Weil es Spaß macht, soll ich sie retten. Ja. Genau. Kunde ist König. Wir haben keine Anforderungen an dich. Hier, mach das, mach das, mach das und dies und sowieso. Und drinnen, ne? Okay. Das ist der Zug. Oh, so eine Holzdingensbahn hatte ich, glaube ich, früher auch mal. Du waltest, der alte Schwindler. Das Dingsbums bringt ihm nichts. Er will nur, dass du kostenlos für eine Arbeitest. Und dir bleibt eigentlich keine Wahl. Wir müssen dafür sorgen, dass das Rennen stattfindet. Es fehlen ein Stück Rennstrecke, ein Auto, Zuschauer, der Pokal. Also keine große Sache. Ja, klar. Ja, ja. Du wieder, ne? Klar. Keine große Sache, sagt er. Alter Schwede. Jetzt geht's aber los, ey. Wir sollen plötzlich in den Vergnügungspark, der eigentlich uns dienen sollte, arbeiten. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick. Und zwar vom Flügel des Drachen aus. Das ist voll das coole Kinderzimmer. Ich hatte damals kein so cooles Kinderzimmer. Ich hatte aber auch bei Weitem nicht so viel Spielzeug. Okay. Okay. Nice. Richtig nice. Drachi. Ja. Yep. Drachi. Absolut. Das reicht noch nicht, um da hochzukommen. Selerion klingt wie ein Gundam. Der Gundam Selerion. Ich hab zuerst an Seleri gedacht. Und daran, dass Seleri gar nicht mal so geil ist. Also schon, aber halt bedingt. Also man kann mit Seleri, glaube ich, sehr schnell übertreiben. Obwohl, nee, warte mal. Ich verwechsel das gerade mit irgendeinem anderen Kraut. Glaube ich. Das bin ich nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr cooles Kinderzimmer. Gefällt mir. Seleri ist super. Ja, ich glaube, ich verwechsel das gerade tatsächlich. Ich weiß aber auch nicht mit was. Seleri ist doch... Ja, nee. Seleri ist quasi wie Lauchzwiebeln, nur länger, dicker, größer. Das könnte falsch klingen. Oder das, das, das war Seleri. Ja, klar. Das ist Seleri. Womit verwechsel ich das gerade in meinem Kopf? Irgendwas, das super bitter schmeckt. Porri, Petersilie, Gurken. Nee, ich weiß es gerade nicht. Es ist nicht... Nee, es ist... Es ist nicht Seleri. Seleri ist tatsächlich super. Äh. Ich hab keine Ahnung. Meerrettich? Ja, Meerrettich bin ich... Ja. Meerrettich ist in Ordnung, solange es nicht übertrieben ist. Da ist halt sehr, sehr schnell die Gefahr da, dass es einfach viel zu krass ist vom Geschmack. Wir sind hier in einer Werkstatt. Wenn es nichts zu reparieren gibt, gibt es auch nichts zu sagen. Ach so. Arzon ist die einzige Hornisse, die nicht zu einem Team gehört. Aber mit Autos kennt er sich aus. Vor langer Zeit war er wohl... Ach, darüber soll ich nicht reden. Tut mir leid. Alles klar. Oh, oh, oh. Oh, so... Oh, geil, oh, so ein Parkhaus. So ein dämliches Autoparkhaus. So ein Matchbox-Parkhaus. Oh, geil. Fenchel. Ja, genau. Fenchel ist es. Ja. Davon bin ich jetzt nicht der große Fan. Mit dem ist halt wirklich schnell übertrieben. Sehr, sehr schnell übertrieben. Lauchzwiebel ist wie Porree. Ja, genau. Ein bisschen... Ein bisschen schärfer im Geschmack. Ne, ein bisschen milder im Geschmack. Stimmt eigentlich... Ich weiß es gar nicht. Ne, ein bisschen milder im Geschmack. Ja, richtig. Okay. Ich bin gespannt. Wir lernen hier bestimmt auch noch ein paar neue Tinykin kennen. Guckt mal, da ist ein Koko hinter Gittern. Wir sind im Zoo. Wir machen das wie vorhin. Wir schauen uns erstmal kurz auf den Boden um. Bevor wir hier weiter nach oben laufen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn für uns. Wir arbeiten uns von unten nach oben vor. Porree ist größer als Lauchzwiebel, aber nicht so scharf. Gut, als Schaf würde ich jetzt Lauchzwiebel nicht unbedingt bezeichnen, aber... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Chicorée. In Sahne gigano mit Käse überbacken. Ja, Chicorée ist auch... Ist nicht unbedingt mein Favorit, würde ich jetzt mal behaupten. Ist nicht so ganz meins. So rein vom Geschmack her betrachtet. Aber wenn da quasi genug anderes Zeug dran ist, dann kann ich den wie zum Beispiel auch Thunfisch hervorragend ignorieren. Ich bin so jemand mit genug anderen Geschmäckern kann ich bestimmte Sachen auch einfach ignorieren im Essen. Sowas wie beispielsweise Thunfisch, wo ich echt kein Fan von bin. Oder auch Blumenkohl, bin ich auch kein Fan von. Oh! Kasper! Puh! Oh, ja. Ich bin wieder erschrocken. Oh! Ist das... Oh mein Gott! Herz, Kasper! Oh, hi! Kann ich dich schon mitnehmen? Haben wir schon genug? Nein. Okay. Wozu ist... Oh. Ah. Verstehe. Du machst Ritterfilets am liebsten. Du bist halt Secondhand-Veganer. Das ist... Wow. Ja, gut. Ja, verstehe ich. Irgendwie. Nur mal kurz hier reingucken. Das ist nicht der Boden. Ist das ein Riesenrad? Oh, ja. Oh, geilo. Cool. Ich liebe bisher alles in diesem Kinderzimmer. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich wünschte, ich hätte damals so ein Kinderzimmer gehabt. So. Ich hoffe, wir können mit dem ganzen Spielzeug hier auch was anfangen. Ich hoffe, das bewegt sich dann alles irgendwann. Das wäre halt richtig geil. Wenn wir hier so ein Rennen starten könnten mit den Rennautos. Oder mit dem Zug mitfahren. Oder mit dem Riesenrad machen. Und was weiß ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da hat jemand, glaube ich, ne Quest. Hast du ne Quest für uns? Du bist doch gerade rumgehüpft, oder? Ja. Steak streicheln ist wie Kuh streicheln. Nur später. Du hoffst auf Auto und Zug fahren. Vielleicht gibt's ja ein Speed-Teilchen. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Magst du Loopings? Die sind cool, oder? Ich war noch nie in der Achterbahn mit Looping, aber... Ja? Ein Lanza hat beim letzten Übungsrenner einen gemacht und ist mit schalliger Schwindigkeit herumgezischt. Da sind sie und ihr Auto auf das Regal da oben geschossen. So ist das sieben als Rennfahrer. Schnell, schnell. Das Auto sieht wie aus... Sieht wie aus... Äh, nein. Sieht wie das auf der Startlinie aus. Nur eben in blau. Das musste Reparatur in die Werkstatt. Ach ja. Walter hatte ich geschickt. Also weißt du das alles schon. Na dann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alles klärchen. Wir müssen also das Auto da oben aus dem Regal hauen, weil es das offensichtlich beim Looping da hochgezischt hat. Äh, äh, ja. Ries, äh, ries Chlor. Mach mal. Ja. Okay. Wir machen schon mal alles kaputt, was wir irgendwie kaputt machen können. Logischerweise, weil... Dafür sind wir hier. Oh. Miet. Wir haben die Hauskatze gefunden. Gut, dass sich diesmal nur minimal größer ist als wir. Oh, geilo. Ein Dino. Oh. Okay. Voll gut. Voll gut, ey. Oh. Das ist echt ein super cooles Level hier. Jetzt schon großer Fan. Sehr großer Fan. Oh, jetzt... Warte mal. Jetzt sind wir, glaube ich, unterm Bett. Oh. Mysteriöser Geheimgang. Mysteriöser Geheimpollen. Mhm. Guck mal einer an. Was man da so alles findet. Was, du nimmst, ein Mew? Bitte was? Warum willst du ein Mew? Also, nichts gegen Mew. Mew ist cool. Meines Erachtens nach immer noch eins der coolsten Pokémon. Aber wie kommst du jetzt da drauf? Das ist eine Sache, die sich mir gerade nicht so ganz erschließt, wenn ich ehrlich bin. So, hier gehen wir jetzt gerade mal hoch, weil das hier ist ein abgeschlossener Raum. Da ist in Ordnung, wenn wir auch jetzt schon mal ein bisschen nach oben gucken. Oh. Steckdose. Dafür haben wir aber noch nicht genug, ne? Obwohl, wir haben 19 von denen. Ich weiß noch nicht, wo wir es hinführen müssten. Wo müsste der Strom hin? Wo ist das Kabel? Okay. Auf jeden Fall hier runter. Oh. Ach so, warte mal. Ne, von denen haben wir immer noch nicht zu wenig. Äh, immer noch zu wenig, ja. Ja, auf jeden Fall hier runter. Und da reichen 19 noch nicht dafür. I see you. Ihr dachtet wohl, ihr könnt euch von mir verstecken, ne? Könnt ihr nämlich nicht? Ja, sie wollen hier. Okay, jetzt sind wir doch eine Ebene höher, als ich wollte. Ne, egal. So. Gar kein Problem. Wir können ja jetzt wieder runterhüpfen. Läuft. Hat ein Kumpel in England mal gesagt. Er wollte Miel und die Katze erinnert sich, äh, und die Katze erinnert sich an den Satz. Ach so. Er wollte was zu essen. Ja, verstehe, verstehe. Ja, okay. Das sah aus, dann ein Pokémon wird es tatsächlich spannend. Aber gut. Versprecher sind halt meistens spannend, würde ich jetzt mal behaupten. Warte mal. Hier ist das Kabel. Vielleicht können wir doch was machen. Vielleicht schaffen wir es mit 26 von den Blauen doch dahin. Lass mal probieren. Das könnte schon funktionieren. Der Range von denen ist ja doch etwas größer. Ja, doch. Das sollte gehen. Und wenn, dann ist es sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. So. Wir gehen hier mal auf, so weit wie nur irgendwie möglich voneinander entfernt, die Kleinen. So. Also ohne das Ganze jetzt irgendwie millimetergenau auszudingsen. Naja, wartet. Ich muss sich ganz kurz loslassen. Ich finde es übrigens schön, wie die hier Platz machen, damit man das einschätzen kann, wo man die genau platziert. Nee, reicht nicht. Hier. Da. Da. Reicht nicht. Hier. Okay. Reicht. Oh. Shit. Oh Gott. Die Kleinen werden ja nachher überfahren. Wenn hier irgendwas rumflitzt auf diesem Gleis. Dingens hier. Wir haben noch sieben. Wird doch relativ knapp hier. Ja, aber es geht sich aus. Das geht sich absolut aus. Nice. Da stand eben, dass ich rund 30 brauche, gesamt. Echt? Steht das sogar da? Habe ich noch nie darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt für mich ein reines Kopfding. Das wird schon funktionieren irgendwie. Okay, wir schalten das mal ein. Oh, der Zug fährt schon wieder. Okay, das war ja einfach. Du hast auch einige geile Versprecher gehabt. Fatness Studio ist dein Favorite. Okay. Fatness Studio ist natürlich auch. Uff. Das ist natürlich auch. Ui, ui, ui. Vielleicht nicht ganz so praktisch. Möglicherweise. Je nachdem, mit wem man redet. So. Ich hoffe, wir können dann auch mal mit dem Zug mitfahren. Das wäre auf jeden Fall auch sehr geil. Wer bist du denn? Du hast auch eine Quest. Mei, Ludain, Volta hat mir Bescheid gesagt. Hast du dieses Teil der Strecke gesehen? Der ist kaputt und unbenutzbar. Haha. Wird es nicht Spaß? Ziel des Spiels ist es, einen Ersatz für dieses Stück zu finden. In dem Schrank da drüben sind einige Ersatzfälle, glaube ich. Ach, und noch spaßiger wäre es, wenn du es schaffen musst, bevor das Rennen anfängt. Ah, so. Oh, hier. Ja, oh. Ja. Hm. Alles klar. Also, die Rennstrecke hier ist ziemlich kaputt. Erstens ist der Looping ziemlich hinüber. Und zweitens... Fehlt auch noch ein Teil der Strecke, das hier will. Spaß ist es, daneben zu stehen, wenn der Zug entgleist. Hahaha. Okay. So. Ich bin hier, um dein Zoo aufzuräumen. Boshafter Beschwörer. Das sind Figuren, du Idiot. Nur Figuren. Und wo hast du deine unheimlichen Figuren gefunden? Keine Ahnung, die waren halt schon immer hier. Das dachte ich mir doch. Lügner, du hast dir auf Befehl deiner schattenhaften Meister beschworen. Mein, du, dann hilf mir, während ich diese irre ablenke. Bring die Figuren wieder in den Zoo. Sie sehen aus wie merkwürdig gewesen. Und es sind fünf. Ja, doch ein Zoo. Haha. Wir haben das Krokodil schon gefunden vorhin. Alles klar. Ähm. Da sind meine kleinen Explosiven. Tinykin wohl auf dem Weg verhungert. Könnte man so sagen. Ähm. Oh. Oh ja. Natürlich liegt hier irgendwo ein Furzkissen rum. Oh Gott, ich liebe es. Das Scheiße reicht noch nicht. Davon haben wir noch zu wenig. Ähm. Gut. Ich musste gerade. Es tut, es tut, es tut mir leid. Ein Furzkissen und ich muss draufdrücken. Ich kann nichts dafür. Es ist ein, äh. Grundbänisches Bedürfnis. Da war eben Brief. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. War die nächste Station. Ich wollte nur kurz hier die Rampe, äh, vom Pollen befreien. So. Hey, so blind bin ich jetzt auch wieder nicht, Leute. Den hab ich schon gesehen. Wir sind ja hier noch im Erkundungsmodus. Oh. Sehr gut. Oh. Oh. Okay. Damit ist die Ecke da hinten doch nicht ganz so geheim, wie ich jetzt gerade dachte, dass sie wäre. Gut, gut. Oh, was ist denn das? Das ist ein Lego-Männchen. Nur in groß. Ähm. Wir haben hier nur hochwertigen und tiefsinnigen Humor im Angebot. Benni, öfter Furzkissen. Ja. Ja. Ich finde das sehr tiefsinnig. Ist sehr tiefsinnig. Absolut. Mir ist kein tolles Wortspiel eingefallen. Ne, mit dir haben wir schon geredet. Genau, du willst die Strecke hier repariert haben. Da war was. Äh. Hier sind noch drei. Ich hoffe, wir können irgendwie mit den Dingern fahren. Das wäre halt richtig geil. Das wäre supergut. So. Ähm. Mhm. Sehr schön. Äh. Ja, toll. So hoch kommen wir hier noch gar nicht. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Kann ich mit meiner Seife ein Looping in der Bahn machen? Das wäre ein Versuch wert, ja. Das wäre tatsächlich ein Versuch wert. Oh. Warte. Oh. Ne. Mich hat es davor offensichtlich rausgehauen. Also hier, nee, es reicht der Schwung nicht. Ich glaube auch, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der Schwung ganz allgemein nicht reicht. Egal wir, egal wie, egal wie schnell wir da jetzt werden. Muss man nachher nochmal ausprobieren. Weil hier können wir ja auch hoch. Aber das ist halt so ein Flutschfaden. Ich nenne das jetzt einfach mal Flutschfaden. Weiß nicht warum. Ist jetzt so. Okay. Gleich mal hier eingesammelt. Ich glaube, auf der Pflanze hatten wir schon alles. Wo sind wir denn eigentlich reingekommen? Das war da drüben irgendwo. So, ich versuche gerade einen Plan zu machen, wie wir uns jetzt hier durcharbeiten. Das ist nämlich schon ganz schön groß hier. Vom Gebiet. Ich gehe mal ganz kurz zurück zum Eingang. Und du weißt, es ist mal in den Bettlerk. Alles klar. Alles klar. Dann solltest du einschlafen schon mal gute Nacht. Reicht das? Warte mal, hier waren wir gerade vorhin, oder? Ja, genau, da sind wir hochgelaufen. Ja, 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 ja. Sehr schön. Hier hinten war nämlich der Brief versteckt. Wo geht's denn hier hin? Das reicht, ne? Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Noch ein paar gelbe. Ich hätte nichts über, äh, nichts gegen. Nichts gegen mehr pinke Tinykin, wenn ich ehrlich bin. Wie viele brauchen wir hier? 32, wir haben 35. Das kriegen wir hin. Leute, wie schauen denn eigentlich eure Wochenendpläne aus, ne? Habt ihr irgendwas Hübsches vor? Eol bestimmt in die Ecke setzen und weinen, weil Urlaub bald vorbei. Ah. Das ist das Ersatzteil für die Dingens. Ähm, atmen. Oh, ja, das ist definitiv ein sehr solider Plan. Den kann ich nur unterstützen. Aber ansonsten habt ihr irgendwas Schickes vor. Habt ihr einen Ausflug geplant? Irgendwas anderes Hübsches? Ich weiß selber noch nicht, was ich mach. Ich werd die Zeit, in der es nicht regnet, für Hunderunden nutzen. Klassiker. Und ich glaub, ich werd mal versuchen, dass ich tatsächlich, ähm, ein bisschen am Stream rumprogrammiere. Da steht ja noch das eine oder andere aus, was ich eigentlich tun will. Ähm. Wo ich bisher einfach zu faul war, es zu tun. Und so langsam rinnt mir die Zeit davon, für den Zeitpunkt, wo ich es eigentlich fertig haben will. Sagen wir es mal so. So langsam krieg ich ein bisschen Zeitdruck, was das angeht. Anime-Wochenende machen? Vielleicht Biergarten? Oh, ja. Biergarten klingt auch nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, die warten hier oben. Dann fliegen wir mal kurz hier rein. Holen uns die da raus. Machen hier die Brücke. Genau, da waren wir oben vorhin. Da ist das Dingens. Ähm. Das Wurzkissen. So heißt's. Alter. Wir haben alle gelben gebraucht, oder? Nee, zwei ist ja noch übrig. Gott. Ich dachte schon. Oh, was ist das hier? Warte mal. Oh. Okay. Hier kommt ihr lang. Verstehe. Dann haben wir hier dran. Oh, was ist denn das? Oh, das sind so coole Leuchtefiguren. Oh, ja. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Und das hier ist einfach nur gefährlich. Ein Teelicht in der Bücherhöhle. Jetzt mal ganz ehrlich. Dieser Adwin hat einfach null Pflichtbewusstsein. Und was weiß ich. Gegenüber seinen, seinen kleinen Bewohnern hier. Das ist ja furchtbar. Das ist lebensgefährlich für die. Okay, wo wollt ihr hin? Achso, ihr lauft hier hinten rum, um das... Ja, verstehe. Verstehe. Dann bewegen wir uns mal hier hin. Kommt mal her, Leute. Macht mal ein bisschen Platz, damit die hier durch können. Admin ist eine gute Idee. Ansonsten Kinder beschäftigen. Meine geht morgen Vormittag nochmal auf Arbeit, weswegen du nichts Großes planen kannst. Oh, verstehe. Verstehe. Ja, okay. So, was haben wir denn? Danke. Danke, danke, Adwin. Adwin sei mit dir. Ich weiß nicht, was Walter mir sonst angetan hätte. Danke. Meine lieben Saucis, müsst ihr genau in dem Moment raiden, in dem ich meine Stimme komisch verstelle? Oh mein Gott. Das ist jetzt ein ganz, ganz merkwürdiger Ersteindruck möglicherweise. Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Was habt ihr getan? Warte mal, ihr habt... Wie lief's in Elden Ring? Wie lief's in Elden Ring? So, ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raustappen, damit ich euch einen Shoutout geben kann. So, Zosgarming. Genau, Zosgarming. Genau, Elden Ring, ne? Da wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ebenfalls einen wunderschönen Abend. Ja, ja. Es lief super in Elden Ring. Ja, er zählt. Er zählt. Ich bin neugierig. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ja, für alle, die mich übrigens nicht kennen. Hallöchen. Erstens, schön, dass ihr da seid. Zweitens, äh, ich bin Benni. Ähm, wie der Kanalname jetzt unschwer vermuten lässt. Mein Name ist allerdings nicht Macht. Das steht tatsächlich für Thun. Äh, und wir machen hier ganz viele Dinge. Ähm, hauptsächlich Indie-Game-Spielen. Wie gerade Tinykin. Das ist diese Woche am Dienstag. Musste Dienstag gewesen sein, rausgekommen. Ähm, Spiele im Stile von Pikmin. Und, äh, ja. Man sammelt einfach alles, was man findet. Man hat jede Menge flauschiger, kleiner Pikmin hinter sich. Äh, Pikmin Tinykin hinter sich. Und die machen ganz, ganz, ganz viele verschiedene wilde Dinge. Und, ähm, ja. Es ist super. Und wir reden über viele Dinge. Wir reden sogar sehr viel. Ich rede sehr viel. Die anderen auch. Also, durchschreiben. Hahaha. Aber hauptsächlich rede ich. Ähm, logischerweise. Hahaha. Ah, das ist einfach großartig. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so gut. Ah, ihr kommt gut voran. Mal gucken, wie lang. Morgen wartet, äh, ein erster Story-Boss. Uhu. Geht, 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 geht. Geht's zu Margit? Geht's zu Margit? Trau die euch? Ich kann das nur gut heißen. Ich kann das nur gut heißen. Oh mein Gott. Jetzt sind wir hier runter gedüst. Das ist nicht so geil. Ah. Okay, wir müssen kurz außenrum. Wir haben noch nicht genug Stapel, Tinykin. Ähm. Ja. Schloss Mornes durch. Ja, sehr, sehr cool. Schön, schön. Da muss ich morgen zugucken. Auf jeden Fall. Wie läuft's bei Tinykin? Es läuft hervorragend. Ich glaube, das hier ist tatsächlich auch schon das letzte Level. Und das macht mich möglicherweise jetzt schon ein bisschen traurig, falls das wirklich so ist. Aber wir kommen wirklich gut durch. Es macht super viel Spaß. Es ist super knuffig. Es ist total niedlich. Und, 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 überhaupt und sowieso. Und es ist, es ist Tinykin. Aber ich glaube, nach diesem Level haben wir es eigentlich oder wahrscheinlich schon durch. Ich bin noch nicht 100% sicher. Vielleicht hält das Spiel noch eine Überraschung bereit. Aber es hat so gewirkt, als ob. Sagen wir es mal so. So. Okay, noch ein paar mehr Pinke. Das ist sehr gut. Wie viel Spielzeit habe ich jetzt? Ähm. Warte, das kann ich sogar nachschauen. 9 Stunden und 10 Minuten. Und 41, 42, 43, 44, 45 Sekunden. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Okay, was auch immer wir jetzt hier mit uns rumziehen. Ähm. Ich glaube... Ne, ich weiß tatsächlich nicht, was es gekostet hat. Ich habe es einfach gekauft, weil ich sowieso kaufen wollte. Ähm. Aber ich glaube, das war irgendwo bei 17 Euro oder so. Finde ich aber voll in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Aber ich bin da ja nicht so. Ich setze ja die Dauer eines Spiels tatsächlich nicht mit, äh, nicht mit dem Preis gleich. Das ist für mich kein Kriterium. Aber man hat auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Je nachdem, wie gut man sich halt auch umschaut. Auch ein bisschen länger. Und wir spielen auch tatsächlich auf 100%. Also... Wir müssen alles finden. Alles, alles. So richtig alles. Und nicht nur finden, sondern manchmal auch Dinge tun. Von denen man nicht erwarten würde, dass man sie tun muss. Zum Beispiel im Wasser ertrinken oder so. Ach, wir sind beim Furzkissen gelandet. Oh, sehr gut. Das ist praktisch. Ja, wunderbar. Hier haben wir... Genau, hier sind wir vorhin gerade ausgestiegen. So. Okay. Dann gehen wir mal hoch zum Katapult. Ich hab das Gefühl, dass wir dafür alles haben, was wir brauchen. Hey, du da, Kleiner mit dem Schopf. Magst du mal spielen? Diese vier Idioten haben voll daneben geschossen. Und jetzt muss ich ihre Munition zurückholen, bevor ich jetzt wieder aufmachen kann. Du hast es doch nicht eilig, oder? Na. Ah, geh hin. Äh. Frag sie, äh, was sie mit ihrer Munition angestellt haben. Und bring sie wieder her. Dann lass ich's dich mal ausprobieren. Was hältst du davon? I-i-i-ja. Ja. Welche Idioten? Wo sind die? Erstmal gucken. Erstmal gucken. Oh. Hey. Das war nur ein Probeschuss. Diese Schwindlerin hat mir nicht gesagt, dass ich nur einen Schuss kriege. Na, immerhin wird sie diesen Bolzen nicht so leicht wiederkriegen. Jetzt war er im Turm feststeckt. Ah. Du meinst diesen Bolzen? Ja, gut, dass wir den selbst auch schon dabei haben. Okay, cool. Wir können hier Dinge zonen. Alles klar. Ich weiß... Oh. Ballons kaputt schießen wahrscheinlich. Und... Jawohl. Und, 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 und. Yes. Volltreffer. Vollgut. Man könnte fast meinen, ich war mal ein Schützenfeind. Dass ich tatsächlich war. Nur so am Rande. Du magst es, dass ich meine Stimme immer so verstelle. Du glaubst nicht, wie anstrengend das ist. Also Stimme verstellen für sowas ist super anstrengend. Warte mal. Ach so, wir haben... Äh? Wir haben nicht genug Tinykin dafür. Oh, wir haben nicht genug Tinykin dafür. Ja, hoppala. Ach so, liegt wahrscheinlich daran, dass die noch irgendwo rumstehen. Und irgendwas durch die Gegend tragen. Das kann natürlich sein. Guck mal mal. Was glaubst du aufs Wort? Ja, also es ist, es ist wirklich krass. Ich mach das super gerne, aber wenn ich das zu viel mache, habe ich am nächsten Tag möglicherweise auch echt ein Problem mit der Stimme. Ich hatte das schon einige Male, dass ich dann wirklich mit so einer hochkrassigen Stimme irgendwie aufgewacht bin. Und erstmal Dinge dafür tun musste, dass die wieder normal wird, sag ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war, wo es wirklich krass war. Es gab mal ein Spiel, da habe ich es wirklich massiv verstellt. Und wir haben ein neues Achievement. Moment. Hol ein Tinykin mithilfe eines anderen Tinykin aus seinem Ei. Wie soll man denn das? Okay. Da ist jetzt gerade einer von unseren, weiß ich nicht, wie viele das sind. Sieben bis acht Dutzend. Tinykin einfach durch ein Ei gelaufen und hat einen anderen befreit. Das war jetzt nicht mal Absicht. Das war jetzt nicht mal Absicht. Bei Clio, könntest du es dir vorstellen? Ja. Ja, Clio ist ein guter Kandidat dafür, das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war tatsächlich. Kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Aber da hatte ich am nächsten Tag echt mit der Stimme zu kämpfen. Ich bin halt aufgewacht und meine Stimme so, ja du doof Arsch. Danke für gestern, danke für nichts. Ah, stopp. Okay. Ich glaube, wir haben oben alle Pollen erwischt. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Das lief, denke ich, gut. So. So tolle animierte Emotes. Die sind super, ne? Ich liebe die auch. Total. Die sind richtig gut geworden. Die sind richtig gut geworden. Okay, da haben wir jetzt einen Strom, also eine Steckdose. Aber wo müssen wir den Strom hinbringen? Das ist spannend. Oh, warte mal. Das, das sieht so aus, als wäre hier was. Mhm. Vermutlich da durch. Okay, wir bleiben aber nochmal hier in der Ecke vom Bett. Habe ich jetzt da oben das Ding erwischt? Ich hoffe. Ich hoffe, wir haben das jetzt hier erwischt. So. Ist das da unten nicht der Zoo? Das ist der Zoo, ja. Das ist der Zoo. Da müssen wir auch noch Tiere hinbringen. Und ein Tier ist auf dem Weg. Und deswegen, glaube ich, haben wir gerade keine Tinykin, die wir hier dagegen schleudern können. Ich will aber gerade auch nur gucken, ob wir... Ja, da haben wir es erwischt. Auf dem Dingens. Ja, das passt. So, das heißt, wir müssen mal ganz kurz was beim Zoo abliefern. Moment. Wo stecken denn die Typen fest? Warte mal, wo ist denn hier das Gegengewicht? Von diesem Buch am Seil. Ich habe keine Ahnung, wo meine Tinykin sind. Irgendwo stecken die fest. Und ich habe keine Ahnung, wo. Das ist natürlich hervorragend. Falls ihr Eltern seid, seid nicht wie ich mit meinen Tinykin. Behaltet eure Kinder im Auge. Ich kann da jetzt aus Erfahrung sprechen, dass das eine gute Idee ist. Wir müssen nochmal nach da oben. Warte mal, dafür können wir, glaube ich, hier rein und uns nach oben hangeln, oder? Ja, genau. Das geht. Hey, Daniel. Baby. Oh, hallöchen, Schokobel. Hi. Hallöchen. Hallöchen. So. Zwei Pflaster an der Hand. Was? Lilith, du warst auf dem Weg ins Bett. Wie kannst du... Was? Wie? Warum? Ähm... Ach da. Das da habe ich gesucht. Ponk. Wir haben zu wenig Tinykin. Scheiße. Wir haben zu wenig Pinke, wie es ausschaut. Das ist natürlich doof. Warte mal, wir haben da drüben aber... Moment. Bitte, 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 bitte. Lass uns doch rüberkommen. Lass uns doch rüberkommen. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Ha. Puh. Das war knapp, als ich wollte. Oh, wir sind im Wäscheschrank gelandet. Nice. Die Splatoon 3-Sucht hatte ich gepackt. Allein heute am Releasetag schon 10 Stunden gespielt. Oha. Oha. Ich habe vorhin schon gehört, dass das Spiel offensichtlich Spaß macht. Auch wenn es nach der, sage ich mal, klassischen Nintendo-Formel momentan ist. Dinge, die man als Update verkaufen hätte, können als neue Spiel rausbringen. Aber dass es Spaß macht, ist doch super. Das ist nice. Das ist richtig gut. Am Mittelfinger ist einfach nur die Haut am Nagelbett eingerissen und fängt vorhin an zu bluten. Und am Daumen hast du dir irgendwie was beim Bodenputzen. Die Haut aufgerissen bei einer Stelle so tief, dass da auch ein bisschen blutet. Und, ah, ja. Ja, okay. Okay. Ja, aber das mit der Haut am Nagelbett, das kenne ich. Die ist bei mir auch super empfindlich, was das angeht. Die kennt da nichts. Ich renne auch das Öfteren mal mit irgendwie einem Pflaster um die Gegend. Hauptsache, dass da nichts hinkommt, damit es einfach mal ein bisschen aufhört zu brennen. Ja. Und Hallöchen, Amy. Hallöchen. Kannst du nichts sagen, weil es dein erster Teil der Reihe ist? Ja, okay. Ja, aber das Wichtigste ist ja sowieso, dass du Spaß hast. Absolut. Dafür sind Spiele da, dass du Spaß machen. So. Ich überlege... Äh, genau. Ich überlege, wie... Alter. Ja, ich habe gerade die Fähigkeit meiner Sprache verloren. Das ist wunderbar. Das ist ganz toll. Das sollte man mal mitgemacht haben. Ist super. Kann ich empfehlen. Ähm. Ich überlege übrigens... Ich überlege übrigens immer noch... Uff. Was das für ein Spiel war, wo ich die Stimme so krass verstellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das Schlimmste ist nur daran, dass ich halt überhaupt nicht gut im Stimme verstellen bin. Also überhaupt nicht gut. Ich kann halt so zwei, drei Stimmen und das war es leider. Oh, was bist du denn? Oh, da muss ein Pokal drauf. Verstehe. Da muss ein Pokal oder sowas drauf. So. Ich suche mal kurz die Tinykin, die irgendwo im Stau stecken. Ähm. Weil ich weiß, dass wir vorhin irgendwas auf den Weg in den Zoo geschickt haben. Aber die sind offensichtlich nie hier angekommen. Hm. Bettzeit? Was? Was für Bettzeit? Ich gehe noch nicht ins Bett. Das wäre... Das wäre viel zu früh. Ähm. Das wäre viel zu früh. Oder was meinst du, Lilith? Du verwirrst mich schon wieder. Du verwirrst mich. Sprechen wir über bewertet. Hashtag Uff. Ich habe meine Tinykin wieder gefunden. Ah, ja. Ah, ah, ah. Oh, da wollt ihr lang. Okay, verstanden. Hier sind die. Ah, hier. Okay. Wir müssen eine Brücke bauen. So. Jetzt sollten sie da rauskommen. Theoretisch. Wenn man die Brücke ja auch fertig baut. Passiert das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Vor allem du, wo du kompetitive Multiplayer-Spiele eher meidest, hast unfassbar viel Spaß daran. Ja, das ist doch nice. Das ist doch richtig gut. Das ist doch richtig gut. Amy, wie geht's dir? Chocobl, wie geht's dir? Abgesehen davon, dass sich das Spiel sehr glücklich macht, offensichtlich. Wenn ich nicht mehr reden kann, sollte ich wohl mein Hirn ausruhen. Nein. Erstens reden kann ich sowieso selten. Hirn ausruhen funktioniert auch nicht. Warte. Lass mich nachschauen. Was sagt mein Tracker zu meinem Schlaf heute Nacht? Wow. Ich habe 5 Stunden 59 geschlafen. Das ist richtig viel. Ich habe eine Effizienz von 89%. Ich lage nur eine Dreiviertelstunde lang wach im Bett. Woo. Nice. Das ist ja fast ein Schlafrekord für mich. Das ist richtig lang. Normalerweise bewegt sich das so im Bereich von 4,5 bis 5 Stunden bei mir. Die ich schlafend im Bett verbringe. Weil es wird ja getrackt, sowohl wie lange ich im Bett bin, als wie lange ich auch schlafe. Und das ist meistens nicht lang. So, jetzt haben wir genug von euch. Wunderbar. 6 Stunden sind schon lang. Ja, tatsächlich, ja. Laut deiner Uhr hattest du 10 Stunden. Das haut nicht ganz hin. Hast du vergessen, dein... Weiß nicht, was du nutzt als Tracker. Hast du vergessen, deinen Tracker auszuschalten? Hä, 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 hä. Eieiei, ei, ei. Das ist mir schon lang nicht mehr passiert. Also, ich habe halt auch momentan am Wochenende... Ich kann nicht länger als 6 Stunden schlafen. Also, es ist... Ich verstehe es auch nicht, warum. Weil selbst am Wochenende... Ich gehe ins Bett und bin 6 Stunden später quasi wieder aus dem Bett raus. Und ich finde das selbst zum Kotzen. Weil ich würde gerne mal wieder 8, 9 Stunden oder so einfach ausschlafen. Aber Körper sagt einfach nein. Körper ist ein Arsch. So. Da drüben hängt ein Seil. Ähm. Moment. Dir geht es großartig. Sport läuft gut. Weil neue Zwischenziele gesteckt. Auch sonst kannst du dich nicht beschweren. Ja, nice. Waren vielleicht nur 9. Das ist trotzdem eine ganze Menge. Neun Stunden schlafen. Uff. Das habe ich das letzte Mal vor Monaten oder so geschafft. Das halt wirklich... Das ist halt... Das ist ein Problem. Also, eigentlich ist es ein Problem. Dass ich nicht... Dass ich nicht lang genug schlafen kann. Also, Betonung liegt wirklich auf... Nicht lang genug schlafen können. Aber hey. Noch hat es mich nicht eingeholt. Du kommst gerade von deiner Mutter nach Hause. War ein langer Tag, obwohl du frei hattest. Hab das auch lecker griechisch gegessen. Oh, schon wieder jemand, der griechisch... Schon wieder jemand mit griechischem Essen. Ich bin voll neidisch. Jetzt sitzt er im Rechner, um den Abend schon mit euch ausklingen zu lassen. Ja, nice. Mir? Ja, mir geht es super. Abgesehen davon, dass ich offensichtlich zu müde bin. Für alles. Aber hey. Ich hatte vorhin Kaffee. Da muss noch ein bisschen wirken. Unter der Woche auch eher 5 bis 7. Ja. Ich glaube, wir schlafen insgesamt alle eigentlich fast ein bisschen zu wenig, ne? Die Uhr denkt halt, dass du schläfst, auch wenn du nur entspannt rumliegst. Ja, okay. Ja, gut. Ja, da kann die Uhr nicht wirklich so einen Unterschied machen. Ich hatte schon mal überlegt, mir tatsächlich so ein... Es gibt ja von Google auch so ein Smart... Ne, das ist nicht Smart Speaker, Smart Display oder sowas in der Richtung. Das ist das Neue. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Das hat ja auch so einen Überwachungs- oder so einen Schlaftracker für die Nacht. Das ist mehr oder weniger quasi fürs Nachtkästchen gemacht. Und das misst da tatsächlich auch die Atmung. Und ich glaube, an der würde man es nochmal ein bisschen genauer erkennen, ob man schläft. Und dann dachte ich mir so... Ne, brauche ich eigentlich echt nicht. Mir reicht das, was ich hier in der Uhr habe. Das Ding misst nämlich unter anderem auch... Dingens. Meine Sauerstoffsättigung in der Nacht. Leider nicht tagsüber. Warum auch immer. Ich habe da noch keine App gefunden, die das in Google Fit oder so überträgt. Nur den Puls. Aber Sauerstoffsättigung ist in Ordnung. Was ich ganz gut finde. Seit ich diese Uhr habe, habe ich so viel über meinen Körper gelehrt. Das ist insane. Ich werde wieder müde. Eigentlich ist mein Geheimnis immer müde zu sein, Daniel. Aber manchmal kann ich mit Kaffee für etwas mehr Wachheit... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ja, für etwas mehr Wachsein sorgen, sage ich mal. Etwas weniger müde. Und was dann ausgeschlafen? Oh, schlafen ist schon geil. Was gestern so verdammt müde ist, war kurz nach 23 Uhr da bist du ins Bett gefallen. Das ist mir diese Woche auch passiert, dass ich um elf im Bett lag. Hat nicht viel genutzt, weil ich bin da nicht eingeschlafen. Aber ich war früh im Bett. Griechisch ist geil. Ja, ist es. Mit Vormittagsschlaf von ein bis anderthalb Stunden schaffst du täglich deine acht Stunden. Ja, Vormittagsschlaf ist halt leider nicht drin bei mir. Mittagsschlaf auch nicht so wirklich. Ich hätte nichts dagegen, aber funktioniert eigentlich nicht. Du musst mal eben in den Videoschnitt lurk. Alles klar. Alles klar. Ich bin der Hulk nur müde. Ja, ich bin der müde Hulk. Ja, richtig. Ich bockse dich um, wenn ich wach bin. Adrenalin hilft auch gegen Müdigkeit. Einfach mal auf dem Fensterbrett balancieren. Ich habe keine Fensterbretter, Eol. Ich habe nur einen kaputten Ballon. Yes. Nee, ich habe keine Fensterbretter. Okay, hier brauchen wir auch noch irgendwas dafür. Das muss man noch finden. Weil ich habe nur bodentiefe Fenster. Ich habe ja nur eine Fensterfront nach außen. Also, ich habe ja keine Außenmauer statt. Stattdessen sind das halt... Stattdessen sind das halt... Stattdessen sind das halt... Stattdessen sind das halt nur bodentiefe Fenster. Keine Wand. Ist ein bisschen schwierig. Und selbst wenn ich hier auf dem Balkon balancieren würde, würden wir uns das nichts bringen, weil der andere Balkon unten drunter... Also, ich könnte gar nicht so doof fallen, dass ich mir wirklich stark wehtun würde. Sagen wir es mal so. Oh. Okay. Okay. Also, wie im Osten bei mir. Ich habe gar nichts. Ich habe tatsächlich ziemlich viel. Was das angeht. Ah. Wie viele Stromis haben wir? 38. 38. Wir müssen die hier durchlegen. Wohin müssen wir die legen? Was müssen wir mit Strom versorgen? Ach, hier. Oh ja! Das Riesenrad! Und unbedingt das Riesenrad. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So schließt die Äuglein. Die Zwillinge sind morgens um 6 Uhr wach. Ja dann. Schlaf gut, Lilith. Und äh... Ja. Lass dich nicht ärgern. Am Wochenende. Steht da tatsächlich, wie viel man braucht? Ach, hier steht das. Oh. 28. Okay. Ich bin gespannt. Weil die haben wir ja zufälligerweise dabei. So. Moment. Bin gleich wieder bei euch. Wir müssen hier lang. Der hat nicht funktioniert. Nee. Jetzt. Okay. Und? Das Riesenrad. Jawohl. Nice. Was dir ist ein doofer Witz angefallen? Du musst dich zusammenreißen. Die Dinger sind in der Erfindung von Tesla. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Du hast gerade gesehen, Clio gibt es bei Steam im Angebot. 4,37. Das kann sein. Mir wäre zwar jetzt gerade keine Aktion bekannt, aber gut. Kann natürlich sein, dass es gerade mal im Sale ist. Ach, es funktioniert wieder. Ich... Nein, ich gehe da nicht wieder rein. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass es nicht halt... Dass es nicht hat sollen sein. Nicht hat sollen sein. Oh, schöne Formulierung. Oh, ich mag das. Ja. Das ist ein Erlebnisriesenrad, weil man Erlebnisausstiege hat. Oh, da ist das... Da ist das Auto, Leute. Da ist das Auto. Warte mal. Ihr müsst irgendwie... Ah ja, okay. Gut. Das heißt, wir schauen uns mal kurz hier im Haus um. Oder hier beim... Oh. Ja, das hat ja super funktioniert, ne? Du meintest Nikola Tesla? Ja. Ich auch. Ich glaube aber nicht, dass der was mit den Tinykinds zu tun hatte, weil... Auch wenn die sich am Strom bedienen, glaube ich eher, dass die einfach seine Erfindung nutzen. Warte mal. Die Musik hat sich in so ein... Die Burg hatte gerade so einen Mittelalter-Flair. Ganz kurz. Oh, cool. Hoi. Schau mal. Noch einer, der dieselben Fehler gemacht hat wie du, Warazzi. Kannst du damit mal aufhören? Ich wollte doch nur den alten Mann nicht stören. Und Galahad hat ihn ja besorgt. Also ist doch egal. Das war Teamwork. Du weißt, mein Lothar, ja? Wenn du es so weit geschafft hast, kann ich dir auch einen Tipp geben. Wir haben den Pokal schon gewonnen. Wir sind nur hier, um ein bisschen Spaß zu haben. So. Die Bestie hat eine Schwäche. Sprech mit dem alten Merlin am Eingang der Attraktion. Merlin. Oh. 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 Merlin. Schön. Hallo. Oh. Merlin. Oh. So. Oh mein Gott. Was für ein Süßholz-Raspler. Oh. Was ist... Oh. Hi. Hallöchen. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh. Oh so. Entschuldigung. Ja, ich hab sie wirklich geklappt. Oh Gott. Ich bin... Oh. Da hab ich einmal ne coole Idee für nen Witz und ich verkack ihn. Was heißt da coole Idee für nen Witz? Na. Na. Ah. Was? Wie fällt ein Mathematiker einen Baum? Er quadriert ihn, damit die Wurzel wegfällt. Daniel, ich mach das jetzt immer so. Wenn du uns leiden lässt, lass ich euch auch leiden. Alexa. Erzähle einen Witz. Sagt der Schornsteinfeger zu Frau Müller, guten Tag. Wir haben in ihrem Ofen einen Mangel gefunden. Antwortet Frau Müller ganz entgeistert, was? Wie ist denn die Mangel in den Ofen gekommen? Hä? Danke, Izzy. Und hi, Izzy. Hä? 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 Den hast du nicht verstanden? Ja, ich auch nicht. Das ist heute schon der zweite Witz, den Alexa erzählt, den niemand versteht. Äh. Wow. Jetzt sind die Witze nicht nur schlecht, sie sind auch unverständlich. Eine Mangel ist etwas aus der Reinigung noch nie gehört. Ich hab grad gem... Ich hab grad... Ich... Also ich... Ich dachte gerade, sie meint nen Mangel, aber... Das ist ja auch nochmal was gänzlich anderes. Oh, da oben müssen die Tinykin hin. Okay. Auch Mangel nicht in dem Kontext. Ja. 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 Aber... Sie hat nicht Mangel gesagt. Hat sie Mangel gesagt? Ich hab keine Ahnung. Hat sie Mangel gesagt? Ich bin nicht 100% sicher, was sie gesagt hat. Ich find's nur schade, dass offensichtlich niemand Alexa's Witze versteht. Damit bügelt man und trocknet man gleichzeitig. Ich weiß. Aber was hat das mit dem Ofen zu tun? Also... Okay. Offensichtlich hat sie Mangel gesagt, aber... Warum? Ich verstehe es nicht. Gut. Zumindest kann niemand Alexa vorwerfen, dass sie uns nicht zum Denken bringen würde. Die haben einen Mangel gefunden und sie fragt, wie die... Oh, jetzt. Jetzt ist plötzlich dieser Mangel. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir brauchen ein Blank-Emote. Ich seh das schon. Das ist jetzt aber ein bisschen doof, oder? Das geht... Also... Hä? Das passt doch hier nicht. Ach so. Nee, warte mal. Ich muss dich nur verschieben. Okay. Ah. Eine Steckdose. Wie viele von den blauen haben wir noch? 16. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. So. Okay. Da haben wir noch ein paar mehr. Sehr schön. Wenn man die Flachwitz halt einfach erklärt bekommen muss. Ja, dann ist er halt noch schlechter. Also nicht, dass Alexas Witze schon jemals gut gewesen wären, aber... Ei, 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 ei. Uh, der macht hier Geräusche, wenn man ihm durchs Maul fliegt. Oh, ho, ho, nice. Voll gut. Voll gut. Okay, wir müssen irgendwo, irgendwie... Wir brauchen Strom. Ne? Irgendwie, irgendwo brauchen wir Strom. Die Frage ist halt tatsächlich, dass wo... Wo ist das, wo wir Strom brauchen? Hm. Easy, wie geht's dir eigentlich? Ich hab noch gar nicht gefragt, ne? Du bist direkt in diese... In diese Flachwitz-Misere reingeraten. Das ist schön. Das nehme ich sehr gerne mit. Du gehst ins Bett, Snowy. Alles klar. Schlaf gut. Schlaf gut. Wir sehen uns. Ich glaub, sei Advent, bald hätte ich noch diese zu essen müssen. Oh, Mann. Oh, nee. Bist du so lange hier drin gesessen, dass du Angst hattest, dass du verhungerst? Oh. Oh. Du tust mir jetzt ein bisschen leid, Kleiner. Oder Kleine. Nicht 100% sicher. Okay, aber wo muss der Strom hin? Die Frage ist noch nicht geklärt. Die Frage ist noch nicht geklärt. Wo muss der Strom hin? So, warte mal. Wir können auch mal ganz gut... Das hier ist ein Casino. Ja, willkommen bei diesem wunderbaren Casino-Stream. Hi, ich bin euer... Hi, ich bin euer Montana Benni. Entschuldigung. Nee, scheiße. Der macht das gar nicht mehr, ne? Okay. Beliebigen Casino-Streamer hier einfügen. Ja, wir spielen heute natürlich mit für mich erhöhter Gewinnchance, damit ihr richtig schön abgezockt werdet. Das ist ganz klare Sache. Ich verdiene Geld, indem ihr euer Leben verliert und nicht mehr darauf klarkommt. Ne? Ich habe eine Chance von 1 zu 100. Ihr von 1 zu einer Million. Tja. So läuft das hier. Das ist Business, Leute. Das ist Business. Ben Nossi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Aber ganz ehrlich, Randnotiz an dieser Stelle. Ich glaube, man hat es gerade rausgehört. Casino-Streams gehören bitteschön von Twitch gebannt. Und zwar möglichst schnell, bitte. Weil das Einzige, was sie tun, ist tatsächlich Leben zu zerstören. Und nichts anderes. Oh, warte mal. Oh. Geheingang. Oh. Oh mein Gott. Wo? Wo ist der jetzt aufgegangen? Ich dachte mir schon. Das ist wie ein Pokémon. Da steht jemand rum. Ich habe etwas klicken gehört. Ja, ich auch. Ich weiß noch nicht, wo. Achso, und Izzy, du hast heute zwei neue Waffen gezeichnet. Eine davon habe ich gesehen. Ja, morgen zeichnest eine Collage. Wo dann alle vier Fuchswaffen gemeinsam drin sind. Und auf uns geht es hier Subi, Wubi. Subi, Wubi. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Freut mich. Freut mich. Du hast mir geantwortet. Ja, ja, ich war nur gerade in dem Casino-Ding drin. Es tut mir leid. Es ist, äh, ja. Ich bin untröstlich. Lieber Cloudpunk oder Clio kaufen? Ich, äh, weiß es nicht. Ich besitze beides. Cloudpunk habe ich aber noch nicht gespielt. Clio schon. Jawohl, wir rauben das Casino aus. Woohoo, ich bin Ocean's One. Haha. Wissen das? Kann ich dich nicht mitnehmen? Warum kann ich dich... Ähm, ich glaube, da steckt unser kleiner Tinykin drunter. Kann das sein? Oh, ja. Hahaha. Nice. Okay. So, wo ist jetzt hier der Geheimgang aufgegangen? War das oben? Was, Wubi, Wubi, so wie die Wubi, Wubi mit Jar Jar Binks in der Star Wars Episode 1. Im Gegenteil hast du ja auch die Tage, äh, endlich wieder alle guten Star Wars Teile geschaut. Daran kann ich mich nicht erinnern. Hahaha. Namen sind Schall und Rauch. Da ist das. Hallo. Hallo. Die Meido. Oh, warte mal. Bring das große Rad in Selerion den Gang. Oh, stimmt. Das habe ich vorhin übersehen. Und gelange hinter die Kulissen des Hauses. Oh Gott. Oh, hallo. Oh mein Gott. Ja, wir sind jetzt hier bei, äh, Spiegel TV Reportage. Ähm. Wir decken gerade auf, wie so ein Casino funktioniert und die Leute abzockt. Wir schauen in die Innereien. Wir decken auf, was hier für schmutzige Geschäfte laufen. Und am Ende holen wir noch Galileo Mystery dazu und einmal Nabdala, damit die den Rest machen. Wie zum Beispiel, warum ist hier eine Qualle im Glas? Ähm. Was ist das für eine seltsame Trophäe? Der Besitzer dieses Casinos scheint einen sehr abstrusen Geschmack zu besitzen. Wir brauchen nur noch ein paar Zeugen. Aber die Aussagen der Zeugen zu bekommen, wird nicht einfach. Eie. Das ging nicht gut aus. Hä? Da ist ein Gecko im Glas. Ich wollte gerade fragen, was hat er im Kopf, aber das ist, okay, das ist das, was wir dabei hatten. Das ist in Ordnung. Ähm. Oh. Oh, Leute. Oh mein Gott. Aliens. Das ist tatsächlich ein Job für Galileo Mystery, nicht für Spiegel TV Reportage. Oh, oh, oh. Ich bin massiv verwirrt. Ich bin massiv verwirrt. Cloudpunk hast du bisher nur Gutes gehört. Clio schon gesehen. Bei Cloudpunk bin ich tatsächlich auf den Nachfolger davon gespannt, der auch in der Welt spielt. Deswegen habe ich Cloudpunk gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Nachfolger heißt. Der kommt auch erst noch. Der ist noch nicht draußen. Ähm. Aber der wurde irgendwann, glaube ich, im Zuge vom Summer Game Fest und so, äh, fortgestellt. Äh, fortgestellt. Äh, vorgestellt und so. Ähm. Da gab es auf jeden Fall einen Trailer für. Deswegen bin ich auf Cloudpunk dann gekommen. Aber das will ich auch noch spielen, weil das sieht halt so geil aus. Das spricht mich unglaublich an. Diese... Ah! Diese Grafik. Was ist denn das hier eigentlich für eine merkwürdige Geräuschkulisse? Das ist ein bisschen creepy hier. Das ist echt ein bisschen creepy. Aliens sind doch cool. Ja, schon. Aber warum hier? Warum ausgerechnet hier? Warum müssen die... Warum können die nicht... Ne? Ja, ja. Warum bin ich so schlecht in Jump'n'Run? Ich baue jetzt da hoch. Ist mir jetzt egal. Ich fliege da jetzt rüber. So. Ich muss das nicht so machen, weil es geht auch anders. Oh mein Gott. Mystery. Die Musik auch Vollgas, ey. Alter Schwede. Sind wir jetzt in einem Horrorspiel gelandet, oder was? Mhm. Mhm. Okay. So klingt dein Gehirn die ganze Zeit. So als würde es Walisch sprechen, oder wie? Verstehe. Das erklärt so viel, Daniel. Das erklärt so viel. Den holen wir zum Beispiel. Ja, okay. Das ist... Warte mal! Oh mein Gott. Das sind wir. Wir werden überwacht. Das ist eine Überwachungszentrale. Aber wer überwacht uns? Das sind die Level aus dem Haus, die da auf dem Monitor angezeigt werden. Oi, 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 oi. Ich bin im Big Brother Haus gelandet. Ja, total. Total. Vor allem ist es auch das, wo man keinen Vertrag unterschrieben hat für. Warte mal. Nee. Ich bin nicht klein. Alles um mich herum ist so riesig. Möglich. Ich kann es nicht ausschließen. Ähm. Nee, okay. Ich habe mir gerade eingebildet. Hier geht es noch irgendwo weiter runter. Aber nee, geht es nicht. Alles gut. Und so, raus aus diesem gruseligen Stückchen von diesem Level. Holy moly. Okay. Ja. Das war das Casino. Und ich habe nur dieses Poster gesehen und dachte mir so, ich schmeiße da mal dagegen, weil das so auffällig in der Ecke hängt. Voll geil. Das ist so, das ist so ein bisschen wie das Poster in Pokémon, in Silphco. Ähm. Ne, wo man dann halt auch, äh, einfach mal dagegen drückt, weil das so unauf, äh, so auffällig in der Gegend rumhängt. Und dann geht da plötzlich eine Tür auf und Dinge verschieben sich und alles ist wild. und, äh, am Ende hat man Team Rocket besiegt und alles ist noch, noch deutlich wilder als vorher und überhaupt und sowieso. So, jetzt, äh, holen wir hier mal ganz kurz das Auto raus. Ähm. Wo war denn? Hier. Genau. Okay. Großer Buh. Nein. Easy. Aus. Aus. Slatko und Jürgen. Du hast die CD immer noch rumliegen. Ich hab die damals schon ignoriert. Das war damals schon für mich furchtbar. Das, ne. Also die erste Big Brother Staffel und so war ja noch cool, aber das war damals schon zu viel für mich. Ui, 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 ui. Das, das, nein, das, das konnte ich nicht ab. Oh, warte mal, wo lauft ihr lang? Warum bringen wir das Rennauto hier hinter? Ach so, wir bringen es auf. Oh, ja, verstehe. Wir müssen das einmal zur Reparatur bringen, ne? Du hast sie ignoriert, bevor es cool war. Auch gut. Was sollte ein Zitat werden von mir? Was? Ich glaube, Zitate können nur VIPs, äh, anlegen und Mods. Ich glaube, ich hab das tatsächlich auf, äh, beschränkt, damit da kein Wildwuchs entsteht. Toll, ich füll grad, ich füll grad mein Glas auf, damit ich trinken kann, dann trinke ich aus der großen Flasche, das ist ja super. Ja, das war übrigens meine wunderbare, große grüne Flasche. Wo ist, wo ist denn das Auto hin? Ich hab das gleiche Problem wie vorhin. Ich hab meine Tinykin aus den Augen verloren. Warte mal, ihr seid hier rein. Ihr seid hier. Dann seid ihr wahrscheinlich hier irgendwo entlang. Hier vermutlich. Ihr müsstet doch irgendwo hier sein. Ich hör euch. Ja, ja, ich hör euch. Ja, 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 ihr seid auf dem Weg in die Werkstatt. Alles gut. Da seid ihr ja. Ha, sehr gut. Brau verteidigen. Ich bin wieder so eine Verschwendung und mich fragen sie, warum ich nicht mehr fahre. Das Arme. Lass es hier. Ich bringe es wieder in den Schuss. Darf ich jetzt selber fahren? Ja, du hast das Leerzeichen vergessen, Eol. Da hat das Leerzeichen im Command gefehlt. Darf ich fahren? Alter, wie geil wäre das, wenn ich jetzt selber fahren darf? Das wäre voll gut. Aber das Zitat war das. Ich sehe nur noch Arsch. Ja, ich weiß genau, wo das passiert ist. Das war Dark Souls 1 beim Asylum Demon. Wenn das Zitat alles verrät, was man wissen muss. Ja, gut. Warte mal, wir können gerade den Briefen abgeben. Sehr schön. Darf ich fahren? Darf ich fahren? Bitte sag, dass ich fahren darf. Die Strecke ist ja auch heile. Ich darf nicht fahren, oder? Nein, ich fahre heile nicht. Ich bin bei Schumi im Team. Der wird diese Alansa fertig machen. Hier im roten Team machen wir nur eins. Gewinn. Oh mein Gott, das ist eine Ferrari-Anspielung. Ja, guckt euch den Wagen mal an. Da ist sogar quasi ein Ferrari-Logo drauf. Okay, das ist schön. Schumi und der Alansa. Ja. Ja. Oh, ich liebe alles daran. Ich liebe einfach alles daran. Es ist so gut. du magst es. Ja, ich, ich, ich auch. Es ist, oh Gott, dieses Spiel ist so schön. Ich liebe es. So, jetzt pass mal auf. Wir waren jetzt, genau, ich glaube, da hatten wir auch alles. Hier dürften wir auch alles haben. Das auch. Da auch. Also ganz, ganz oben unter der Decke waren wir noch nicht. Da oben bei dem Planeten. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu holen. Ähm, gucken wir mal. So, können wir mit dem Zug fahren? Bitte, komm. Nein. Das ist eine verpasste Chance von den Entwicklern. Ganz ehrlich. Dass man hier mit den Dingern und so fahren kann, das ist einfach eine verpasste Chance. Oder mit dem Rennauto. Das wäre, das wären so coole, kleine Minigames. Aber die hätten sie dann halt wahrscheinlich auch überall einbauen müssen. Und nicht nur hier. Also ich verstehe, warum es nicht so ist, wenn es tatsächlich nicht so ist. Und es sieht so aus, als wäre es tatsächlich nicht so. Äh, warum habe ich euch da die Wand aufgesprengt, wenn ihr jetzt doch hier hinten lang lauft? Ja, okay. Gut. Dann laufen wir hinten rum lang. Vielleicht zum Schluss. Oh, ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ähm. Ich glaube aber gerade tatsächlich nicht mehr dran, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das wird nichts mit Minigames. Ich finde es ein bisschen schade. Ich kann es verstehen. Aber ich finde es trotzdem schade. Das ist Potenzial, dass, äh, ja. Aber das gleiche Schicksal hatten wir... Ach, wala. Entschuldigung, ich stehe euch irgendwie im Weg. Das gleiche Problem, äh, oder was heißt das gleiche Problem? Das gleiche Schicksal hatte ja auch das, äh, Enten-Level in Hellpie. Ähm, erinnert ihr euch vielleicht, oder falls ihr euch noch an den, den ersten Stream davon erinnert, haben wir ja eine kleine Ente gefunden, so eine Gummi-Ente. Und, ähm, ja, die hätte ihr eigenes Level gehabt. Ähm, also tatsächlich so, 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 so richtig cooles Level mit, äh, das wäre so ein Racing-Game gewesen, wo man auf dieser Quietsche-Ente unterwegs ist. Gab's ja dann leider auch nicht. Wurde irgendwann in der Entwicklung gestrichen. Ich weiß nicht, warum. Es wurde nur gestrichen. Ich fände es mega, wenn die das nochmal irgendwie rausbringen würden, als DLC oder so. Oder in einem Update. Ähm, Aber, ja. Ein bisschen schade ist sowas halt schon immer. So, aber jetzt gucken wir nochmal hier hoch. Äh, genau. Jetzt müssen wir nämlich in Richtung Kran. Kran-Baustelle- Schrägstrich alles, was da so ist. Interessant, dass wir irgendwann doch tatsächlich hier eine Richtung eingeschlagen haben, in der wir uns das Level anschauen. nachdem ich am Anfang ja erstmal nur den Boden untersucht hatte und plötzlich sind wir irgendwo hochgelaufen und schon war, war alles klar, wie wir hier durchlaufen. Der Rest hat sich dann einfach ergeben. Ähm, okay, da ist das Ziel für eine Steckdose. Da ist der Schalter. Jetzt müssen wir dann nur noch die Steckdose finden. So. Irgendso ein Tonig-Gut hat das Kabel an meinem Kran durchgeschnitten, als ich gerade die Brocke hinstellen wollte. Oh nein, Mist, wie schade, wirklich schade, dass jetzt nur geflügelte Insekten an den Pokal herankommen. Wenn ich nur wüsste, welcher Idiot die Brocke sabotiert hat. Ja, wenn du das nur wüsstest. Schnapp, du Sack. Mhm. Das ist ja wohl mal völlig klar. Wieso überall einbauen im letzten Level siehst du es eher als Belohnung? Ja, ja, es ist, ne, so ein Spiel sollte ja auch so eine gewisse Kontinuität haben. Also in meinen Augen jetzt und die Sache ist, wenn du es hier machst, musst du eigentlich, das ist, das ist wie mit Kindern, man sollte Kinder gleich behandeln. Egal, ob es das Jüngste, das Älteste oder das, das Dümmste ist oder das Schlaueste. Das sind jetzt doofe Beispiele, aber ihr wisst genau, was ich meine. Und ähnlich sollte man es mit Leveln machen. Wenn das eine Level besonders viel Liebe bekommt, sollten die anderen das halt auch bekommen. Das ist ein richtig doofes Beispiel, das ich gerade genannt habe, ne? Ich sehe schon die Twitter-Eltern-Bubble auf mich steil gehen. Ei, 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 ei. So. Nicht für solche Dinge. Boah, hast du eine Ahnung, wo die überall drauf steil gehen? Es ist Twitter. Da schreibst du ein Wort, das nicht mal irgendetwas bedeutet. Ne? Du nutzt ein Füllwort. Und die Leute gehen steil. Also nicht das positive Steil. So sehr ich Twitter mag, so sehr vermeide ich manche Dinge auf dieser Plattform. Weil es ist, es ist manchmal schon auch hart anstrengend. Dagegen ist Nein-Gag, Wortschahn, Reddit, alles harmlos. Ey, bei Twitter wirst du halt einfach instant zerfleischt möglicherweise. Die warten eigentlich alle nur drauf, dass sie mit ihren Fleischhammern auf dich zulaufen können. Fleischhammer ist jetzt auch ein richtig beschissener Begriff gerade, ne? Facebook? Ach, Facebook ist harmlos. Facebook ist absolut harmlos. Da wirst du nur angestupst. Fleischhammer klingt versaut, auch nur weil du versaut denkst. Und da kann ja ich nichts dafür, was du für komische Gedanken schon wieder im Kopf hast, ne? Fleischklopfer. Ja? Ja. 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 Aber warte mal. Die Steckdose hierfür haben wir ja schon gefunden. Die ist da hier drüben. Oh mein Gott. Komplett übersehen. Aber wir haben gar nicht mal so viele von den... Ach so, doch haben wir. Doch, fast schon. Ach so, wir brauchen circa 17. Ja, gut. Das sollte sich machen lassen. Ah, jejeje. Upsala. Upsala. Fleischpeitsche klingt viel besser. Ja, aber mit Fleischpeitsche kannst du halt kein Fleisch plattklopfen. Mit Hämmern schon. Aber Fleischklopfer wäre tatsächlich das Wort, das ich gesucht habe und nicht gefunden. Aber hey. Dafür habe ich ja euch. Ihr seid mein externer Wortschatz. Was würde ich nur ohne euch tun? Ich wäre wahrscheinlich komplett aufgeschmissen. Komplett. Sorry, wegen der krassen Rechtschreibfehler. Du, solange man es lesen kann, ist gar kein Problem. Du musst es auch gar nicht korrigieren oder so. Solange man es erkennen kann, ist alles super. Und im Zweifelsfall frage ich schon nach. Hier geht es natürlich, aber in schnelleren Chats oder so ist es immer ein bisschen schwierig mit korrigieren, weil dazwischen dann wieder fünf Nachrichten stehen, dann wird es ein bisschen schwierig. So, der Kran läuft. Er setzt die Brücke und die Brücke ist gesetzt. Nice. Cool. Und was bringt uns das jetzt? Also, jetzt haben wir hier eine ganz tolle Brücke, aber wozu brauchen wir die? Wir haben hier ja nicht mal was, was wir wegtragen müssen, oder? Haben wir hier was, was wir wegtragen müssen? Ich finde es übrigens super, dass die hier einfach mit auf T-Lichtern grillen, ne? So, jetzt Passobacht. Haben wir hier nichts, was getragen werden muss? Diese Brücke hier ist halt auch so so auffällig irgendwie. Ist das der Dino hier drüben? Weil für den haben wir nämlich auch das Tor aufgemacht. Müssen wir dich tragen? Nee. Ich bin sehr verwirrt, weil hier ist nichts, was wir tragen müssten. Ohne euch würde ich Selbstgespräche in den leeren Raum führen. Ja. Das ist absolut richtig. Muss ich auch so ab und zu mal, wenn die Chataktivität absinkt. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich mache euch da keinen Vorwurf. Auch dann muss ich so ein bisschen, ich nenne es den Let's Play Modus, ne? Weil im Grunde genommen fange ich dann halt genau das zu tun an, was man in Let's Plays auch macht. Man beschreibt halt mehr oder weniger, was man gerade so... Ja, man beschreibt eigentlich seine Gedanken zum Spiel. Was man vorhat, warum man es vorhat, etc. Das ist so die Basis dessen, was man in Let's Plays von sich geben sollte. Ich bin ganz ehrlich, ich finde nichts schlimmer als unkommentiertes Gameplay. Weil dann kann ich es auch echt selber spielen. Da brauche ich dann wirklich kein Stream, kein Video oder sonst was dazu. Da kann ich dann auch einfach echt drauf verzichten. die nur in die Luft sprengen. Ja, ich habe gerade draufgehauen. Also da war jetzt keine Anzeige, dass irgendwas geht. Der Raum ist ja gar nicht leer. Sammy ist noch da. Ja gut, aber mit der rede ich so viel. Die ist, glaube ich, ganz froh, wenn ich mal nicht mit ihr rede. Auch wenn mich der Hund liebt, aber ich glaube, die ist tatsächlich mal ganz froh, wenn ich die Schnauze halte. Oh, warte. Okay, sehr gut. Lesbare Nachrichten sind so 90er Jogobel aus. Das ist nicht damit gemeint, dass man es noch lesen kann. Du isst erstmal eine Schüssel Cornflakes. Du lebst gerne am Limit. Bitte was? Die Schüssel Cornflakes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du findest es auch nicht schlimm, wenn der Chat mal ein bisschen leiser wird. Du hörst auch einfach nur gern zu, wie ich den erzähle. Wir hatten es ja schon, dass meine Stimme beruhigen wirkt. Ja, ja, nee, nee. Wie gesagt, das ist auch total in Ordnung. Ihr habt euer Leben. Ich sitze hier. Ich will euch unterhalten. Ist natürlich leichter, wenn ihr mitmacht. Ganz klare Sache, weil ich dann mehr habe, worauf ich irgendwie reagieren kann, etc. Das, glaube ich, ist vollkommen logisch, aber ihr seid ja nicht dazu verpflichtet, hier die ganze Zeit irgendwas zu schreiben oder so. Das wäre ja furchtbar. Also, nicht, wenn ihr dauerhaft schreibt. Das wäre total toll, aber quasi, wenn ihr euch da irgendwie verpflichtet fühlen würdet. Das will ich euch jetzt irgendwie nicht mitgeben. Weil ihr wollt genauso, ihr wollt entspannen, was weiß ich. Ihr hattet einen harten Tag, seid gerade irgendwie heimgekommen. Außerdem Hallo oder so. Reicht ja auch oft. Das ist quasi einfach mein Job, dass ich euch hier unterhalte. Wenn ihr aktiv mitmacht, freue ich mich sehr. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Ich habe mal Let's Plays gemacht. Die waren nicht gut, aber ich weiß grundsätzlich, wie das funktioniert. Also, von dem her. Ich weiß durchaus über die Theorie von dem ganzen Scheiß Bescheid. Wie man das tun sollte und machen sollte. So. Oh, warte mal, ein Doggo-Buch. Oh, wir haben ein Doggo-Buch gefunden. Oh, sehr schön. Ein Doggo-Buch. Das ist hervorragend. Oh, warte mal. Bücherei-Aushilfe. Das ist ein Achievement. Das ist, stelle alle Bücher in den chaotischen Regalen von Celerion wieder an ihren Platz. Nice. Böse Alte wäre so stolz auf uns, Leute. Die wäre so stolz auf uns, dass wir Bücher aufgeräumt haben. Oh. Was ist denn das? Excalibur. Sehr schön. Sammy denkt sich auch ab und an, was willst du jetzt schon wieder? Ja, 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 definitiv. Entspannen kann man wie mir super. Bist auch schon zwei oder dreimal so in meinem Stream eingeschlafen. Das darf ich gerne als Kompliment sehen. Das sehe ich tatsächlich als Kompliment, weil das ist für mich eine Bestätigung dafür, dass mein Konzept funktioniert, dass man hier halt runterkommen kann, entspannen kann, etc. Also, ich sehe das tatsächlich als Kompliment, wenn hier jemand einschlafen kann. Und ich bin halt nicht so der Mega-Full-Power, was weiß ich, Streamer. Könnte ich auch gar nicht. Alter, ich würde durchdrehen. Ich würde von mir selbst durchdrehen. Und, äh, ja. Ich bin halt so auch ein ruhiger Typ. Deswegen, ja, das ist total in Ordnung. War das gerade eine Sau-Liter-Anspielung? Exkalibar? Nee, aber unbewusst möglicherweise. Könnte sein. Shit, ja. Hey, so ist das nicht gedacht, dass der Auserwählte reinen Herzens das Schwert mit einer ganzen Horde Kumpane rauszieht. Tja, Merlin, das tut mir jetzt aber gewaltig leid, dass wir die jetzt einfach Exkalibur gestohlen haben. Ja, ups. Okay, wir müssen aber hier nochmal nach oben, wie es ausschaut, weil ich glaube, unsere Belohnung für, äh, für das Aufräumen von Bücherregal ist weiter oben. Sieht zumindest gerade so aus, als ob. So. Soul Leader war eine tolle Serie. Also, gibt garantiert auch einen Anime, äh, genau, einen Anime zum Anime. Äh, gibt garantiert auch einen Manga dazu, den habe ich aber nie gesehen. Ich kenne tatsächlich nur Dingens, nur den Anime, aber den habe ich früher sehr, sehr gern geschaut. Sehr, sehr gern. War leider auch irgendwann vorbei, glaube ich, genauso wie beispielsweise D-Greyman. Fand ich auch mega gut. Wobei, das, das, ich bin nicht, ich bin nicht sicher. Wurde das nicht irgendwann mal fortgesetzt? Sollte das nicht fortgesetzt werden? Die haben nämlich, glaube ich, pausiert, weil sie den Manga eingeholt haben und dann hat man gefühlt ein Jahrzehnt lang nichts mehr davon gehört. Vielleicht auch zwei. Hi. So. Hier. Okay, wir müssen eine Brücke für Excalibur bauen. Mhm. Nee. Die ist noch nicht komplett. Jetzt. Dafür ist Kev da für Action. Ja. Ja, Chargo hat definitiv mehr Energie als ich, was das angeht. Definitiv, ja. Ich konnte Chargos, also ich konnte Chargos Stream nicht selbst machen. Ich konnte es nicht mal versuchen selbst zu machen. Hm. Da würde ich ganz, ganz schnell durchdrehen. Okay. Achso. Warte mal, wir bringen gar nichts hier weg. Wir bringen das in Richtung Dino, glaube ich. Ah. So rum ist das hier. Verstanden. Verstanden. Ich weiß noch nicht genau, wo das landet. Das konnte ich ja mal ganz kurz recherchieren gehen. ich finde das übrigens nehmt mal das Zeug weg. Ich finde es übrigens super, wie die gucken, wenn die unter Strom stehen. es ist so gut. Okay. Ich vermute mal, wir tragen das tatsächlich bis dahinter. ja ja das wird jetzt irgendwo hier drin landen gehe ich mal stark von aus dass du uns ja aber warum landet das hier sind sie dir auch oft dass der noch nicht wahnsinnig geworden ist moment jetzt haben die energie was okay gut nun denn werte damen werte herren wir haben den pokal errungen wir haben den dino erschlagen ja und nun geht es auf zu sauf gelagen mir fällt nichts besseres eines tut mir leid ach so warte mal der pokal ist so klein dass wir einfach überall hinspringen können ja das ist das ist super ich weiß nicht mehr wo wir den pokal hinbringen mussten irgendwo irgendwo war das logischerweise pokal 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 da hier ok renn wütig ist das achievement das wir gerade bekommen haben die roten folien sind unschlagbar ich setze alles auf das rote team das rennen kommt nach haus da lanza wir glauben nicht ja lanza das klingt wie meine normale stimme wartet hallo hallo ja ein bisschen hallo mit großer freude gebe ich bekannt dass das rennen des jahrhunderts zum beginnen kann zwei legenden liefern sich zu eurem vergnügen ein kopf-an-kopf-rennen auf der strecke von selerion dann ein beifall für alanza den blauen blitz und endlosen applaus für ihren gegner den unbesiegten schumi die rote furie jetzt bitte alle an die startlinie auf die plätze fertig los die durfte ich selber fahren aber schumi 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 alansa liegt in führung aber die strecke gab es sich und alansa hat gewonnen ja natürlich hat er gewonnen was ein arsch einfach seine normale stimme eingestellt es war kein effekt drauf das war nur das war nur das mega von herzlichen glück und ja alles klar aber das ist dass das ist der typ das ist der typ touchdown tor also dann mein kleiner malo du scheiße ich habe recht ich habe es hier zu haben nein nicht nicht zu danken das war mir ein vergnügen ach du hättest fast den dingsbums vergessen das wäre ja dumm gewesen der park wird dir immer offen stehen solange du den eintritt jetzt heißt timba ja genau timba scheiße was war das für ein spiel das war echo wo man timba ruft das war echo ähm oder eco oder wie auch immer man es aussprechen will ec o da rufen die charaktere immer wenn sie wenn sie in den baum fällen über die komplette map quasi timba es ist super es ist total dumm aber es ist super schön 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 ist übrigens sehr sehr tolles spiel hat sich brutal weiterentwickelt inklusive gesetzen und was weiß ich also spielt das nicht allein das ist definitiv ein multiplayer spiel aber holy shit hat sich das weiterentwickelt seit das damals seit ich das damals gespielt hatte wir müssen noch mal hier auf die pflanze genau auf der pflanze waren wir noch nicht und wir haben auch noch nicht alle zoo tierchen eingesammelt alance hat mich geschlagen unrealistisch du ich bin was formel 1 angeht sowas von raus ich habe das früher geguckt also früher um die jahrtausendwende ja ich bin so alt und ich habe schon seit ewigen zeiten nicht nicht nichts mehr mit formel 1 am hut keine ahnung was da abgeht ich fand es irgendwann super langweilig weil alle nur noch mit den also weiß ich nicht was was die formel 1 für mich langweilig gemacht hat aber irgendwann war für mich persönlich da die luft raus und ich fand sie nicht mehr spannend was ich dann eher spannend waren so sachen wie wie heißt das ich habe vergessen wie es heißt geil wenn man darüber reden will was richtig gut ich habe gehört dass es von vorteil wenn man weiß wovon man spricht nämlich rugby auch rennsport sowas wie der lupo cup dtm dtm habe ich auch nie großartig verfolgt aber fand ich spannender weil da dann halt einfach alle autos wirklich oder gerade sowas wie der lupo cup weil da war halt wirklich jedes auto exakt das gleiche und es war halt 100 prozent das fahrerische können das dann entschieden hat und das können vom team halt das dahinter steht zum beispiel beim boxen stop und so das war nicht deutlich deutlich spannender als formel 1 dann ich weiß dass das inzwischen glaube ich in der formel 1 auch so krass ist dass die autos mehr oder weniger die gleichen sind aber das interesse ist nie wieder gekommen stopp ich muss mal ganz kurz hier abbiegen wir haben nämlich noch dinge so gerade gesehen dass da noch dinge sind und wir wollen 100 prozent also können wir dinge nicht übrig lassen das ist nicht möglich du bist älter als google ich weiß wann wurde google gegründet google wurde am 4 september 1998 gegründet und besteht seit 24 jahren gut ich bin auch älter als google deutlich sie hat schon geschrieben gut aber das ist im wort nicht die leute aus dem wort haben jetzt was gelernt da bist du auch älter als google und nein diese erkenntnis da ist das ding für auf für die kanone ja sehr schön sehr schön okay google nein nein stopp alexa wann wurde netflix gegründet netflix wurde im jahr 1997 von mark randolph und reed hastings gegründet und ist daher ungefähr 25 jahre alt ich bin auch deutlich älter als netflix dankt mir später wenn ihr merkt dass ihr alt seid wann sollen wir denn danken so viel zeit haben wir dafür nicht mehr wir sind ja alt ich hoffe ich lache nicht allein über meinen witz ich hoffe es sehr sehr stark ihr glaubt gar nicht wie sehr ich das gerade erhoffe du holst mal den krückstock und die rollator die rollatoren sind voll cool das soll die also nee warte nein nicht mit meinen rollatoren sind nicht cool was cool sind oder was cool ist diese dinge zum drauf sitzen warte mal du sagst mir bestimmt wie viel ich darüber braucht sechs stück ja das haben wir also diese 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 ja nicht 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 rollstühle sondern diese diese ich nenne sie jetzt einfach mal rentner cards diese drei räder wo man sich einsetzen kann die die sind voll geil ich finde die voll gut so kann ich dir das einfach klauen nein offensichtlich nicht ich habe keine ahnung wie die dinge heißen halt diese 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 wägelchen wo man sich draufsetzen kann und durch die gegend düsen und mit denen man auch durch einkaufszentren fahren darf so aber jetzt zeigt sich ob wir wirklich alt sind alexa wann wurde aol gegründet ool wurde im jahr 1983 gegründet und besteht seit 39 jahren moment war das ool oder war das aol ich frage lieber noch mal ich bin nicht sicher ja aol ne alexa wann wurde aol gegründet ool wurde im jahr 1983 gegründet und besteht seit 39 jahren aol ist 85 ich bin nicht älter als aol danke daniel fürs nachschauen mit denen man durch einkaufszentren fahren darf ich habe da schon sehr spezifische ziele vor augen ja klar ich kaufe mir so ein ding nur um andere leute anzupöbeln captain die navigation im galaxien system befordert die zerstörung problematischer asteroiden eine flotte könnte dazu imstande sein doch das risiko wäre inakzeptabel hoch angesichts der tatsache dass der verlust eines einzelnen vorzuziehen ist wurde entschieden dir diese aufgabe an zu vertrauen erstattet gericht sobald eine mission abgeschlossen ist jawoll der bot sagt aber aol ist von 2000 nein nein aol war 2000 mit 30 millionen zahlenden mitgliedern der größte internetdienst anbieter weltweit die war die die sind jetzt nicht aus dem boden gesprossen wie so ein wie so ein junges blümchen und hatten einfach instant 30 millionen zahlende kunden das ist jetzt eher unwahrscheinlich also das wäre geil für ein unternehmen aber so einfach glaube ich funktioniert das im normalfall nicht das ist jetzt schon ein kleiner unterschied das hast du jetzt gekonnt überlesen ja hat man gar nicht gemerkt oh gott wenn wir uns irgendwann mal irgendwo auf weiß ich nicht games kommen etc sehen sollte nicht ich kriege erst ich werde von euch allen erst mal geboxt ich sehe das schon kommen bevor er hallo zu mir sagt kriege ich irgendwas auf die schulter gehauen oder in rücken oder was auch immer so wie wie sollen wir die dinge jetzt darunter holen bitteschön wir müssen sie runtersprengen verstehe bämm jawoll asteroiden zerstören nice was ist denn da dahinter was ist denn da hallo oh dich müssen wir auch ah oh okay ich habe dich jetzt nicht für einen asteroiden gehalten weil du hattest einen gürtel so ebay ist auch älter als google ja das ist oh mein gott oh mein gott alexa wann wurde laikos gegründet die laikos orthodoxos synagamos wurde am 14. september 2000 gegründet das kann nicht sein die was bitte von was spricht alexa da das ist nicht laikos nein das würdest du nie tun sarkasmusschild ja du würdest niemals deinen streamer boxen ja klar auf der leipziger buchmesse dann hast du es nicht so weit ne da wird man mich sehr wahrscheinlich nie finden weil da könnte es passieren dass mir eine person begegnet die ich nie wieder in meinem leben sehen will das ist eine sache die für mich ausgeschlossen ist details werde ich dazu jetzt nicht nennen aber leipziger buchmesse ist für mich 100 prozent ausgeschlossen aus gründen so okay wir müssen da noch einen zerstören und ich glaube das kriegen wir am besten von hier drüben hin nicht sicher ja nice das sollten alle asteroiden gewesen sein oder ja dann noch kurz mal zum space shuttle mit einem kleinen umweg von über oh Gott das war knapp wir wären fast runtergefallen so laikos laikos und doxomus ich habe keine ahnung das ist nicht das laikos das ich meinte nein du wirst es was du wirst noch einmal auf die gamescon gehen mal sehen ob wir das gleiche jahr nehmen also ich habe für mich erstmal eingeplant nächstes jahr gamescon äh gamescom gamescon gibt es ja auch noch aber die heißt noch mal ein bisschen anders oh warte mal oh wir können das im vorbeifliegen machen Gott ist das easy also nicht die easy die wir hier gerade im chat haben aber easy oh oh au au auu auuutsch das hat weh getan gut dass wir quasi unsterblich sind so hier rüber und hier rüber deine schwester nein die kenne ich nicht du wolltest gerade sagen dass du bezweifelst dass du jemals erfahrt um wen es hier geht ich glaube ich habe es sogar schon mal erzählt irgendwann vor langer langer Zeit ich habe da auch gar kein Problem oh warte mal da ist noch ein Asteroid ähm ich habe auch an sich kein Problem damit zu reden aber es muss jetzt nicht sein ich muss euch da jetzt nicht irgendwie runterziehen oder mich aber es gibt Menschen die ich nie wieder in meinem Leben sehen will so die Zerstörung wurde bestätigt Captain das Flottenkommando hat mir aufgetragen dir diese Vergütung zu übergeben lebe lang und in Frieden äh ha ich ich ah meine Finger spiel nicht mit ah live long and prosper jawohl nice ha schöne Referenz die erkennt sogar ich als nicht unbedingt großer Trecky moah das finde ich sehr schön ja kann ich kann ich verstehen kann ich verstehen sie haben das Recht es zuzulassen weil Meinung du hast das Recht es nicht zu mögen ja 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 absolut absolut so das hätte ich ja mit verbundenen Flügeln besser gekonnt hier dein Anteil oh ein 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 kleiner Globus sein Zuhause ach so Advents Zuhause die Erde ja ja guck mal das ist tatsächlich die Erde gut man könnte jetzt sagen das ist auf Deutschland zentriert aber Italien ist tatsächlich etwas mittiger sogar ein Globus der Erde ja ich bin selbst begeistert entgeistert verwundert ähm alles was alles was dir dazu gerade an Adjektiven einfällt so jetzt gucken wir mal also wir haben theoretisch das Dingens okay wir brauchen die Ballons ah ja genau da haben wir das noch und wir brauchen noch Zootiere fünf Stück aber wir tragen schon die ganze Zeit fünf Zootiere mit uns rum die hätten wir schon lange abgeben können glaube ich äh gut dann rüber zur Kanone dann rüber zur Kanone so wer dachte dass ich in den Tod stürze wer dachte ich mach das wir spielen ein Kind ja möglich keine Ahnung das wir wissen es noch nicht wir wissen es noch nicht wobei Frankreich und Italien etwas doof gezeichnet sind ja ist sehr sehr stark stilisiert das stimmt das stimmt äh du liest so äh du liest so oder super gerne äh aber meist musst du im Internet nur nach einem guten Buch fragen und das Stauere nennen dann kommen 10.000 Vorschläge ja das glaube ich das glaube ich haben wir dafür jetzt gerade ein Diamantring abgegeben kennst du diese Lutscherringe so einer war das die Dinger die man aus möglicherweise Kaugummiautomaten damals bekommen hat ne die hier unten offen hatten ähm am Finger damit das auf jeden Kinderfinger passt und dann bist du dann ist es so da am Straßenrand das ist so nein ja dann hast du quasi an deinem Finger genuckelt ähm gut warum ich weiß es nicht es geht um Ringe aus Kaugummiautomaten nur fürs Protokoll so stande ich am Straßenrand ja damals mit sieben Jahren oder so klar logisch irgendjemand wusste ja das nein ähm ich sag jetzt einfach nichts mehr als es guck mal wir haben den Ballonkopf gemacht hey hey du solltest nicht gewinnen es ist nicht so gedacht dass du gewinnst also gut hier nimm das ich schwör das ist etwas wert okay ein Spielzeughäuschen und er schaufelt es dann Grab tiefer und tiefer ja wir driften schon wieder in diverse Randnischen ab ja in Nischen in die ich gar nicht abdriften will wenn ich ehrlich bin aber offensichtlich tue Mini zu Hause okay klar so dann mal auf in den Zoo und die Tierchen abliefern zack 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 jedenfalls hier für deine Mühe und Kreisel oh geil das ist sogar so ein cooler den man anschubsen konnte damit der damit er damit es sich länger dreht ne ja ja das ja ja das war so ein Aufziehkreisel also kein Beyblade hm ich hoffe übrigens ihr habt das nicht irgendwie geklippt gut dass das jetzt nicht mehr möglich sein sollte it's dangerous to go alone take this shuffle kann ich euch nochmal zeigen was ich mit dem Ring gemacht habe nein nee nein 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 großes Glas Energy Drink getrunken damit du gleich nochmal deine Splatoon 3 sucht frönen kannst alles klar äh legendäre Sammlung gut das ist das Achievement das wir gerade bekommen haben aber jetzt sind wir hier gelandet und nicht da oh hier finde alle gestohlenen Artefakte aus Plappas Museum nice freunde dich mit allen Tinykinn im Haus an warum ist denn das warum sieht denn das so leer aus vom vom Dingens her also wir haben auf jeden Fall schon einige Achievements hilft sich Karu alles in der Gebäude herzustellen warum sind das zwei von sechs müssen wir davon noch mit ihm reden das kann natürlich sein versende alle Briefe in einem Zimmer das haben wir auch schon er konnte das Haus ach so ja er konnte das Haus um ja 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 es sieht schon gar nicht so schlecht aus es sieht tatsächlich schon mal gar nicht so schlecht aus mit den Achievements so was fehlt uns denn jetzt hier noch genau uns fehlt noch eine Blase Dingens uns fehlt noch ein Brief glaube ich oder zwei und uns fehlen noch 133 Pollen 133 Pollen fehlen noch gut für ne wir kriegen keine Pollen wenn wir jetzt die ah da die Schwebeblase nehmen aber gucken wir mal was ist Kackfreitag achso ich wundere es nur dass heute noch niemand Kacke gesagt hat äh äh ja tatsächlich haben wir das Thema heute noch nicht angeschnitten ich bin selbst etwas verwirrt ähm positiv verwirrt kann man positiv verwirrt sein bestimmt habe ich jetzt gerade beschlossen dass das geht man kann Clips auf YouTube erstellen ich hab also jetzt mal ganz ehrlich habt ihr schon jemals einen Clip auf YouTube gesehen also habt ihr das schon mal in 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 irgendwo im quasi irgendwo wirklich gesehen also jetzt mal kommt auf die Konsistenz an Daniel so Milo ich muss gestehen dass ich keine Ahnung habe wie die Pollen aus den Lehrern schmecken ich bin zum ersten Mal hier wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise oh diese Pollen riechst du das sie riechen wie reine Energie Moment mal wow ich könnte sie fester auf einmal tragen schneller laufen als alle Sprinter wow könnten diese Pollen für den Wahnsinn hier verantwortlich sein oder andersrum wen interessiert wen interessiert ich untersuche das in meiner Bar Schwebeblase okay cool das sollte eigentlich dürfte wahrscheinlich was hast du echt nichts besseres zu tun in der Sillierung gibt es noch Pollen die konntest du vermutlich noch sammeln ja das gab das jetzt nicht mal ein Achievement what das gab nicht mal ein Achievement dafür dass wir die 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 Schwebeblasen aufgefüllt haben komplett das ist verwunderlich das ist das sollte ein Achievement okay ja egal alle Blasen und kein Achievement ja ich bin ich bin auch verwirrt ähm sehr sogar sehr verwirrt ja okay gesehen nicht aber es ist theoretisch wie praktisch möglich ja ja das weiß ich das weiß ich aber ich hab noch nie gesehen äh was 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 äh also ich hab's auch noch nie gemacht ich hab weder eine Clip erstellt noch hab ich einen in freier Wildbahn irgendwo gesehen also keine Ahnung wie das da funktioniert wie die ausgespielt werden etc du hast bisher nur YouTube Shorts gesehen das ist irgendwas anderes ja ja YouTube Shorts sind quasi äh ja ein einminütige also maximal einminütige Videos im 9 zu 16 Format ähm das haben sie sich von anderen Plattformen abgeschaut ähm das sind im Grunde genommen Storys also nicht nicht ganz ähm aber so so Pi mal Daumen und es muss tatsächlich es darf maximal auch nur eine Minute lang sein und es muss im 9 zu 16 Format sein ich hab das schon mal recherchiert weil ich dachte meinen Gong Clip kann ich irgendwie als Short posten und dann hab ich ihn halt doch als normales Video gepostet weil mir das im Schnitt deutlich einfacher gefallen ist und ich halt ne faule Sau bin oh warte mal wir können da nach oben da waren wir glaube ich noch nicht so du glaubst der Name des Achievements wäre doof gewählt was welcher was warum hä was für die Blasen ne warum das wäre doch total in Ordnung so wir suchen jetzt noch einen Brief weil mich nicht alles täuscht und neben dem Brief suchen wir auch noch äh Pollen an die 130 Stück Schwarz sind die Storys von Instagram sind wie Reels bei Instagram Storys bei ja ich weiß dass Storys was anderes sind aber Storys haben dieses ganze 9 zu 16 Format in allen Dingen losgetreten ja ja keine Ahnung was ein Reel bei Instagram ist ich hatte mal einen relativ also relativ erfolgreichen Instagram Kanal für Sammy aber seitdem nie wieder was gemacht ich habe von der Plattform keine Ahnung mehr Blasen gerade jetzt das Spiel schützt mich ach so oh ja gut Blasen kann Spaß machen Luftballons ne Luftmatratzen den Hund anblasen kann auch Spaß machen die gucken dann immer so doof wenn plötzlich der Wind weht also ich bitte euch Blasen ist ein ganz normales Wort das was ihr damit anfangt ist euer komischer Kontext im Kopf das Internet hat euch alle verdorben alle ruhig die Bank weg mich auch das gebe ich zu aber ich ich ignoriere das wo würde ich mich verstecken wenn ich Pollen wäre ein Pollen mehrere Pollen wie wir heute gelernt haben wo würde ich mich verstecken wenn ich ein Brief wäre auch eine spannende Frage ich habe das Gefühl dass es irgendwas noch mit diesem Ding da oben zu tun hat mit diesem Gatter andererseits warte mal das ist über das ist über ein Casino das könnte auch davon da oben ein Ausguck sein okay ich glaube wir gucken noch mal ins Casino das erscheint das erscheint mir das erscheint mir gerade am wahrscheinlichsten dass es da ist so ups ein Reel ist sowas wie ein Short bei YouTube ja das dachte ich mir jetzt fast aber ich habe ja ich habe wirklich keine Ahnung mehr von Dingens von von Instagram ach das ist die Kugel die wir vorhin verschossen haben auch die ist hier gelandet alles klar die kommt dir so bekannt vor warum ist die hier haben wir hier noch was übersehen ja guckt mal da ist der Brief das bringt auch noch mal ein paar Dingens sollten wir glaube ich als erstes wegbringen das sollten wir glaube ich als erstes wegbringen und zu gucken ob wir alle Briefe haben und wenn ja wie viel wir noch brauchen an Dingens ja das ist der letzte und wir brauchen jetzt noch glaube ich an die 80 oh guck mal 64 wir brauchen noch 64 Pollen gut schön ach wenn Nachrichtensender ungewollt komisch sind der Queen is dead Queen's eldest son Charles automatically becomes green finde ich in Ordnung was verdorben aber meine Hand und die Blasen an den Fingern also was ja ich hatte einen imaginären Ring an der Hand einen Lutschring es wird nicht mehr besser heute Leute es wird spät es ist vorbei das Niveau ist endgültig gefallen nicht das Internet verdorben sondern du hast das Internet verdorben oh oh wow hier sehen sie Eol ein Narzissten in Rheinkultur verstehe verstehe alles klar I see andererseits ihr könnt jetzt Eol hauen das finde ich gut Blasen was schönes warm machen für den Batchboard LP hallo okay ja gut also abstreiten kann man es nicht man kann auch einfach so lange pusten bis man halt rot wird dann wird es einem auch warm was ist denn hier los ich weiß es nicht es ist alles außer Kontrolle geraten alles wir haben jegliches Niveau verloren was versuchen wir durch die Looping zu schweben vielleicht gibt es auch ein Achievement oh ja das wäre eine ja das könnte sogar sein das könnte sogar sein es gab ja schon das eine oder andere das bei bei relativ abstrusen Sachen aufgetaucht ist ja gute Idee da unten so du bist keine Spannerin du hast ein Foto von einer Person in der Öffentlichkeit gemacht Moment du hast ein Foto Moment kann ich jetzt unter den Tisch gucken kann ich jetzt unter den Tisch gucken und ich sehe nein ich hoffe nicht nein das Wort muss ich dann wohl als explicit content kennzeichnen ach nach YouTube meldet sich schon wenn es ab 18 ist das habe ich inzwischen festgestellt dass die da nichts dass die da nichts kennen was das angeht klick mit einem kleinen Fotoapparat E-Mode oh das ist ja niedlich das Schiefen könnte auch heißen volle Blase ist auch nicht besser ja gut wenn du eine volle Blase hast solltest du definitiv äh pinkeln gehen relativ bald bevor ein Malheur passiert und bevor irgendwelche Schäden entstehen weil auch das kann passieren ähm so theoretisch es klopft in der Tür zwei Polizisten stehen dort und fragen ist das ihr Niveau das lief draußen orientierungslos herum geben sie mal 8 du glaubst wirklich das Niveau will hierher zurück das ist sehr optimistisch Daniel sehr optimistisch eieieieieieie ähm ok gucken wir mal was suchen wir ah ja noch ein paar Pollen genau ich erinnere mich ich erinnere mich so deswegen ja die Polizisten ja aber die können sie ja auch nicht gegen seinen Willen zurückbringen also können sie schon sollten sie halt nicht dürfen sie nicht weiß ich nicht dürfen sie das keine Ahnung so genau kenne ich mich jetzt da nicht aus oh guck mal das sind Uno Karten fällt mir grad auf das ist eine Anlehnung an Uno oh cool sehr schön aber dieses Spiel hat so viele kleine Referenzen wir haben glaube ich den Großteil dieser Referenzen gar nicht gesehen gar nicht bemerkt was sehr schade ist wenn ich erziehungsberechtigt bin müssen sie sogar ja aber warum sollte ich das für mein eigenes Niveau sein was suchen wir Benni der komplett vergessen hat was er da macht kann man nach 6 Stunden ja ja kann tatsächlich nach 6 Stunden schon mal passieren ich hatte übrigens tatsächlich vorhin die Vermutung dass sie dass der Stream irgendwie schon um 11 oder so aus ist weil dann einfach das Spiel alle ist aber offensichtlich ist es das nicht was ich super finde dass es noch nicht so schnell vorbei ist weil dieses Level ist echt umfangreich also richtig umfangreich warte mal ist hier was drin ist da ein Eingang in diesem Lego Ding hier Klemmbaustein Ding tut mir leid ne ich glaube da ist einfach nur ne ich glaube da ist keine ja ne ne da ist keine Textur dahinter das ist in Ordnung das ist in Ordnung ähm ja nope habe ich die Pollen eigentlich schon vom Drachtkopf am Anfang ja 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 die habe ich vorhin schon eingesammelt die habe ich schon eingesammelt Daniel musst du ausgerechnet genau dieses Quote jetzt bringen oh mein Gott ja das passt gerade tatsächlich hervorragend zur Stimmung das ist absolut richtig hei ja 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 toll das ist jetzt nicht das was ich wollte aber egal so wo würde ich mich verstecken wenn ich Pollen wäre durch das Ding hier sind wir schon durchgeflogen hat leider kein Achievement gegeben war aber eine gute Idee ähm was kannst du für meine Worte du konntest das Quote nicht aufrufen was ist wenn in den Quotes plötzlich irgendwelche geheim Informationen stecken und hier jemand zuhört das wäre ja furchtbar oder mitliest aber Funktionen ja ich meine aber denk dran Spione lesen überall mit überall du bist dann raus alles klar viel Spaß bei Spilatun und bis 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 vermutlich Donnerstag gehe ich jetzt mal von aus gehe ich sehr stark von aus ich mache das jetzt einfach mal oh Gott ich sehe schon dass sie jetzt einfach stückchenweise die Quotes durchgeht oder ja der Wasserbehälter im Motor war auch eine Glanzleistung von mir ich habe bis heute nicht verstanden was ich damit ausdrücken wollte das ist schon ein paar Monate her ein paar Monate mehr sogar warte mal hier waren wir vorhin schon nice cool das ist nicht euer Stil ja 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 sei nicht hier sei woanders das ist ein ganz tolles Quote und das ist auch immer noch gültig gilt jetzt nicht für euch in diesem Moment aber gilt schon ab und zu mal für Dinge ein Bot ach schön hallo Bot das ist ja schön dass du hier bist ähm da kann ich nämlich gleich mal auch äh Dinge auf die Blacklist packen bye tschüssi so Black warte mal kann ich das nicht hier das müsste doch in Chetty auch gehen oder das müsste doch in Chetty auch gehen ähm egal wartet mal wartet mal ich kopiere mir das mal eben ganz kurz in meine Notizen rein äh damit ich das nicht vergesse so äh neue Notiz hier ja toll ich hab's am Rechner kopiert ne bye viewers ja passt mehr muss ich nicht nicht buzz viewers bye viewers mit Y wir sprechen gerade Englisch Handy gut passt so äh ja Musik wollt ihr vielleicht auch noch ähm gut easy das ist schön dem Bot sagen sei nicht hier sei woanders okay ja gut das ist äh ich weiß nicht ob's funktioniert ich glaub jetzt eher nicht aber äh äh ja am Rechner kopieren und am Handy einfügen ginge theoretisch ginge theoretisch ähm aber natürlich nur mit Zusatzsoftware die ich nicht habe aber das waren ja nur zwei Worte die konnte ich mir jetzt auch mal eben schnell merken wofür die Notiz ähm dass ich das auf die Blacklist der Worte eintrage bevor ich hier ewig lang immer und immer wieder Bots banne äh nehm ich einfach deren ich nenn's jetzt einfach mal Catchphrases in die Blacklist vom äh vom Stream auf äh oder vom Chat auf und dann können sie gar nicht erst schreiben also das war jetzt seit Wochen der Erste ähm der hier der es geschafft hat hier äh eine Nachricht abzuschicken wahrscheinlich haben sie die Nachricht jetzt minimal verändert von dem her das find ich viel viel besser als dann irgendwie dauernd einen Bot äh bannen zu müssen einfach direkt die Standard Nachricht Black blocken dass sie dir es gar nicht abschicken können ähm du meinst der ist jetzt woanders du verbuchst das als Erfolg äh okay da kann ich jetzt nicht wirklich dagegen also so geht Deben ne haha Entschuldigung der steht da ich muss ich weiß dass Deben out ist aber er steht da ihr seht wie selten ich das mache also eigentlich nie also tatsächlich nie hm ich glaub das war mein erster Dab haha ich muss drüber erlegen wie das wie das geht haha so Botmacht schreibt hier ständig ja das ist der Bot der fürs Spannen von anderen Bots verantwortlich ist nicht alle Bots sind böse das muss man halt auch mal dazu sagen da ist nichts drin so darum sollte man so Nachrichten auch nie als Scherz abschicken weil die wurden schon Leute vom Bot gebannt weil sie so Nachrichten als Scherz schreiben wollten ja genau ich will halt da keinen automatischen Bann dafür sondern deswegen setze ich das auf die Blacklist dann kann man die Nachricht einfach nicht abschicken fertig dann muss nichts gebannt werden etc alles super das ist eigentlich die einfachste Art und Weise wie man das umgehen oder ne wie man das lösen kann ohne dass man am Ende eine Bannliste hat die Kilometer lang ist die dann halt auch noch irgendwie verwaltbar ist unter Umständen können wir hier nicht irgendwas machen in diesem Casino sag mal irgendwas ne offensichtlich nicht hm ich schau nochmal da in diesen Hinterraum weil ich hab so das Gefühl wenn wir was übersehen haben dann ist das am ehesten hier drin auch wenn ich jetzt nicht wüsste wo hier drin aber wenn dann würde ich es hier vermuten ruminöse Musik ist back im Überwachungsraum ja also nicht im Überwachungsraum sondern um den Raum herum quasi also hier irgendwo weil ja weil ist so mehr als Begründung fällt mir gerade auch nicht ein also die Musik hier ist wirklich voll creepy im Vergleich zum Rest ist der Hammer ich liebe es die alten Kassettenhüllen ja ja oh ja die guten alten VHS schönen schöne Zeit technologisch scheiß Zeit aber schöne Zeit ähm 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 bin ich durchs Fenster in den Überwachungsraum rein ne ne weil ging gar nicht da ist ne Scheibe da hau ich mir nur die Nase an da komm ich nicht rein ich kann mir den nur anschauen ich würde da furchtbar gerne rein aber es scheitert an geht nicht das ist ein bisschen doof aber ist leider so okay ich finde es übrigens toll dass hier Waschlappen rumliegen da fällt mir ein ich bräuchte auch mal neue Waschlappen die die ich habe sind so ziemlich am Ende die sind ausgewaschlappt hallo wie auf so ne Geheimmission erstmal nach oben ähm ähm schön oh ja jetzt wird die Musik wieder creepy okay da kommen wir halt auch nicht durch auch da ist irgendwie nichts dahinter so warte das sieht aus wie ein Smartphone so prinzipiell oh warte mal waren wir hier ja ja da waren wir da waren wir und dann sind wir hier rüber ja genau wie ich es mir dachte dieses Gatter ist tatsächlich genau das das da oben an der Wand hängt das ist eigentlich die Sache die ich hier prüfen wollte ob die zusammenhängen da oben stehen wir mal rum ganz allein in der creepy Ecke böse Alte wird sich ärgern so viele neue Zitate heute und sie kann sie nicht eintragen ja ja schwierig was wer weiß noch wofür VHS steht Verhandlungssache Volkshochschule Video Home System alles drei ja das dachte ich mir fast das dachte ich fast und Hallöchen Ländra Moment Moment ähm ah schön erst mal einen Schluck Meme Hallöchen Ländra Hallöchen Raider einen wunderschönen guten Abend und äh hi ich gebe euch direkt mal einen Shoutout was gab es denn bei euch Schönes was habt ihr Tolles gemacht so wir spielen hier übrigens Tinykin für die die mich nicht kennen ich heiße Benny wir spielen gerade Tinykin ganz offensichtlich ähm wir haben hier so so ein creepy Hinterzimmer in diesem riesigen Haus entdeckt also wir wir sind in einem sehr sehr großen Haus in einem sehr sehr klein äh als sehr sehr kleine Person von einem fremden Planeten wir sind der Alien und äh wir suchen eigentlich nur einen Weg nach Hause und leben auf diesem Planeten hier dieser Planet der offensichtlich die Erde ist so viel haben wir inzwischen rausgefunden und uns laufen hunderte kleine Viecher hinterher die uns helfen also auch nur uns irgendwie aber die sind toll die sind absolut toll er war tot und dann doch nicht tot und ist halt scheinbar was besonderes Moment was Kingdoms of Amalur Reckoning das sagt mir nur vom Titel was Hallöchen Hallöchen ja ich hoffe ihr hattet Spaß offensichtlich seid ihr etwas verwirrt wenn ihr erst tot wart und dann doch nicht und dann war dir plötzlich was besonderes und also ihr könnt hier wieder weniger verwirrt werden dieses Spiel ist einfach nur wir sind klein so das ist nicht so verwirrend wie wie tot sein und wieder auferstehen ihr könnt jetzt hier entspannen Niveau könnt ihr auch an der Tür abgeben das ist nämlich auch schon vorbei also das ist total in Ordnung das ist total in Ordnung was perfektes Zitat zur Begrüßung was die Nummer 8 ich bin no hour hitrunner das tue ich öfter mal so ja das war toll da kann ich mich dran erinnern weniger verwirrt sehr schön sehr schön in den Gondeln ja die sind schon ein paar mal dran habe ich schon ein paar mal jetzt reingeschaut ob da noch irgendwas drin sein könnte aber da haben wir schon rausgeholt was drin war also in einer ist so so eine kleine Kakerlake glaube ich war das und in einer war tatsächlich ein Dingens aber mehr war nicht mehr so achso das will ich doch gar nicht ich will hier rüber ich will hier rüber wir machen übrigens einen 100% Run oh oh und uns fehlen noch 53 dieser gelben Dinger die wir gerade gefunden haben das sind Pollen ähm sorry an alle Allergiker da draußen aber wir sammeln die auf damit ihr nicht leiden müsst so und davon suchen wir jetzt noch 53 und wenn das funktioniert sollten wir alles eingesammelt haben was es einzusammeln gibt hoffe ich und dann weiß ich nicht ob das Spiel noch weiter geht groß ob noch vielleicht ein Abschlusslevel kommt oder was dann noch passiert weil das hier ist theoretisch das letzte Level theoretisch sicher bin ich mir da nicht so wo finden wir jetzt noch Staff wir waren halt jetzt gefühlt überall schon 3-4 mal wo waren wir noch nicht da waren wir jetzt schon mehrfach drin da hinten waren wir mehrfach drin auf der Pflanze waren wir auch auf dem Drachen hier waren wir auch der macht sogar Geräusche wenn wir in sein Maul fliegen das ist sehr cool da oben waren wir auch drauf wir haben auch kein Item mehr dabei ne wo sind denn die anderen ach die stehen alle da drüben schön wie sie alle da rumstehen vielleicht gibt es ein Achievement wenn ich durch alle Loopings durchfliege am Stück vielleicht sogar ist ein Fantasy RPG mit draufhauen und Magie und so das ist immer gut das ist immer gut also Fantasy Magie top hat das Spiel schon gewonnen oh das konnte sehr sehr eng werden mit dem letzten ne ok wir schaffen es nicht durch alle durch zu Dingsen alles klar das geht also schon mal nicht das geht also schon mal nicht kriegen wir hier oben möglicherweise was für die Reparatur oder für für Dingens das könnte sein ne keine Schraubreifenautos heute ja das ist auch nicht verkehrt die Bücher haben wir sortiert da sollte also nix mehr sein das ist halt echt nicht so leicht wenn du 53 der kleinsten Dinge in diesem Spiel suchst ne du bist zwar selbst klein aber das heißt halt nicht dass die Dinge besser auffallen ich habe das Gefühl dass möglicherweise noch irgendwo so eine Kerze nicht brennt das könnte sein das könnte sogar sehr gut sein wir haben nämlich auch noch einige explosive Tinykin in der Tasche desto später du kommst desto scheiße ich weiß dass das in dem Moment wo ich das gesagt habe anders gemeint war aber es ist trotzdem richtig es ist trotzdem absolut richtig Verspätungen sind richtig mies Leute wenn ihr einen Termin habt seid pünktlich und das ist nicht nur einfach eine gute deutsche Tugend oder so eine Tugend die uns gerne nachgesagt wird das ist einfach Anstand seid pünktlich zu Terminen das zeugt von Respekt und von Zuverlässigkeit wenn ihr um 8 Uhr einen Termin habt seid um 5 Uhr da keine Diskussion okay denkst du dir beim Sex auch? why? obwohl nein das könnte jetzt endgültig zur äh endlich endgültig dazu führen dass YouTube das Video sperrt dann später das solltest du jetzt nicht beantworten das äh nein nein vergisst die Frage ähm ähm was das mit der Pünktlichkeit zeigt auch dass äh äh ähm dass dir meine Zeit auch wichtig ist oder mir deine Zeit ja 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 irgendwie schon ja ja richtig ähm Pünktlichkeit ist eine Zier darum rate ich gönn sie dir uh das ist fancy kannte ich noch nicht aber finde ich gut finde ich absolut richtig absolut richtig ey es gibt nichts nervigeres als wie wenn du auf jemanden warten musst weil du einen Termin ausgemacht hast um eine bestimmte Uhrzeit und dann ist da niemand und das ist auch vollkommen egal ob das online ist ob das im echten Leben ist ob das irgendwas wichtiges ist ob das was unwichtiges ist wenn man sich um eine Zeit treffen will für irgendwas oder miteinander reden will dann ist man da da gibt es kein wenn und kein aber da muss doch irgendwo irgendwo wo sind diese letzten Dinge sag mal also wenn ihr Pollen seht ne sagt Bescheid das ist jetzt nicht so als würde ich die unbedingt alleine finden wollen wenn euch was auffällt schreit schreit das Haus zusammen dass ich es bis hierher höre durch die Kopfhörer hindurch ach so ok ich dachte wir können vielleicht hier den Planetenkern irgendwie die Luft jagen oh warte mal da oben waren wir noch nicht da oben waren wir noch nicht möglicherweise ich weiß dass ich dieses Seil hier gesehen habe wir haben uns aber glaube ich noch nie dran gehängt ah toll hat jetzt nicht so viel gebracht ok Bahnversuch wert deutschland deutschland wir haben uns ja gerade zehn Minuten früher am vereinbarten treffpunkt auftaucht und sich entschuldigt zu spät zu sein weil alle da sind ja gut das ist dann ein bisschen extrem ähm äh äh da machst du Termine immer fünf Minuten nach der vollen Stunde aus da musst du nämlich erst der vollen Stunde da sein und bist noch fünf Minuten zu früh dann konntest du auch um die Uhrzeit machen und einfach um fünf vor da sein komm da aufs gleiche raus aber ich hab ich kenn tatsächlich Leute den haben wir früher ähm inzwischen hat sich das gebessert aber den haben wir damals immer gesagt wir treffen uns um keine Ahnung 14.30 ne um 14 Uhr wenn wir uns um 14.30 treffen wollten weil wir wussten das kommt also kommt einfach eine halbe Stunde zu spät war tatsächlich auch verlässlich wie eine Uhr es waren 30 Minuten immer und äh ja furchtbar ganz furchtbar findest du wenn man was ausgemacht hat und merkt dass man sich verspätet soll man wenigstens Bescheid geben dass der andere ja ja das auf jeden Fall ja klar weil man nichts irgendwie dagegen tun kann und einfach ah Gott nein falsch nicht gut nicht gut wo segeln wir hin wo segeln wir hin ähm hier rüber aufs Bucherregal klappt das ja ähm auf jeden Fall Bescheid geben auf jeden Fall gehört auch zum guten Ton manchmal kann man einfach auch gar nichts dagegen tun dass man irgendwie zu spät kommt weil weiß nicht vielleicht ist man gerade mit den Öffis unterwegs und da war ein Unfall auf dem Weg oder so ne und und kommt halt einfach zu spät das ist zum Beispiel einer der Gründe warum ich für für mich irgendwie persönlich immer einen Bus früher nehmen jetzt habe ich allerdings den Vorteil dass ich halt in der Stadt bin und hier die Busse im der langsamste Takt sind 20 Minuten für die Strecken wo ich fahre mehr oder weniger und ne was natürlich auf dem Land ein bisschen schwieriger ist wenn da mal alle eineinhalb Stunden oder so ein Bus fährt aber deswegen ich fahre halt auch dann einfach ja gerne in den Bus früher da habe ich null Probleme mit was wenn das Ordnungsamt dann bei dir ist wegen Ruhestörung sagst du dann du hast ne Polly gesehen ja ja das sagst du ist absolut richtig ist absolut richtig du hast ne Polly gesehen du musstest schreien es wurde dir aufgetragen wenn sie fragen von wem sagst du nix mehr dann machst du von deinem Recht zu schweigen Gebrauch so dann funktioniert der Witz nicht mehr so schon wieder runtergefallen schon ne Runde im Riesenrad mitgefahren äh ich glaube noch keine komplette Runde also wir sind auf jeden Fall schon mitgefahren aber ich glaube tatsächlich noch keine komplette Runde ok warte können wir mal machen ähm hallo machen wir gleich ich brauche ne Einstiegshilfe haha es tut mir leid ah ok gut ah du begibst dich mal in den Lörk musst du noch was zu futtern suchen dann happy futtern lass es dir schmecken und äh danke für den Lörk dankeschön gut aber das Riesenrad hilft uns ja jetzt nicht bei der Suche nach den Pollen warte mal war der Wagen in den wir eingestiegen sind nicht Lina ne das war der davor wo wir es nicht reingeschafft haben hm ja gut das war jetzt ein bisschen ding ähm wo sind diese letzten Pollen das gibt es doch nicht dass die sich so massiv verstecken also die waren in den anderen Leveln auch gut versteckt also richtig gut versteckt teilweise und das Level hier ist schon sehr groß und sehr umfangreich ich liebe übrigens diese Lampen hier die sind cool diese Esellampen will ich auch warum auch immer ich will sie hm 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 hier sind wir halt jetzt auch schon fünfmal reingelaufen ja ich vermute immer noch eine Kerze die nicht äh die irgendwo nicht brennt die wir erstmal noch freisprechen müssen weil die geben nämlich ganz gut äh dingens die rentieren sich sehr wenn man auf Pollenjagd ist hm warte mal nee da leider nix hier die Staubdinger glaube ich auch nicht natürlich leid für die Wandersbuchstaben alle Idiot das mit den Bussen dein Bruder äh was dein Bruder große Stadt du kleine Stadt ihr seid äh bei ihm in der in der Stadt ja wir müssen ganz schnell los und er hetzt äh immer noch verdammt jetzt mussten wir 15 Minuten warten aber wir richtig enttäuscht und sauer als wäre die Welt zu Ende gegangen ich du bist mein Bruder und ich hab dich lieb aber sag das nochmal und ich stecke dich in der Mülltonne ja ja das ist tatsächlich auch so eine Erfahrung die ich irgendwie gemacht habe dass viele total also sich total abstressen was das angeht ähm ich ich find's ich mag Busfahren nicht oder überhaupt mit mit Öffis fahren finde ich scheiße ähm bin ich überhaupt kein Fan davon aber hier in der Stadt es stört mich nicht sonderlich weil der Takt einfach so gut ist weil jetzt mal ganz ehrlich wenn man halt allgemein so ein bisschen wenn man nicht alles auf die letzte Minute plant dann ist es natürlich tragisch aber ob ich jetzt eine Viertelstunde auf dem Bus warten muss so what ich bin äh ne ich war am Mittwoch unterwegs und hab da gerade meinen Bus nach Hause verpasst ähm und musste dann 20 Minuten warten ja oh mein Gott dann setze ich mich halt hin hab das Handy dabei und äh lese in der Zwischenzeit was was so auf der Welt passiert ist quasi ist doch mir egal ob ich dann 20 Minuten warten muss waren übrigens nicht mal 20 Minuten waren dann nur 15 weil der Bus relativ früh da war und dementsprechend ich da schon einsteigen konnte also überhaupt kein Ding aber gerade in der Stadt weiß ich nicht machen sich die Leute dann irgendwie da extra Stress ist äh einfach mal ein bisschen entspannter das Ganze sehen weil meistens ist es eh nicht so dringend man muss nicht ausgerechnet jetzt genau in diesen einen Bus einsteigen ne es reicht wahrscheinlich auch der nächste und zum Berufsverkehr fahren die hier eh teilweise im 5 Minuten Takt also kommt ein bisschen auf die Strecke an aber da gibt es 5 7 10 ich glaube es gibt auch einen 12 Minuten Takt also das ist insane dann ist auch echt egal 7 Minuten hin oder her im Notfall kaufst du dir ein Brötchen und isst dann ja auch sowas bei dir fahren die Busse nur alle 30 Minuten ja aber du hast auch keine du wohnst auch nicht in der Großstadt und 30 Minuten ist eigentlich schon ein echt guter Takt also jetzt mal ganz ehrlich das ist eigentlich der Takt ist voll in Ordnung ich kenne halt einen Takt so von eineinhalb bis zwei Stunden das ist für ein Arsch aber das ist auch auf dem Land und da ist da sind die Öffis mehr oder weniger eh für ah da oben da sind die Öffis eh für ein Arsch warte mal ja dich haben wir gesucht dich haben wir gesucht du bist du bist du bist das letzte das das letzte Ding ist das wir einsammeln müssen wo bist du ähm ich weiß nicht wo du bist aber egal die waren ja auch erst von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr danach ist nix mehr ja okay ja es ist ich erzähle das immer gerne so dass das Schrecklichste was ich erlebt habe war damals mein Weg zur Berufsschule das war halt ich bin um 5 Uhr aufgestanden ähm so um den Dreh damit ich pünktlich um 8 Uhr in der Schule bin ich war aber um 20 nach 5 am Bus und der kam auch sowas um den Dreh ne um 8 Uhr musste ich in der Schule sein die Fahrt hat mit dem normalen Auto 30 Minuten gedauert mit dem Bus warst du über eine Stunde unterwegs okay klar Haltestellen blablab das ist in Ordnung aber der Takt war also scheiße ich konnte nicht später nehmen äh nicht später nehmen das heißt ich habe in der Früh eine Stunde lang rumgegammelt vor der Berufsschule weil ging nicht wie auch ging absolut gar nicht ähm sag mal wo ist denn wo ist denn das jetzt gespawnt sag mal ähm das ist jetzt toll wir haben die letzten Pollen gesehen wir finden sie nur nicht mehr ähm ja und auf dem Heimweg das gleiche wenn ich Glück hatte konnte ich bei einem befreundeten Busfahrer tatsächlich auf der falschen Linie mitfahren weil der oder was heißt auf der falschen Linie auf der richtigen Linie die aber nicht bis zum Ende fuhr wo ich hin musste aber da zufälligerweise die Busstation dann war und ich dann halt da mitfahren konnte weil der in Feierabend gefahren ist äh der Busfahrer und mich halt gekannt hat und äh ja dann hatte ich noch einen Kilometer zu laufen oder so aber ja also Berufsschulzeit war ich teilweise bis zu 5 Stunden am Tag für nicht mal 2 Stunden im Bus sitzen ähm unterwegs ne und so viel zu den Öffis auf dem Land das ist für ein Arsch das ist richtig für ein Arsch das sind die Öffis eh ah ja irgendwo oben bei Kerzen auch hier vielleicht ah warte das könnte sogar sein dass sie hier sind aber ja das ist halt echt hier in der Stadt aber wie gesagt da bin ich total entspannt so what wenn der Bus mal ein bisschen Verspätung hat oder ah hier okay ähm oder wenn ich ihn mal verpasse überhaupt kein Thema ja ja krassender Sammler sammle alle Pollen in Selerion ja das was Benni sagt deswegen brauchen Leute auf dem Land eigene Fahrzeuge ja ja absolut absolut ich bin da voll und ganz bei dir was das angeht du bist auf dem Land irgendwie ähm am Arsch ohne Dingens ähm ohne Auto okay das heißt ach so äh hier wir haben alles wir haben alles in diesem Level cool dann können wir endlich das Ding da unten einsammeln und äh zurück was auch immer das für ein für ein Ding ist du bist weg Amy alles klar schlaf gut schlaf gut darum bist du dafür dass auch auf dem Land die Öffis ausgebaut werden ja ja absolut absolut müssen sie ich sage jetzt nicht dass sie einen 5 Minuten Takt oder so bekommen müssen auf dem Land das ist das ist absolut utopisch aber es muss äh es muss einfach öfter ähm als irgendwie eineinhalb zwei Stunden oder so äh was fahren vielleicht sollten die Busstrecken auch nicht einfach 100 Kilometer lang sein dass sich das lohnt und ja also keine Ahnung wie man es genau lösen wollen würde ähm aber schlussendlich ja da musste ich auf jeden Fall was tun was das angeht oh mein Gott Böse Alte ist hier und sie hat instant ein Quote angelegt Hallöchen Böse Alte du hast so viele ähm Zitate heute verpasst vielleicht kriegst du da noch ein paar von mit so das sechste und letzte Bauteil der Maschine des großen Advin das ist der schönste Tag meines Lebens dieser Durchgang bringt uns direkt nach Kisal ich kann es gar nicht erwarten dir die endlich vollendete Maschine des großen Advin zu zeigen oh mein Gott ist eine Kostenfrage bei euch auf den Dörfern fahren die Busse alle zwei Stunden da sitzen ein oder zwei Leute klar das ist auch eine Kostenfrage logisch das ist auch eine Umdenkfrage ähm der Leute da muss sich mehr ändern als einfach nur mehr Infrastruktur da haben die äh ne die Bewohner auf dem Land auch einiges damit zu tun auf jeden Fall auf jeden Fall ähm also es ist nicht nur sorgt für einen höheren Takt äh sondern es ist da steckt auch mehr drin definitiv definitiv ist ein sehr 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 Infrastruktur ist ein sehr 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 komplexes Thema sehr komplex du weißt gar nicht was du sagen sollst ich danke dir Milo Dane von ganzem Herzen da ist ein da ist ein das ist so ein so ein Pinöbel von dem Controller oh ich war nur das letzte Bauteil für die Maschine des großen Advin sie ist atemberaubend Milo Dane wir können jetzt stolz auf uns sein ich habe einen letzten Auftrag für dich betritt die Maschine und reise zu den Sternen schließlich brauchen mich meine Assistenten und überhaupt alle Bewohner des Hauses ich bin ihnen wohl etwas schuldig leb wohl Milo Dane ich werde dich und die Tinykin vermissen vielleicht kannst du uns ja irgendwann mal wieder besuchen ich will noch nicht weg ich will noch nicht weg ich will 100% machen nein nicht weg oh gut das weg hat sich gerade erledigt was denn das was zum was ist jetzt los die Maschine springt nicht an aber das kann nicht sein dem Bauplan nach ist alles an seinem Platz das Ding hat ein Gesicht seht ihr das das ist mir schon aufgefallen dass wir die Brille da drauf platziert haben das Ding hat ein Gesicht warte mal hast du dich gerade hingesetzt nein das sah so aus ja das ist ein Gesicht gut hi ein Zeil ist von der Decke heruntergekommen magst du nachgucken gehen wo das hinführt ich bleibe hier und versuche herauszufinden was mit der Maschine nicht stimmt wir lösen jetzt das Rätsel um dieses komische Dings hier um diese um 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 diese wilde Gegend hier um dieses wilde Haus so warte mal wir haben doch hier so wir gucken uns jetzt mal hier die ganzen Sachen an die wir uns anschauen müssen möglicherweise müssen wir die nämlich auch anschauen für fürs fürs Achievement ähm du warst so müde und hast geschlafen bis eben ja aber bei euch war wahrscheinlich auch heute schlechtes Wetter oder das ich kann das nachvollziehen mit müde komplett komplett Einkaufen ist auf dem Land auch ein großes Thema ohne Auto quasi unmöglich je nachdem wie viel man einkauft ja ja die kleinen Ankaufsläden auf den Dörfern Supermarkt im kleinen Vermarkt genannt Konsum äh haben alle auf den Dörfern geschlossen sprich Dörfler müssen in die Stadt zum Einkaufen okay das kenne ich tatsächlich nicht da wo ich herkomme in Bayern kommen die größeren Ketten äh eher ins Dorf also da hat fast jedes Dorf ein Aldi ein Lidl ein Penny diese komischen Fertigbauten die da halt rumstehen ähm ja das ist äh da fährt man maximal 5 Kilometer quasi bis zum bis zum nächsten Aldi oder so das ist tatsächlich in Ordnung kann die Schere bitte nicht wie ein Drohendes Damoklesschwert über unserem Kopf angeklebt sein aber es ist außen wir sind innen Leute ich würde aber ganz ganz kurz das Päuschen machen ähm bevor wir hier mal gucken was wir äh also bevor wir uns hier die ganze Geschichte von diesen Teilen hier anschauen die wir uns noch nicht angeschaut habt möglicherweise gibt das noch ein Achievement das kann durchaus sein wenn wir uns hier fortbilden ähm dann würde ich mit ihm hier unten auch nochmal quatschen was unsere Braukunst angeht ähm und dann können wir mal gucken was das für ein ominöses Seil ist ne genau weil ich weil ich muss so langsam mal so langsam ähm du verabschiedest dich für heute alles klar Eol dann schlaf gut schlaf gut viel Spaß noch beim Achievement jagen ja ich hoffe dass wir das heute alles finden aber ich bin noch guter Dinge ansonsten mache ich einfach mal einen Guide auf und dann gucken wir was wir haben und was wir nicht haben so ich bin da nicht so wenn das Spiel an sich durchgespielt ist mache ich auch mal einen Guide auf gar kein Problem ähm genau ich blende mich mal kurz aus ich schicke euch in die Pause und äh bis gleich bis gleich Amen. 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 Hallöchen, Rapid. Hi, hi. Hallöchen. So, die beiden Dinger hier kennen wir. Ich muss mal gucken, was wir alles schon angeschaut haben. Ich bin nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, das hatten wir auch schon angeschaut. Da hatten wir auch schon eine Erklärung. Ich lese das jetzt auch mal kurz in meiner Stimme hier vor, weil seine Stimme ist echt anstrengend. Und ich merke, dass mein Hals zu kratzen anfängt. Ist Wochenende? Ja, Wochenende ist super. Rapid, wie geht's dir? So, das Mini-Zuhause. Die Insekten hier lebten früher hauptsächlich im Garten oder im Verstecken im Haus. Ein nomadisches Dasein voller Ungewissheit, Instabilität und Gewalt. Dank an meine Zeit der großen Veränderung. Landwirtschaft verdrängte die Jagd. Keine Wanderschaft mehr, stattdessen ein gemütliches Bett und schützende Wände. Dieses Modell entstand aus diesem Wunsch heraus. Ardyn teilte mit uns das architektonische Wissen seines Volkes und wir passten den Entwurf mit unserem Einfallsreichtum an, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Ich hoffe nur, seine Träume wurden ebenfalls wahr. Okay. Du hörst Wochenende? Ja, es ist Wochenende. Absolut. So. Kryptisches Gekritzel. Möge Ardyn mir die Anmaßung verzeihen, aber man muss kein Museumskurator sein, um zu sehen, dass dies eher Gekritzel oder eine kryptische Nachricht ist. Es wurde in Eile oder voll Angst gefertigt. Das hier abgebildete Wesen hat viele Eigenschaften mit einer Stecke gemeint, aber die sind nicht besonders komplexe Zeichenvorlagen. Also verbleiben zwei Hypothesen. Entweder ist diese Zeichnung bedeutungslos und nur gekritzel, oder sie ist von höchster Wichtigkeit und die Folge einer lebensbedrohlichen Gefahr. Habe übrigens gehört, dass sich manche Leute beobachtet fühlen, oder selbst immer Geräusche in den Wänden hören. Sei vorsichtig, ja? Immer. Immer. Dir ist aufgefallen, dass die Leuchtstäbe aussehen wie Wassereis in Himbeere und Waldmeister? Das sind eigentlich Knicklichter. Das sind eigentlich nur Knicklichter. Aber ja, das ist halt so... Das ist halt so... Ich finde es tatsächlich schön, dass Peko das so aufgegriffen hat. Das habe ich ihm nicht mal gesagt, in welchen Farben die sein sollen, aber das ist so dieses Gamer-Ding. So dieses... Türkise und Pink. So wie die meisten Gaming-Rooms von Streamern ausschauen oder beleuchtet sind. Ich finde es furchtbar. Ich bin da gar kein Fan von diesen Farben. Oder nicht mehr, sagen wir es mal so. Das sah am Anfang cool aus. Irgendwann hat es jeder und dann war es... Naja, doof. Und WB, Anni. WB. So, sein Zuhause. Diese glänzende Kugel ist sein Zuhause. So hat Ardwin sie beschrieben. Er konnte sie stundenlang nostalgisch ansehen. Als wir ihn darauf ansprachen, antwortete Ardwin nicht. Wir wissen kaum etwas über seine Vergangenheit, aber manchmal sagt er in Schweigen mehr als tausend Worte. Sein Zuhause war verloren. Sein Zuha... Okay. Ring der Ewigkeit. Der Ring der Ewigkeit trägt seinen Namen wegen des eingravierten, endlosen Musters. Ardwin ist der einzige Unsterbliche, den wir kennen. Daher ist es nicht schwer, die Verbindung zu ziehen. Er gehörte zu Ardwins am besten gepflegten Schätzen, auch wenn er keinem offensichtlichen Zweck zu dienen scheint. Sein Wert ist sicher nicht rein künstlerisch. Diese Art Ring scheint selten und unersetzlich zu sein. Als Ardwin unter uns wandelte, bewahrte er diesen Ring stets neben einem ähnlichen Ring auf. Wir wollen diese Tradition wahren. Okay. Ah ja, das ist der ähnliche Ring vermutlich. Die 2D-Texturen, die sich... Was? Die sich 3D... Was? Die sich im dreidimensionalen Raum bewegen, machen dir irgendwie Kopfweh. Was? Das sind doch nur... Das ist ja... Das ist ja nur er. Momentan. Okay. Ansonsten ist hier tatsächlich alles 3D. Gut, jetzt sind es zwei Leute. Ich mag den Style. Ich finde ihn super. Aber es ist ungewohnt. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Der Ring des Neuanfangs. Dieses Relikt wurde stets nebst einem anderen Ring sicher aufbewahrt. Obwohl sie sich auf den ersten Blick gleichen, verkörpern sie doch völlig andere Konzepte. Dieser hier zeigt wohl das Maul einer unbekannten Kreatur, die sich selbst verschlingt. Die Bedeutung wird noch diskutiert. Meiner Meinung nach zeigt das, dass jeder Anfang zu einem Ende führen muss und jedes Ende einen Neuanfang ermöglicht. Falls das jedoch stimmen sollte, ist die Verbindung zum anderen Ring nur schwer zu erklären. Wie heißt die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und genau das verkörpert? Oroboros, ne? Ich glaube, das war Oroboros, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht sicher, ob ich es richtig betont habe. Ja, ne? Ja. Wusste ich es doch. Die machen dir Kopfweh. Sollte nicht so sein. Zumindest laut deinem Kopf. Ja, okay. Okay. Ja, vielleicht gewöhnt man sich dran. Ich weiß es nicht. Vermutlich gewöhnt man sich dran, weil man sich ans meiste gewöhnt. So, Stahlstachel. Der Stahlstachel stammt aus brutaler Vorzeit. Sein altes Äußeres hat nichts zu bedeuten. Er wurde wohl entwickelt, um mit einem Stoß dicke Schichten von Chitin zu durchdringen. Er gehörte Advin, der uns vor langer Zeit den hohen Wert des Pazifismus lehrte. Es ist nur schwer vorstellbar, weil schrecklichen Gefahren ein unsterbliches Wesen gegenüberstehen muss, um so etwas zu benötigen. In schweren Zeiten obsiegen Kraft und Gewalt über die Vernunft. Diese üble Klinge ist ein Mahnmal und eine Warnung. Okay. Du hast es immer Ouroboros betont, aber du hast auch keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, die Schlange, die sich als selbst schwanzbar ist. Das da haben wir vorhin schon angeschaut. Begräbnisblüten. Diese Blumen sind einzigartig. Sogar die letzten ihrer Art. Advin hat ein spezielles Konservierungsgel aufgetragen und die Mantis haben es nie geschafft, weitere herzustellen. Sie wachsen nicht wie die anderen auf natürliche Weise im Haus. Sie sind auf ergreifende Weise schön. Sie zu sehen erfüllt manche mit Nostalgie, andere mit Unbehagen. Sie werden Begräbnisblüten genannt. Advin hat sich für Lebewesen interessiert und Blumen waren keine Ausnahme. Offenbar wurden sie für bestimmte Gemische verwendet. Da sie haltbar gemacht wurden, waren sie zweifellos wichtig. Mhm. Okay. Das da hatten wir uns schon angeschaut. Die Kreatur. Die Stahlinnerei kennen wir noch nicht. Das ist ein Herz in einem Container. Weißt du, im ganzen Haus liegen alle möglichen Maschinen herum, aber keiner weiß, wie man sie herstellt. Sie sind Schöpfungen von Advin und nur wenige von uns können sie reparieren. Wie dem auch sei, der Schöpfer kümmert sich selbst darum, wo auch immer er sein mag, ohne dass wir es merken. Diese Maschine, die Stahlinnerei, gehörte Advin. Sie ist eine der Gerätschaften, die er selbst erschaffen hatte. Er brauchte sie wohl, er zögerte nämlich nicht, sie in seinen Körper einzubauen. Genau wie die Geräte im Haus waren auch diese nicht für die Ewigkeit gebaut. Advin reparierte oder setzte sie immer und das tut er ja auch jetzt noch. Ist das quasi ein... Okay, ein künstliches Herz. Interessant. Interessant. Das legt sich auch gleich hin. Vorher noch eine Frage. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Mehrzahl? Und damit gute Nacht. Mehr Zahlen. Vermutlich? Mehr Zahlen? I don't know. Nichtsicher. Aber schlaf gut, Daniel. Schlaf gut. Danke fürs Dasein. Schön. Welche Farbe bekommt ein Schlumpf, wenn man ihn wirkt? Auf Dauer? Lila. Ja. Also gut, das würde voraussetzen, dass Schlumpfe blau, äh, rotes Blut haben. Es ist die Frage, haben Schlumpfe rotes Blut? Hat schon mal jemand... Ich will diesen Satz nicht beenden. Wissensskulptur ist ein Objekt, das Ardwin entworfen hat. Er spielte daran herum, wenn er sich für seine Arbeit zurückzog. Die Zusammenstellung der Stecken und bunten Ringe kann beliebig geändert werden. Laut Ardwin ist er eine Karte des Lebens und ein Schlüssel zu verlorenem Wissen. Die Bedeutung dieser Skulptur übersteigt die schlauesten Köpfe unseres Tempels. Wir warten auf den Tag, an dem wir dieses überragende Kunstwerk verstehen. Adenin, Zytosin, Guanin, Thymin, C-A-T-G, die vier Bausteine unserer DNA. Ha! Ja, kann ich noch. Und die Kreisel-Erinnerung. In den letzten Jahren, die er bei uns verbracht hat, hat Ardwin mit diesem Objekt gesprochen, als wäre er seine Person. Aber es war niemand da. Das überraschte ihn nicht und er flüsterte dieser Kreisel-Erinnerung weiter Dinge zu. Sie gehörte jemandem, der Ardwin wichtig war. Jemandem, den er verloren hatte. Er sprach mit sanfter Stimme, fast wie zu einem Kind. Das erinnert mich ein bisschen an Inception. Und das, äh, das Totem. So. Kann ich das nochmal wiederholen? Thymian? Nein. Ähm. Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin. Ohne A. Ohne A. Oh, das hier sind die, oh, das sind die ganzen Dinger hier. Eine Harmonie aus Aromen, das Sancta Concerto. Man kostet es in drei Schritten. Erst erhält die süße Sonate die Stimmung, dann zaubert das leicht säuerliche Lied ein Lächeln auf die Lippen und schließlich sorgt das Rondo für eine runde Applaus. Achtung, der letzte Schritt birgt Verschüttungsgefahr. Okay. Interessant, was man alles aus diesen Pollen herstellen kann. Du hast da an einer Stelle in Biologie, Chemie offenbar massiv nicht aufgepasst. Biologie. Das war nicht Teil von Chemieunterricht. Zumindest nicht bei uns. Folianer Schatten. Um den Folianer Schatten zu kosten, braucht man einen starken Magen. Aber es lohnt sich. Gleich zu Beginn ein harter Schlag. Trocken und würzig. Wie eine Herausforderung an echte Kenner. ein Haken gegen den Geschmackssinn. Aber der Menthol-Nachgeschmack mit Verbenanote legt sich nieder wie ein Pflaster auf eine Wunde. Manchmal muss man leiden, um seinen Durst zu löschen. Okay. Verstehe. Same. Ich weiß gar nicht, ob man... Doch, das hat man garantiert gelernt. Wenn es um DNA ging. Weil ansonsten ist es ein bisschen schwierig, das nicht zu nennen. Aber vielleicht wurde es auch nie abgefragt. Es wurde... Ich bin mir sehr sicher, dass man das bei uns, nicht abgefragt hat, wie die Dinge heißen. Ich habe mir das nur gemerkt. Und das schon seit... Ja, 20 Jahren oder so. Ich weiß nicht warum. Da bin ich ein Nerd. Ich habe sonst mit Biologie nicht viel am Hut. Aber das weiß ich. Ahem. So. Ah, der Walnianer. Genau was man erwarten würde, wenn man Pollen mit so hohem Feuchtigkeitsgehalte verarbeitet. Manche Stümper nennen ihn sauer oder bitter. Oder weißend. Das sind allerdings subjektive Meinungen. Nicht subjektiv ist der Preis. Ein echtes Schnäppchen. Mit Dummes verdünnt und nach ein paar Flaschen verschmeckt man den bitteren Geschmack immerhin kaum noch. Okay, das ist also das gepanschte Gedöns. Alles klar. Du weißt, wofür THC steht. Das reicht dir. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass DNS ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure heißt. Und ich... Ja, ich kann es auch schreiben. Zu meiner Zeit war das noch nie entdeckt. Weiß ich gar nicht. Wie lang klar ist, wie die... Wie die DNA aufgebaut ist. Keine Ahnung. Bin ich jetzt nicht sicher. So. Transidornektar. Ähm. Was? Glaubst du, ich habe vergessen, dieses Gebäude zu beschriften? Weil das Etikett leer ist? Ich bin enttäuscht. Ich habe viel über den Transidornektar zu sagen. Die Baukunst ist wie Poesie für mich. Dein strafender Blick geht mir bald auf die Nerven. B-Bitte was? Was ist dein Problem? Es war echt, ey. Ambrose Rustikal. Ambrose Rustikal. Ein Klassiker. Der Klassiker. Die allerersten Braumeister stammten aus Ambrose. Frei heraus. Ehrlich und einfach. Ein verlässlicher Nektar. Viele bevorzugen einen ausgereiften Geschmack, aber jeder liebt diesen. Ein zuverlässiger Hit auf jeder Dinnerparty. Oh, okay. Und hier? Selerion Äther. So. Können wir Selerion Äther Nektar nennen? Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe ihn ja gebraut. Die Pollen aus Selerion enthalten greifbare statische Energie. Das Ergebnis ist unvergleichlich. Frisch. Belebend. Als bekäme man Flügel. Hilft, wenn die Konzentration nachlässt, aber übertreibst nicht. Sonst schläfst du nie wieder. Ich weiß Bescheid. Jemand musste ihn ja testen. Okay. Ja, verstehe. Verstehe. Gut. Dann haben wir jetzt hier alles drüber gelernt. Das ist super. Das Einzige, was mich gerade stört, ist, wenn wir nämlich mal hier in die Achievements gucken. Guckt mal, freunde dich mit allen Tinykindern im Haus an. Das sollten wir eigentlich haben. Genauso wie Hilf Sikaru, alle seine Gebräue herzustellen. Auch das sollten wir haben, weil das sind offensichtlich alle sechs Stück, die wir da gerade haben. Das sind nicht nur drei, das sind alle sechs. Ich hoffe, dass die Dinger hier nicht verpackt sind. Die Achievements. Das wäre richtig, richtig, richtig mies. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der, dass der Fortschritt hier nicht richtig synchronisiert ist. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Ich könnte aber auch rein theoretisch. Lass mich mal kurz gucken. Ins Hauptmenü zurück. Möglicherweise hilft das. Einfach mal neu laden. Vielleicht synchronisiert er dann neu anhand vom Safe Game. Sonst schläfst du nie wieder. Das kennst du irgendwo her. Ja, das klingt ein bisschen nach Red Bull, wenn ich ehrlich bin. Nee, hat irgendwie nichts gebracht. Okay. Ja, schau mal, was noch passiert. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein mysteriöses Seil von der Decke hängen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann schauen wir, wo es nach oben geht. Nachdem unsere Rakete oder was auch immer das da unten sein soll, nicht starten wollte. Ich vermute mal, wir erfahren jetzt die Geheimnisse dieses Hauses. Bestenfalls erfahren wir, wer Ardwin ist. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Der Speicher. Okay. Die Musik hier ist sehr rockig im Gegensatz zu sonst. Ich sehe auch keine Pollen rumfliegen. Das ist spannend. Oh, guck mal. Schlappen. Warte mal. Nee, okay. Das ist okay. Ein Skateboard. Wir kommen ja auch nicht nach oben. Wir haben keine Teilchen hier. Es passiert einfach nichts. Wird sich jetzt aufklären, wer uns hier beobachtet hat. Vor allem kennst du das vom einen oder anderen zerstörten Schlafwurmus. Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich sogar sehr gut. Das Bild ist voll niedlich. Das Bild ist voll... Oh, warte. Easy, du kannst jetzt nicht schlafen gehen. Jetzt, wo es spannend wird. Eine Ocarina. Ja, tatsächlich. Easy, bleib stehen. Sehr gut. Ich meine, guck dich an. Äh, guck dich um. So rum. Hi, wer seid ihr? Oh, ihr beiden. Hm. Hallo? Hallo? Ich war ehrlich auf dem Weg zum Krankenhaus, damit die sich um den armen Meneth kümmern. Da haben seine Füller noch mehr gezuckt als sonst. Er hat mich angefleht, ihn hierher zu bringen. Diese falsche Standoffen, die habe ich noch nie zuvor gesehen. Der Lobgesang kam aus diesem Gerät und unsere Stimmen waren nur Geräusche aus einer Maschine. Der Unterschied zu dem, was du in Sankta aktiviert hast, ist, dass nur die Fühler von Schildwanzen empfindlich genug sind, um es zu hören. Den Lobgesang gab es nie. Nie. Unser ganzes Leben lang. Sol, wir haben unser ganzes Leben lang etwas nachgejagt, dass... Melodin, ich habe die letzte Bitte an dich. Wir sind erschöpft. Spreng diese verfluchte Metallkiste. Advent, glaube. Nein. Ich möchte nur, dass mein Freund und meine Kameraden endlich Stille erfahren dürfen. Okay, wir müssen also dieses Ding hier sprengen. Und, äh, äh, ja. Okay, aber dafür brauchen wir Tinykin. Wir haben keine Tinykin. Hier sind keine. Wir müssen das irgendwie wegmachen, aber wir können es nicht wegmachen. Wir haben nichts zum Wegmachen. Oh, warte mal. Äh, warte. Warte. Oh, ich verstehe. Das erste Bild war ein Date. Und irgendwann war es eine glückliche kleine Familie. Ach, süß. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt gleich an dunklen Geheimnissen entdecken werden. Irgendwas muss hier ja mächtig schiefgelaufen sein. Oh, da ist auch was. Oh, das ist das Kinderzimmer. Guckt mal. Da ist der Drache, der an der Decke hängt. Die Musik ist aber auch schon wieder so bedrohlich geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du guckst dich an. Sehr gut. Oh, was ist denn das? Das sieht nach Friedhof aus. Das ist ein Friedhof. Gasper. Du. Natürlich ist Gasper hier auf dem Friedhof, ne? Vollkommen klar. Oh, den Teddy kennen wir. Den haben wir im ersten Kapitel gesehen. Oh, der ist ja... Der war halt auch niedlich. Der war halt auch niedlich. Muss man so sagen. Das Kind wird größer. Er wird bärtiger. Das ist... Oh, das ist das... 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 Das Gewächshaus-Level. Verstehe. 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 Ich würde gerne da hochkommen. Da ist nämlich auch noch ein Bild. Guckt mal, was da oben auch noch ist. Das sieht nach einer Maske aus. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rein. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Hallo? Interessante Geräusche. Sehr interessante Geräusche. Das ist ein Minikräutergarten. Oh, hier. Du bist Ardwin, oder? Du siehst sehr mechanisch aus. Der Ozean. Für immer und ewig, meine Liebe. Ist das Ardwin? Das ist sehr wild. Kommen wir da rein? Nee. Kommen wir hier hoch? Auch nicht. Aber wir haben vier kleine Tinykin gefunden. Lucrezia. Oh. Sie heißt offensichtlich Lucrezia. Ich muss ein neues Herz erschaffen. Für immer und ewig, meine Liebe. Es tut mir leid. Bestraft mich. Was? Tinykin. So ein dummer Name. Was? Es tut mir leid. Bestraft mich. Ein Zoo? Lucrezia? Ein Zoo? Was sagst du noch alles? Grumpf. Okay. Es tut mir leid. Mein Kleiner. Nein. Für immer und ewig. Tinykin ist so ein dummer Name. Eine sprechende Libelle. Okay. Vergiss, Ardwin. Okay. Mein Speer. Mein Haus ist groß genug für alle. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Wen? Holy. Was? Was? Warum? Was passiert hier gerade? Und warum passiert das? Oh, das ist die. Okay. Das ist die Maske da hinten. Ich würde gerne da hochfliegen. Oder darüber fliegen. Oder da rund fliegen. Überhaupt. Okay. Ich versuche mal auf dem Radio zu landen. Ich weiß nicht, ob unten. Ja doch. Das reicht locker. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt hier das kaputt machen? Mit unseren vier kleinen, explosiven Tinykin. Eins. Zwei. Drei. Oh. Das waren schon alle. Oh mein Gott. Der hat eine Synchro. Das ist tatsächlich Ardwin. Wie? Mein Lieblingslied. Wer war das? Wer ist da? Zeigt euch hier, Lunken. Okay. Menef. Hör mal. Ich höre nur Stille. Wie geht's hier, Kamerad? Frei. Ich fühle mich frei, aber... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bring dich ins Krankenhaus. Mein Lothen. Es war ein schlimmer Schock, zu erfahren, dass unser Gott nur ein Druckbild ist, aber... Es hätte uns nichts Besseres passieren können, als von diesem Gesang befreit zu werden. Früher oder später werden meine Kameraden es verstehen. Es war meine Ehre. Die allergrößte Ehre, dir zur Seite zu stehen. Ich wusste, dass ich mein altes Banner in die richtigen Hände gegeben hatte. Pust. Kamer, auch du dich um deine Freundin, Milo. Die brauchen dich doch, oder? Der hat eine Schraube locker. Ja. Und das wahrscheinlich schon ziemlich lang. So, wir müssen jetzt nochmal zu ihm hinschauen. Offensichtlich. Weil er war Teil der Cutscene. Die Musik wird sehr melancholisch. Und da kommt die Cutscene. Also auf jeden Fall eigentlich eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, die hier stattgefunden hat. Man weiß nur nicht, welches Ende sie genommen hat. Also noch nicht. Also irgendwas scheint schiefgelaufen zu sein. Irgendwann. Was hast du getan? Du hast die Musik ausgemacht. Du siehst aus wie ein riesiges Tinykin. Mit... Okay. Was heißt du? Du hast die Musik ausgemacht. Du siehst aus wie ein riesiges Tinykin. Mit einer komischen Frisur. Ich lasse ihn mal reden. Ich übersetze das mal nicht. Ihr könnt das jetzt gerade mal lesen. Und ihr hört es ja auch. Selvior Ardwin. Okay. Und du hast mich gefunden. Herzlichen Dank. Na gut. Ich denke, ich muss jetzt ein neues Hidungsplatz finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich meine eigene Hidungsplatz habe. Ich bin jetzt nicht so, dass ich meine eigene Hidungsplatz habe. Es ist einfach so, dass es sich schwer zu machen. Es ist einfach so, dass ich mich für eine Garde da bin. Wenn du es glaubst, wie es das ist. Wie irgendein und pathetisch. Affair. Mein Produkt war nur nur supposed to shrink die Leute ein bisschen. Sein Produkt sollte Menschen schrumpfen lassen. Okay. Okay, er hat die Menschheit ausgelöscht. Verstehe ich das richtig? Und er hat die Tynikin erschaffen? 91? Okay. What? Die alterationen Sie von States. Du sollst das Geheimnis nehmen? Ah, aber natürlich war es einer der Welt, die wir vorbereitet haben, in der Fall einer kritischen Gefahr. Also hatten sie genug Zeit. Sie hatten genug Zeit, um zu wegzunehmen. Und jetzt bist du hier, mein Le Dane, mit deinen Billionen von compatriots. Ich bin so glücklich und so glücklich. Ich war so allein. Du musst du schon seit Jahrzehnten von Technologischen Erwartungen haben. Deine Suits. Zeig es mir. Vielleicht alles, was meine Maschine fehlt, ist... Richtig mal, mein Le Dane. Ich muss es absolut zu treffen. Lass mich. Ich bin kein Gott, aber ich fühle mich ein Miracle. What the hell? Okay. Ardwin hat die Menschheit ausgelöscht. Ist jetzt sehr verwundert, dass offensichtlich irgendjemand überlebt hat. Auf einem Backup-Planeten, könnte man so sagen. What the hell? Was zum... Das ist düsterer, als ich das irgendwie erwartet hatte. Deutlich düsterer. Holy shit. Das sieht man dem Spiel nicht an. Okay. Dieses Gesicht, das ist... Ich kann es nicht glauben. Äh, Ardwin? Ich glaube, er ist gerade ein wenig überwältigt, weil er so ein großer Fan ist. Ich gebe ihm etwas, was ihn wieder aufpäppelt. Ardwin, äh, Sergio, du weißt ja gar nicht, was mir das bedeutet. Was das für das ganze Haus bedeutet. Danke. Ach, Milo denn. Selvi hat mir erklärt, warum die Maschine vorher nicht funktioniert hat. Da stand ich auf dem Bauplan, aber die erforderliche Energie war viel höher, als ich mir ausgemalt hatte. Doch. We won't have to go far to find what we need. Milo denn. Open your hand. Mach ich. Ich öffne meine Hand. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was es mit diesem kleinen Knochen auf sich hat, den er in seiner Idle-Animation mit, äh, plötzlich hervorzieht. Just a toy now, but which contains more energy than we needed to light up a capital city back in my day. Oh. Verstehst du, was das bedeutet, Milo? Wir sind hier fertig. Du wirst die Ergis und Nevus wiedersehen und kannst allen sagen, dass deine Hypothese richtig war. Was mich betrifft, ich werde eine Zeit lang hierbleiben. Meine Assistenten brauchen mich und ich werde mich lustig machen, indem ich den Bewohnern des Hauses helfe. Da wird mir nicht langweilig. Irgendwas muss hier immer repariert werden. Außerdem bist du nicht der Einzige, der heute geht. Maladain. A thousand of years I hope to bring humanity back. I never believed that humanity could bring me back. If I remember, there's enough space for two in the machine. Would you accept me as your co-pilot? Lebt wohl, meine Freunde. Und Selvia, ob Gott oder nicht, wir sind hier auf ewig dankbar. Tut mir leid, aber in diesem Haus wird der Name nicht so bald in Vergessenheit geraten. Okay, Achievement unlocked. Selvia Ardwin. Alter, der hat einfach, der hat eigentlich seinen kompletten eigenen Körper umgebaut, ne? Um seinen Fehler von damals irgendwie zu beheben. Das ist gar kein Raumschiff, das sind Teleporter. Oh, die Viecher waren das. Die haben wir vorhin gezeichnet gesehen im Museum. Moment, warte mal. Diese ganzen Häuser da gerade. In den Glasdingern. What? Uh oh, der Explosive hinterher. Okay, Selvia Ardwin. Äh, Leute, wir haben die Credits. Ähm, what? What the hell? Ein schönes Ende, aber... Holy, das war düsterer als ich dachte. Das war deutlich, 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 deutlich düsterer als ich dachte. Ach du Schande. Aber warum? Hahaha. Du hast dich halt nur angesehen. Ich stell mir... Easy, ich stell mir dich gerade vor, wie du einfach so vom Rechner sitzt. Hahaha. Hahaha. Ich bin gerade sehr, sehr perplex, was dieses Ende angeht, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr, sehr verwirrt. Holy. Das ist eine Sache, damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also überhaupt nicht gerechnet. Ähm. Sehr, 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 sehr spannend. Also erstaunlich düster. Wirklich erstaunlich düster. So, ich guck mal ganz kurz, wie es hier gerade mit Achievements ausschaut. Sehe ich das hier irgendwo? Errungenschaften. Uns wählen noch sechs Stück. Lass mal gucken. Ähm. Und dann kommt plötzlich die Credit Musik. Ja, verstehe. Verstehe. Hahaha. Äh. Ah, jetzt. So, was fehlt uns denn jetzt hier noch? Hilf Sicaro, alle seine Gebräue herzustellen. Jetzt ist es plötzlich bei vier von sechs. Mitarbeiter des Monats, versende alle Briefe im Haus. Für Roman, zünde alle Kerzen im Haus an. Drei von fünf. Das haben wir ja alles gemacht, Leute. Das haben wir ja alles gemacht. Und was fehlt dann noch? Freunde dich mit allen Tinykin im Haus an. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir das haben. Der freundliche Geist. Weiß ich nicht, was das macht. Und was ist das hier? Wie ein Stein. Okay, das haben relativ viele Leute. Das haben wir nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass das falsch gezählt hat, schaffen wir das heute nicht. Ähm. Mit den 100%. Was ich sehr schade finde. Sehr, sehr schade. Was jetzt nicht das Spielerlebnis trübt. Das Spiel ist großartig. Leute, kauft es euch. Hier bitte. Da ist nochmal die Game Info. Da sind auch die Links dabei. Wo ihr es kaufen könnt. Bei Epic. Bei GOG. Und bei Steam. Und äh. Ich glaube auch auf Konsolen. Ich bin es nicht 100% sicher. Ja. Auf allen gängigen Konsolen quasi. Spielt selbst. Ich muss mal gucken. Da muss ich mal in den Steam Foren ein bisschen rumwühlen. Ob da möglicherweise. Ähm. Ja. Ob dann da möglicherweise irgendwas ist. Was äh. Was bekannt ist, um das zu fixen. Vielleicht muss man einfach nochmal. Was wir. Wartet mal. Was wir probieren könnten. Ist einfach nochmal kurz in alle Level zu gehen. Sofern wir reinkommen. Sofern uns das äh. Sofern uns das äh. Safe Game das jetzt tun lässt. Danke fürs spielen. Sehr sehr gerne auf jeden Fall. Sehr schönes Spiel. Wie gesagt. Ähm. Hat super viel Spaß gemacht. Wir probieren es nochmal kurz aus. In die Level zu gehen. Wenn dann die Counter hochzählen. Dann gucken wir mal. So. Wir sind auch direkt im Hauptmenü. Fortsetzen. Oh. Und das ist auch schon der. Der Speicher oben. Ich vermute mal. Wir kommen zurück. Weil wir können uns ja hier. Eigentlich frei bewegen. Würde ich jetzt mal behaupten. Das Ding ist hinüber. So. Lass mal gucken. Die Sache ist. Das Spiel zeigt es natürlich nicht an. Wo wir. Alles erledigt haben. Und wo nicht. Gut. Ja wunderbar. Ich glaube wir müssen echt einfach nochmal. In die Level rein. Ähm. Und dann wird er das. Vermutlich aktualisieren. Hoffe ich jetzt mal. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Fangen wir mal hier kurz. Nee. Oder? Fangen wir hier an. Ich weiß halt nicht wann er das hochgezählt hat. Nee. Warte. Im Level waren es drei. Später waren es vier. Oder? Nee. Das war dieses. Ich weiß nicht mehr welches Level das jetzt war. Ach. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Hahaha. Aber. Leute. Während wir das gucken. Wie hat euch das Spiel gefallen? Also. Ich persönlich hatte sehr sehr viel Spaß damit. Ich habe nicht damit gerechnet. Dass wir das jetzt in zwei Streams einfach mal durchrocken. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm. Das war. Das war. Das war etwas überraschend. Muss ich zugeben. So. Lass mal kurz gucken. Freude dich mit allen. Ja. Guck mal. Das ist nämlich gerade gestiegen. Der Counter. Achso. Und jetzt haben wir hier wieder drei von sechs. Hä? Hä? Das waren doch gerade vier von sechs. What? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Hahaha. Hahaha. Warum Spiel? Warum? Okay. So. Lass mal gucken. Hier drüben. Da. Ah ne. Das ist. Das ist kein Level. Ups. Hahaha. Das ist kein Stay Level. Hahaha. Hahaha. Das ist kein Stay Level. Hahaha. Hopp. 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 Du mochtest die Teile in denen du wach warst. Das ist sehr schön. Hahaha. Hahaha. Das finde ich super. Das finde ich super. Ahhh. Das ist jetzt wieder der Selerion Park. Okay. Wir gehen gerade nur in die Level wo wir eh schon waren. So. Lass mal gucken. Hat das aktualisiert? Ich meine das da ist aktualisiert. Der Braumeister noch nicht. Drei von sechs. Du hast tatsächlich nicht so viel von mitbekommen. Grafisch schon sehr ansprechend. Außerdem sind kleine Wusels immer eine schöne Sache. Ja. 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 Also Anni bei dir bin ich mir fast sicher, dass dir das Spiel durchaus gefallen würde. Wenn du es anfängst. Hm. Hm. Durchaus. Also da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Hm. Hm. So. Die Bäder von Balneia. Ähm. Lass mal gucken. Ja. Guck mal. Die Tiny. Also die Komm-Schnapsidier-Anzeige geht hoch. Braumeister geht auch hoch. Wir müssen einfach nochmal in die Level. Okay. 100% sind machbar. Sind machbar. Du spielst schon mit dem Gedanken. Ja, die Links stehen gerade im Chat, ne? Hm. Hä-hähm. Möglicherweise habe ich auch einen Humble-Link dafür. Da bin ich aber nicht sicher. Ähm. Hä? Da hätte ich nämlich tatsächlich auch einen Ref-Link. Für Dingens fehlt, ähm, für, für, äh, für Epic fehlen mir 800, ne, fehlen mir 120 Follower oder so. Du würdest den optischen Stil niedlich, du hast ansonsten null Ahnung, was da gerade passiert ist, weder das Ende noch die Story oder alles andere, dafür hast du mich gestern leider nicht anschalten können und heute zu wenig mitbekommen, ansonsten fandest du die Musik nicht. Äh, Story war tatsächlich, ist relativ einfach erklärt. Milo Dane kommt offensichtlich von Aegis, wie wir auch gerade nochmal gelernt haben. Ähm, und, äh, er war auf der Suche nach anderen bewohnten Planeten und hat dann, äh, das hier entdeckt, wo wir hier unterwegs sind. Ähm, nur irgendwie hat er es dann geschafft, verkleinert zu sein, ähm, also, ne, plötzlich war er verkleinert, er konnte mit diesen Tinykin interagieren und das ist im Grunde genommen schon die ganze Story. Ähm, und den Rest von der Story haben wir jetzt erlebt. Ansonsten, ja, Pyroman, Mitarbeiter des Monats, Braumeister, wir haben drei Achievements auf einen Schlag. Nicht verbuggt, wahrscheinlich nur nach, wahrscheinlich irgendwie zu spät zu tracken angefangen, vielleicht wurden die nachträglich eingebaut, die Achievements. Okay, dann, fehlen glaube ich noch drei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir gucken mal. Hier stehen jetzt nur zwei. Das ist natürlich doof. Ähm, das ist jetzt, äh, 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 äh. Jetzt muss ich ja doch mal die Steam-App öffnen und da schnell nachschauen. So, lasst mich mal gucken. Lasst mich mal gucken. So, Bibliothek. By the way, äh, wechselt nicht auf die aktuelle Beta von, ähm, von Steam, äh, von der Steam-App auf dem Handy. Die ist nämlich tatsächlich noch gar nicht mal so geil. Also, freunde dich mit allen Tinykin im Haus an. Moment. Freunde dich mit allen Tinykin im Haus an. Stimmt, ich dachte, wir hätten alle gefunden. Wo finden wir die denn jetzt? Oh mein Gott, Leute, es fehlen Tinykin. Wo sollen wir denn die finden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich, ich, ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten alle gefunden. Ich dachte echt, wir hätten alle gefunden. Hahaha. Oh wow. Okay. Ganz oben war irgendwo noch eins, was nicht komplett voll war. Warte. Ganz oben? Oh mein Gott. Nee, das ist, das ist das hier. Komm schnapp sie dir. Genau, das ist noch gar nicht erkundet. Oder noch gar nicht aufgedeckt, was das ist. Das ist so eins, dass man so bekommt. Und da ist auch noch eins. Ja, genau, das sind die drei, die jetzt fehlen. Nee. Ja, ach so. Ja, du meinst das. Komm schnapp sie dir. Ja, das ist genau das, wo wir jetzt noch Tinykin finden müssen. Ich hab nur echt, also ich hab nicht immer den leisesten Schimmer, wo wir jetzt suchen sollten. Weil meines Erachtens nach haben wir alle Tinykin gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass wir alle gefunden haben. Warte mal. Das waren noch nicht alle Level. Das waren noch nicht alle Level. Pass auf. Wir waren noch nicht in allen Leveln. Ich würde aber jetzt tatsächlich sagen, ich müsste jetzt dann irgendwie in die Steam bohren gucken und was weiß ich. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ich werde das Spiel für mich, glaube ich, auf 100% spielen. Ich will jetzt nur noch dieses ein Achievement kurz gucken, in dem wir in jedem Level einmal waren. Das will ich jetzt geprüft haben. So, nur noch kurz. Ja, nee, 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 nee. Das ist, äh, wir haben gleich alle Level. Das hier ist, glaube ich, das erste und dann sollte keins mehr übrig sein. Hat sich irgendwas an dem Balken getan? Nein. Äh, haben wir ein Level übersehen? Ne, wir waren noch nicht in allen Leveln. Passt auf. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Du sagst mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Easy. Ab ins Bett mit dir. Schlaf gut. So. Oh ja, stimmt. Wir können hier ja stapeln. Ähm, next Level. Oh, auf Kanten können wir tatsächlich immer richtig Gas geben, wie es ausschaut. So, einmal da rein. Achso, wir hätten das auch über den Boden machen können, ne? Ich hätte jetzt gar nicht... Äh, nee, das ist... Das war Ambrose. Hatten wir nicht? Ich bin gerade sehr verwirrt. Es gab doch noch ein Level. Wir waren... Wir waren... Hm. Hm. Ich bin sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Ist das da oben? Wirklich? Aber da oben... Ne, da oben war nur noch die... Die... Das Disco-Level. Da waren wir heute definitiv drin. Da waren wir definitiv drin. Also, zu mehr als 100%. Sicherheit. Ähm... So. Wartet. Hier oben war ja sonst kein Level mehr. Das ist das erste Level. Das war das Küchen-Level. Genau. Hier oben hatten wir... Äh... Genau. Hier oben hatten wir tatsächlich nur den Safe, der die Küche geöffnet hat. Und da oben das Dings-Level. Das letzte. Das Vergnügungs-Level. Ähm... Ähm... Oh! Oh mein Gott. Ich stelle jetzt gerade raus, dass ich Seile schneller klettern kann. Hervorragend. Das ist eine Glanzleistung. Das ist eine absolute Glanzleistung. Hervorragend. Wunderbar, hey. Ne, hier ist ja nur noch... Dieses Level, genau. Der Selerion Park. Waren wir jetzt ja irgendeinem Level nicht? Ich habe halt auch nicht aufgepasst, welche Level ich jetzt tatsächlich auf... Also... Wo... Ne? Wir waren nicht im Bad! Ja, ja, ja. Wir... Oh Gott. Ja, wir waren nicht im Bad. Ja, ja. Wir waren nicht im Bad. Moment. Korrekt. Bad ist das letzte Level. Da waren wir noch nicht drin. So. Moment. Moment. Wie kommen wir ins Bad? Wo war das? Wo war das? Da drüben. Genau gegenüber. Sehr schön. Ah! Oh mein Gott. Was war das denn? Hast mich einfach nach oben geheatet. Auch schön. Auch schön. So. Ne, warte. Doch, wir waren im Bad. Das habe ich vorhin gerade erst geladen. Hä? Doch, doch. Das haben wir geladen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann haben wir offensichtlich tatsächlich irgendwo Tinykin übersehen. Das ist jetzt doof. Aber kann ich jetzt gerade nichts ändern. Weil mir fällt gerade auch kein Level ein, das wir noch nicht bereist hätten. Und hier ist unsere kleine Armee halt hinter uns. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist jetzt in Ordnung. Das ist jetzt absolut in Ordnung. Wir gehen jetzt hier hoch. Zur Party. Und dann machen wir an der Stelle, glaube ich, Schluss. Ich bin schon wieder fast siebeneinhalb Stunden live. Das ist jetzt auch total in Ordnung. Ich werde nochmal selber dann gucken. Bevor wir jetzt hier wirklich ratlos durch die Gegend gehen. Es sind noch drei Achievements, die mir fehlen. Ich werde mal gucken, was ich dafür machen muss. Ob es da irgendeinen Trick gibt. Das ist total in Ordnung. Ich schicke euch dann möglicherweise einen Screenshot irgendwann mal im Discord. Ich bin da jetzt sehr... Ja. Ich kenne da jetzt nichts. Wir gehen jetzt ins Outro. Ich weiß schon, warum ich nicht 100% und so in den Titel geschrieben habe. Ich will es auf 100% spielen. Das auf jeden Fall. Aber nicht mehr jetzt. Weil ich es nicht einschätzen kann, wie lange es noch dauert. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles gefunden. Und ich muss nur noch irgendwas triggern. Und ich glaube, ich muss noch irgendwo runterfallen oder so. Oder mich von einem Stein erschlagen lassen. Irgendwie sowas in der Richtung. Gucken wir mal. Es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. So. Ja. Wer wird geradet? Ich rate mich selbst. Das wurde sich gewünscht. Und da sich das gewünscht wurde, gucke ich jetzt an. Einfach mal, wo ich euch hinschicke. Ob überhaupt noch jemand live ist. Freitagabend um die Zeit ist halt immer ziemlich wild, was das angeht. Ähm. Ja. Ich sehe keine Indie-Games in meiner Liste. Ich sehe keine Indie-Games in meiner Liste. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Dann machen wir erst mal Schluss. So. Das ist das. Aber ihr dürft jetzt einmal noch. Ne? Das sind eure Credits. Ihr dürft euch jetzt einmal noch selber auf die Schulter klopfen. Dann raiden wir uns jetzt quasi tatsächlich selbst. Und raiden einfach nirgendwo mehr hin. Das hat jetzt. Das kam jetzt anders, als ich das irgendwie erwartet hatte. Aber das ist in Ordnung. Ähm. Ja. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. Ich freue mich tatsächlich sehr. Ähm. Dass wir heute mit Tinykin jetzt so, äh, durchgekommen sind. 100% haben wir jetzt nicht ganz und Stream geschafft. Das ist aber auch gar nicht das, das große Problem, wie ich, wie ich finde. Ähm. Ne? Ich, ich habe es nicht im Titel stehen gehabt. Ich habe es, äh, ich wollte es auf 100%. Ich werde es auch noch auf 100% spielen. Aber dann mal gucken, was es dafür braucht. Ähm. Bevor wir jetzt hier völlig planlos durch die Gegend laufen, äh. Gucke ich da mal lieber, was, äh, was, was Phase ist, ne? Ähm. Ähm. Genau. Weil das, das wäre jetzt, glaube ich, auch super langweilig zum Zuschauen. Wenn, wenn ich jetzt einfach nur noch da durch die Gegend laufe und Level lade. So, nee. Das, das, das macht jetzt auch keinen Sinn. Es ist halb zwei nachts und, äh, ja. Das ist ein guter Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen. Ähm. Genau. Leute. Wir sehen uns am, äh, Donnerstag wieder. Planmäßig. Äh. Ich gucke mal gerade. Oh ja. Oh ja. Ich habe auch schon ein Spiel da reingeschrieben. Welches das ist, werde ich euch aber noch nicht sagen. Ähm. Das wird dann eine kleine Überraschung. Wird aber auch wieder sehr, 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 sehr hübsch. Sehr, sehr niedlich, glaube ich. Jawohl. Ja, doch. Eigentlich schon niedlich. Ja, doch. Ja, doch. Eigentlich schon. Genau. So. Und damit bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als kommt gut durchs Wochenende. Ein wunderschönes Wochenende euch allen. Ähm. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns am Donnerstag wieder um 18 Uhr hier, äh, mit den Indie-Game-News der KW 37, Kalenderwoche, ähm, 37. Und einem spannenden Spiel, das ihr am Dienstag im Streamplan erfahren werdet, ne? Leute, ich hab schon wieder viel zu lang gequatscht, ne? Bye, bye. Schlaf gut. Ciao, ciao. Danke für alles. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.